Bin ich live? Okay, ich glaube, ich bin jetzt live. Was geht ab? Bin ich live? Bin ich live? Okay. Ich muss hier nur auf Live-Chat rumstehen. So. Ey, Mayo, hi. Hi, Mayo. Bin ich live? Ich glaube, ich bin live, Leute. Was geht ab? Ich glaube, ich bin live. Grüß mich. Ich grüße dich, Kusey. Wenn ich richtig ausgesprochen habe. Leon, ich grüße dich auch. Denkt ihr, das neue Haus ist fake? Das ist doch nicht fake, hä? Was geht ab? Ey, 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 was geht? Jetzt auch da bist. Alle auf Disco-Join. Richtig so, joint alle auf den Disco-Server, Leute, wenn ihr mal Lust habt, mit mir zu schreiben oder mit anderen Leuten, die hier auch im Chat sind. Klo, ich grüße dich. Du hast einfach, du heißt einfach selbst meine, äh, selbst? Gleich wie meine Schwester. Meine kleine Schwester. Ihr seht schon, es ist ein bisschen was neu. Leute, ich habe einfach jetzt so einen Vorhang. Da kann man mich besser erkennen. Was geht ab? Und hier habe ich auch so ein Licht. So, hier. Oh mein Gott. So ein Licht. Das ist mega hell. So. Okay. Ist richtig? Hört man mich gut? Krass, ja. Ich weiß, mega krass, oder? Ich hoffe, man hört mich gut. Die Musik ist laut genug. Vielleicht aber auch nicht. Das müsst ihr mir sagen. Alles top? Okay, okay, okay. Das will ich auch hören. In welcher Stadt in Luxemburg lebst du? Oder Dorf? Ich lebe nicht mehr in Luxemburg. Ich bin, ich bin nach Madeira gezogen. Oh Mann, ey. Ja, ist richtig. Okay, perfekt. Freut mich. Spiel Dorf. Ja, das können wir vielleicht später nochmal machen, wenn ihr Lust habt. Also, wir haben ultra viel zu tun. Ja? Warte, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, was noch im Update dazugekommen ist. Aber ich habe es vergessen. Warte, ich habe es mir nicht aufgemacht. Hier, so. Okay. Okay, let's go. Oh, das ist nicht gut, oder? So. Okay, let's go. Also, was alles neu im Update ist, Leute. Ich habe ganz viel Zeug. Habt ihr das Projekt, habt ihr es schon gesehen? Es ist krass. Ich habe es mir selbst noch nicht angeguckt. Ich habe es nur angeschaut, um kurz dieses, das Thumbnail zu machen, aber das war es. Das ist nicht krass. Was? Kannst du mich grüßen? Ich grüße dich, Elinas Welt. Also, Elina wahrscheinlich dann. Ja, es ist cool. Was geht? Was geht bei dir? Eine Frage. Du kannst gerne deine Frage stellen, wenn du Lust drauf hast. Also, ähm, du kannst in Bilder reingehen? Was? Was kann ich reingehen? In Bilder? Neues Estate House. Genau, davon habe ich mitbekommen, von dem neuen Estate House. Das ist einfach so ein Präsidentenhaus oder sowas. Also, mega krass, eigentlich. Hätte ich gesagt, oder? Maja, wieso ignorierst du mich? Ich ignoriere dich doch nicht. Oh Mann. Ich kann halt nur nicht alles vorlesen. Das ist für mich unmöglich. Habt gegeben Wochen lang nicht mehr gespielt? Was? Leila, warum nicht? Bist du für immer auf Madeira? Keine Ahnung. Mal schauen. Ich weiß nicht. Können wir dann Tehan spielen? Habt ihr Lust, euch auch dieses Tehan-Eventer-Spiel oder so? Ich habe gesehen, Lamy macht das gerade ziemlich viel. Er hat das gestern und nicht vorgestern. Ich glaube Dienstag. Dienstag und Donnerstag hat er gestreamt, ne? Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas Interessantes da ist. Das ist morgen zu Ende. Oh Mann. Ja, keine Ahnung. Hätte ich das mal lieber gemacht. Bringt nichts mehr. Morgen oder so zu Ende. Schade, schade. Ich weiß, dass ich dieses Event hier in Brookhaven habe ich das geschafft, ja? Da hatte man irgendwie die Möglichkeit, dass man hier dieses Auto hier bekommt oder so. Keine Ahnung. Und das habe ich, ja, habe ich jetzt durch dieses Dings da bekommen. Ich hatte zwei Monate Handyverbot. Was habe ich hier alles verpasst? Hä? Wie zwei Monate? Was hast du dir getan? Okay, es ist so viel passiert. Was soll ich sagen? Es ist viel passiert. keine Ahnung, das neue Oster-Update war da. Ich grüße dich, Lara. Okay, aber ich würde sagen, wir gucken uns erst mal das wunderschöne neue Haus an. Und zwar, hier unten ist es auch schon. So, ich hoffe, ihr seht das alles perfekt, ja? Wenn irgendwas nicht passt, dann, ja, schreibt es rein. Ähm, ja, genau, nämlich haben wir hier ein Haus und da spawnen wir also, beziehungsweise, was heißt Haus? Estate. Und da gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Ah, ja, warte, das spawnt jetzt erst mal ein bisschen, ja. Mhm. Bisschen Ohio-mäßig. Ich grüße dich, Noah. Und Raona. Ich hab schon richtig ausgesprungen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir, Lena? Alle abonnieren? Ja, Leute, lasst alle mal ein Abo auf dem Channel da und, äh, lasst doch ein Like da. Warum nicht? Ich weiß gerade auch nicht, wie viele Likes wir haben. Warte. Hab ich keine Ahnung. Seh ich nicht. 37 Likes. Ey, danke schon mal für 37 Likes, aber hier sind 81 Leute im Stream. Leute, lasst doch ein Like da. Oh mein Gott. Das ist ein Palast. Das ist kein Palast. Das ist, äh, so, äh, das weiße Haus, so sieht es auf jeden Fall aus. Wo der Präsident drin lebt. Wisst ihr, was ich meine? Und, äh, ich hab schon mal ganz kurz hier reingeguckt und zwar bis hier hin und da steht hier auch Präsident Brookhaven. Also, keine Ahnung, Leute. Aber bevor ich das jetzt hier mir genauer angucke, gucken wir uns das Ganze erst mal von außen an, ja. Hier haben wir erst mal so einen kleinen Mini-Brunn oder so, keine Ahnung. Halt für King und Queen. Hä, was ist für King und Queen? Hab schon gesehen, hat Heli, hat Heli? Hä, wo denn? Oh mein Gott, ist das echt ein Helikopter-Landeplatz? Wie krass. Hä, man hat einfach so einen privaten, äh, Hubschrauber oder was? Das ist echt krass. Muss essen gehen, guten Hunger wünsche ich dir. Ja, also hier ist irgendwie der Hintergarten mit so einem kleinen Pool mit so eigenen Liegen oder so, was richtig krass ist. Dann halt einen privaten Heli, aber dafür braucht man ein Premium oder was? Oha, oha, ehrenlos, dass man dafür ein Premium braucht. Aber, im Großen und Ganzen, das Haus von außen sieht sehr schön aus. Ich hab's noch nicht von innen angeschaut, das heißt, das müssen wir noch machen. Bin ich zu spät? Barbecue? 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 Nein, du bist nicht zu spät, das ist jemand gerade erst angefangen vor 10 Minuten, vor 10 Minuten. Ich bin seit 10 Minuten live, was knapp. Okay. Geh zur Schule, warum soll ich zur Schule gehen? Warum soll ich zur Schule gehen? Be, 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 ja, also, gucken wir uns das ganze Haus erstmal aus. Bin aus zweitem Account, deswegen keine Mitgliedschaft. Oha, warum ist das zweitem Account online? Hm, 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 hm. Ich glaube, jetzt Mayo Merch habe gestern von Lamy Bobax bekommen. Oha, Lamy, richtiger Ehrenmann aber. Be, 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 heute sind, heute sind, ja, ja, es kann sein, dass Lamy morgen noch mal zu mir kommt. Lamy war am Dienstag schon hier. Vielleicht kommt er da noch mal vorbei. Aber gut. Lamy stinkt, das stimmt. Das, das, das stimmt, ja. In der Schule ist auch Updates. Okay, das gucken wir dann gleich an. Okay, das gucken wir alles, gucken wir alles. Alles mit der Ruhe. Ich habe hier alles, okay, nicht alles, aber ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, okay, ja, das heißt, das gucken wir auch gleich. Erstmal gucken wir uns aber dieses neue Haus an. Warte, sollen wir, warte, wir machen ich hoffe, das ist laut genug, oder? Ist es laut genug? Wo ist Sadie? Äh, keine Ahnung, irgendwo in Deutschland? Ich weiß nicht. Der sollte aber gleich wiederkommen. In, keine Ahnung, ein paar Tagen. Konnte wieder zurück nach Madeira und dann macht er auch wieder Videos und so. ein bisschen leise. Ist so besser? W-O-P. Eins? Warum eins? Was? Erstmal habe ich schon ewig nicht geschaut und Schulupdate ist nice. Oha, 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 barbecue und Lami Schuh. Was? Musik lauter? Ja, passt. Okay, okay, ich hoffe, das passt jetzt. Danke, Gerra. Weiß jemand, wieso Flauschi keine Videos macht? Warum fragst du das hier in meinem Chat? Okay. Was? Ich gehe meiner Mutter weit helfen. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis später dann. Okay, also. Oh man, was ihr alles da reinschreibt. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal das Haus an. Also, das ist irgendwie dieses Präsidentenhaus oder sowas. Warte mal, bist du Lami? Nein, hä? Oh man, Leute. Flauschi hat Angst vor Lami und macht darum keine Videos mehr. Deswegen war es so krass. Stellt euch vor, das ist echt der Grund. Wer weiß, wer weiß. Okay, und ja, ich glaube, Candy hat doch auch drauf gehört. Aber gut, egal. Ja, also hier, Präsidentenhaus geht es erstmal nach links. Gucken wir uns hier an mit einem krassen Tisch oder so. Warte, irgendwie wurde gesagt, man kann, warte, du hast doch gesagt, man kann durch Bilder durchgehen, oder? Was hast du eigentlich für Fresh? Merch an? Ist das Mayo-Merch? Du hast zwei Emily Capes ineinander? Okay, interessant. Interessant, sehr krass, ja. Achso, lol, das passt dann voll gut mit den Farben zu, mit diesem Mayo-Shirt. Oha, wie krass. Let's go. Let's go. Nichts zu tun. Okay. Hier haben wir, glaube ich, die Küche, die irgendwie voll riesig ist. Was ist das? Warum ist die Küche so riesig? Candy hat auch aufgehört, oder macht eine Pause. Ja, habe ich auch mitbekommen. Irgendwas in diese Richtung. Gibt es da eigentlich irgendwas Neues? Also, hat eigentlich Candy da was Neues zu gesagt, oder Flauschi, oder irgendwer? Bis. Candy, die Musik ist cool, kenne ich nicht. Du kennst Banani nicht? Wie, du kennst Banani nicht? Okay, alles klar, du kennst Banani nicht. Da musst du auf jeden Fall mal ein bisschen Banani anschauen. Okay, hier haben wir einfach die Küche, ja. Ja, sehr interessant. Irgendwie ist der Tisch voll klein, im Vergleich hier zu diesem Tisch. Keine Ahnung, was abgeht. Candy, du Noob. Du hast eine Banani, oha, warum? Candy hat einen Comeback Song gemacht. Ich habe gesehen, Candy hat einen Comeback Song gemacht. Ja, der Song ist aber voll gut, oder? Hat sich schon mal gehört? Wie findet ihr den Song? Sui. Ja, also, die Küche sieht interessant aus. Hier haben wir, oha. Oha, warte, was? Okay, 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 hier haben wir eine goldene Statue und wenn ich nach hinten gehe und auf die Statue draufklicke, ja, warte, kann ich euch das zeigen ganz kurz? Warte, Moment. Äh, hm. Jetzt, da, jetzt seht ihr meine Maus, ja? Und zwar, wenn ich da drauf drücke, hier, zack, dann bin ich einfach hier drin und ich kann dann zum Tresor gehen und hier mein Geld klauen. Na toll. Ich hab mein eigenes Geld geklaut, was geht ab? Der Mut. Darf ich mitspielen? Ich werde später auf jeden Fall den Link senden. Mike, kannst du bitte wieder zu Gamescom kommen? Ja, vielleicht komme ich schon zu Gamescom. Wer weiß, wer weiß, Leute, wer weiß. Und dann können wir uns doch alle treffen und ja. Sui. Was? Warte mal. Präsidentin Aileen. Ich glaub, Aileen träumt ein bisschen zu viel, Leute. Was haben wir hier? Ein kleines Badezimmer. Ey. Was macht ihr hier? Was? Okay, okay. Tschüss, Leute. Okay, okay, okay. Alles klar. Was hab ich verpasst? Hier ist irgendwie ein Schlafzimmer. Okay. Mayo, letztes Mal, äh, Dings, was du geschickt hast, das hat man dir beigetreten, Dings, letztes Mal. Was? Mayo, letztes Mal, wegen dem Dings, was du geschickt hast, hat man dir beigetreten kann. Dings, letztes Mal, hast du meine, was? Du hast deinen Account verloren, weil du auf den Link von mir geklickt hast, dann war es auf jeden Fall kein Link von mir. Bist du nächstes Jahr auf der Gamescom, weil ich denke, dass ich da da bin? Äh, ich glaub schon, ja? Wahrscheinlich schon. Aber wir haben uns doch schon auf der Gamescom gesehen, oder, Lena? Ich glaub, ich erinnere mich an dich. Du hast doch, du hast doch ein Video gemacht für, für irgendwen hast du ein Video gemacht? Keine Ahnung. Wer trau? Nee, 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 wie 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 ok ja es gab also unten gibt es nichts interessantes erwartet ihr könnt aber gucken ob irgendwo hier durchgehen können oder auf bilder klicken können oder irgendwas also auf die goldene statue kann man dafür klicken dünner ohne tomaten 100 prozent 100 prozent ohne tomaten ich bin im kamin besser candy und flauschi oder labi und emily diesmal die nachricht ich habe doch gelesen wie wäre es besser was ist für eine frage wenn wir uns treffen kannst du dann wieder mit mir machen mit lami filter für mich wäre cool also meinst du nicht so dass das dass wir so ein kleines video machen wo ich keine ahnung ich grüße oder so meine sui baby vertrau endlich hast du gelesen immer gerne an die tomaten richtig so ok gehen wir nach oben ja wir müssen echt mal nach oben gehen also hier nach oben gibt es auf jeden fall eine weitere etage ach du heiliger wie sieht das hier aus ok ich dachte da kann man stehen warte man fällt einfach runter wenn man da hoch geht warte ja man fällt einfach runter das war's ende ok dann haben wir hier einen ok leute was denkt ihr was das da ist ok alles klar keine ahnung was es ist aber ja ein büro mit einem computer glaube ich irgendwas in die richtung i don't know keine ahnung ein raum ok ja ein raum wie heißt es auf roblox mario unterstrich nese warte ich glaube ähm da jetzt ist es unten rechts eingeblendet seht ihr das da so ist er mein roblox name und unten drunter steht der gruppe meiner roblox gruppe genau so ich hasse tomaten tomaten schmecken nicht auf döner und auch normal richtig richtig genau meine rede ich sehe nix ja du bist auch chiara ok warte äh ne kann man auch nicht durch bilder durch oder so ok was haben wir hier ich glaube das hier ist der raum vom präsidenten oder von der präsidentin ja aber du bist halt nur präsident geworden weil du könig zwiebel merch an hast ja nur deswegen folgt mir alle auf roblox genau leute folgt mir alle auf roblox ich hab keine ahnung wie viele follower ich hab irgendwie aber folgt mir alle auf roblox was aileen ist krass aileen ist krass ok ok das hätte ich jetzt auch an der stelle gesagt aber hier ist auf jeden Fall der raum für den präsidenten warte was da oben kann man da kann man nichts machen hier ist auch eine uhr ok ohio was haben wir hier warte was ist das mhm da steht drauf alle liken ok es geht euch ihr lasst alle mal ein like da hier haben wir ein spiegel glaube ich oder so was keine ahnung laut und deutlich aileen ist krass Mario jetzt ist es wirklich weg ich hab's weg gemacht warte hier ich kann es auch einlassen soll ich einlassen sag mal Amira ist krass ja Amira ist krass ihr seid alle krass leute was genau Loll, was ist das oben? Okay, warte, wir gehen gleich noch hoch, würde ich sagen. Warte, was schreibst du? Ich werde es nicht lesen. Komm, ich zeig... Was, was, was? Ich sehe es nicht. Komm, ich zeig dir... Warte, ich muss kurz lesen, was da steht. Komm, ich zeig dir was Schönes. Okay, let's go. Das heißt, wir haben hier erstmal ein Schlafzimmer, was wir hier sehen. Warum nicht? Sag mal, Kain ist das. Kain, du bist krass. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Kain ist krass. Ja, doch, sollte richtig sein. Wie blöd bin ich auf den Stream die ganze Zeit verzögert geguckt? Oha, good move. Okay, was ist... Ey, Leute, ohne Witz, was macht ihr hier? Was, was macht ihr? Ja, was soll ich sagen? Was macht ihr hier? Oh mein Gott. Warte, warum ist... Ey, wait, was... Warum... Warum... Warum bist du hier auf Klo? Du warst da einfach mit bei dem Zeug hier? Ah, wait, du bist genau so... Oh mein, ah, wait, ist soos, glaube ich, Leute. Schreibt alle mal, dass ah, wait, soos ist. Ja, ja, genau, ja, wenn ah, wait, da auf Klo ist, ja, dann ist es auf jeden Fall Poison. Ja, 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 genau. Oh man, ja, da würde ich auf jeden Fall nicht mehr reingehen. Ja, ähm... Ja, ich hoffe, der steht nochmal auf, A-Way. Wenn nicht, ähm... Ich sag deiner Mama, du hast sie lieb, okay? Okay? Äh, äh, okay. A-Way ist verschwunden. Alles klar. A-A macht A-A. Richtig. A-A macht A-A. A-Way, da ist das die Pupsi. Ja, richtig. Alle schreiben A-Way ist sus. K-Way ist sus. Wer ist denn K-Way? Oder so. Hab richtig Sixpack. Du hast Sixpack? Oha, du hast echt Sixpack. Du bist so ein Sasa-Online-Date, oder was? Oh man. Meist, cool. Dankeschön. Ihr seid aber viel cooler als ich. M-M-M-M. Lamis Fuß? Mir fällt das jetzt alles aus. Was habt ihr alle für Namen? Lamis Staubsauger. Lamis Schatten. Lamis Fuß. Oh man, oh man. Mayo ist nicht cool. Klar, natürlich kommt das von dir, Kiara. Oh, oh. Okay. Warte, gibt's hier oben... Ah, da wollte ich noch hochgehen hier. Die Leiter. Mayo ist ein Sassy-Boy. Nicht ich. Nicht ich. Ihr seid alle Sassys, ja. Warte, wie kann ich hier... Da, zack. Ja, let's go. Okay, okay. Wir haben die besten Ideen für Namen. Stimmt wirklich? Stimmt wirklich. Oh man, ey. Passt du da Zuschauer? Stimmt. Oha, krass. Ich bin Fuß? Du bist Fuß. Oh man, ey. Mayo, spring runter. Wo? Hier runter? Hier ist... Okay. Also hier ist auf jeden Fall... Hier kann man auf jeden Fall drin chillen, ja? Ja. Ich bin runtergesprungen. Aus Versehen sogar. Ich bin komisch. Das ist nicht schlimm. Komisch zu sein ist cool, ja? Du bist der Beste. Nein, du bist der Beste. Oder die Beste. Gib mal Roommate. Äh. Ja, dafür musst du stehen bleiben. Warte. Achso, ich hab... Äh. Roommate. Warte. Hier. Du auch. Roommate. So. Perfekt. Ambulkhaven. Mayo riecht nach Döner. Ich will einen Döner essen, Leute. Ich will einen Döner essen, aber es gibt doch wohl die Realtkeit Döner. Warum bin ich gerade durchs... Ich bin einfach gerade durchs Dach gefallen. Fuß plus Mayos Nagel gleich Mayos Fußnagel? Ich bin der C, der C tut ein. Mayo, so ein Susi. Warum ich? Was hab ich denn getan? Mayo riecht nach Käsefuß? Nein, nein. Candy riecht nach Käsefuß. Wann wieder Ahmungas mit Lamy, Dania, Emily, A, Pups, A, Bauch und Vitamine? Hm. Müssten wir bestimmt irgendwann mal machen. Müssten wir eigentlich sowieso. Irgendwann mal machen wir das wieder. Hoffe ich. Lies meinen Namen vor. Lamys Lea Herzpower. Hab ich richtig gelesen? Mit der Erfrischungsstäbchen? Was sind Erfrischungsstäbchen? Das stimmt 1+. Was stimmt 1+. Achso, mit Candy. Candy ist ein Noob. Candy ist ein Noob. Mayo, Zwiebel. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall Zwiebel. Ey, Mann, ich will mir das hier jetzt angucken. Können wir gucken uns das an. Okay, ganz schnell, ja. Wir haben hier hinten... Ich kann es nicht mal sagen, was das hier ist. Leute, wisst ihr, was das hier sein soll? Absolut keine Ahnung. Dann haben wir hier hinten auf jeden Fall ein bisschen... Ja, ein Baum. Aber das ist uninteressant. Das heißt, lassen wir den Baum einfach mal ein Baum sein. Dann haben wir hier hinten ein Pool. Ja, mega krass. Ja, hier kommen wir für einen schönen... Ja, Pool, warte. Gibt es hier irgendwelche Secrets? Glaubt ihr, gibt es Secrets? Schickt mal einen Link, du Stinkepups. Ich werde euch danach auf jeden Fall einen Link schicken, wenn ihr Lust drauf habt. Bist du dabei? Hackel mit deinem Popo. Hm. Hin und her. Das sieht... Majo plus Antitomaten gleich Majos Döner? Richtig! Ey, wie viele von euch mögen eigentlich Tomaten? Warte, wenn ihr Tomaten mögt, dann schreibt einzelne Chat. Und wenn ihr keine Tomaten mögt, schreibt zwei in den Chat. Das würde mich jetzt interessieren. Und derzeit schauen wir hier ein bisschen weiter. Warte, ich kann den Chat auch einblenden. Oh, oh. Let's go! Ja, ja, ja. Auf jeden Fall ganz viel Eins. Oha, das sind ja noch mehr Eins und das Zwei, oder? Obwohl, das sind halt viele Leute, die einfach noch... Also mehrmals reinschreiben. Den Sassi-Tanz. Kannst du einen Joint da machen? Ich werde später auf jeden Fall den Link schicken. Oder vielleicht können wir ja echt Joints da machen. Obwohl, nee, das geht nicht auf Privatserver, oder? Wurde gebandt von Roblox? Was hast du denn gemacht? Ah, die Tomaten 2. Okay, richtig so, richtig so. Geh doch mal zur Schule. Ja, wir müssen hier alles erstmal durchgucken. Aber ihr schreibt halt zu viel und ich rede halt viel mit euch. Oh Mann, okay. Warte, wir schauen uns schnell das hier fertig an. Hier haben wir diese eine Stelle, wo man einen eigenen Helikopter einfach platzieren kann. Wie krass. Ey, ohne Witz. Warte, lass mal da reingehen. Ich bin falsch. Da, da. Okay, let's go. Warte, nein, das war falsch, oder? Warte, wie kann ich fliegen nochmal? Hä, ach so. Ah, okay, ich muss ein bisschen warten. Ja, okay. Also erstmal weg vom Haus, würde ich sagen. Und, äh, wir gehen in Richtung Schule. Warum vier? Warum schreibt ihr jetzt vier in den Chat? Meier hat Fliegen verlernt. Ah, Mann. Ich hasse Tomaten auf Döner. Schmeckt weich, weich. Let's go. Oh mein Gott. Das, äh, ja. Okay. Alles klar. Dann habe ich die Schule. Ich muss was trinken, glaube ich. Ich habe Wasser. Leute, einfach portugiesisch Wasser. Was ist das? Nur so, nur so. Wir, dass du stinkst. Warum frage ich mich überhaupt? Ey, Leute, was macht ihr? Was bist du? Gisga, gaga, gaga. Okay, okay. Aha. Okay. Alles klar. Keine Ahnung. Hab mei, oh Mitch. Oha, du bist ja richtig heftig. Warte, so jetzt kann ich den Chat wieder kurz ausmachen. Obwohl, ich kann den Chat doch eigentlich anlassen, oder? So. Sie kann... Au, au, au. Au, au, au. Machen wir mal mit, Chat. Okay. Leute, Leute, was ist neu in der Schule? Leute, was ist neu in der Schule? Lass uns das alles mal angucken. Ich weiß es selbst nicht. Ich kann kurz gucken. Warte. Äh. Schule, Gym und Stage. Also zwei Sachen. Einmal, oha. Oha, was geht hier ab? Aber warte, ist das nicht voll dunkel hier drin? Warte, kann ich hier irgendwie ein Licht anmachen? Lol. Lol. Das ist cool. Ach so, okay. Ja, toll. Also Leute, ich will sagen, ja, ich stinkt alle nach Pups. Und lass ein Abo da. Aber was habt ihr hier gemacht? Richtig heftig. Also hier ist auf jeden Fall was. Dann können wir hier Basketball machen. Das ist das, was man kennt so. Voll langweilig. Dann gibt es... Was hast du gemacht? Warte, lass mal alles der Reihenfolge. Dance. Ja, dann kann man hier tanzen. Ey. Dance, dann kann man hier auf jeden Fall tanzen, wollte ich gerade sagen. Dann hat man hier wieder ein Mikrofon. Da kann man sagen so, hi Leute, ihr könnt alle nicht tanzen. Ich tanze aber noch schlimmer. Warte, dann muss man es so machen. So, gehen wir nach unten, dann macht man hier Tanz. Und dann sieht das cool aus. Let's go. Ich weiß nicht, warum ich auf der Bühne tanze. Aber was machst du? Tanzt du mit? Okay, keine Ahnung. Ja genau, tanz den Sassi-Tanz. Eigentlich stimmt halt wirklich. Tanz einfach den Sassi-Tanz. Ach du heiliger. Okay. Let's go. Dann haben wir hier noch Meeting. Okay. Für irgendwelche halt, keine Ahnung, wo man sich so hinstellt. Da sitzen Leute und sagt mal so, ich werde eine Party machen in der ganzen Schule oder so. Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Was soll ich sagen? Ach, Krups. Ja, dann haben wir Gymnastik. Genau, das ist das hier, was du hier schon gespawrt hast, oder? Dann zeig mal her, Profi. Ja, zeig mal, was du machst. Ja, 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 ja. Cool für Musikvideo. 100%. Oha, 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 Profi. Oha, habt ihr das gesehen? Warte, soll ich es auch mal versuchen? Ja. Let's go. Okay, warte, hier ist eine Leiter. Okay. Ach so, man kann da hoch. Meli, oh, 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 oh. Okay. So. Dann kann man hier lang, ja. Okay. Also auf jeden Fall richtig cool gemacht. Warte, was macht man hier nochmal? Hier muss man sich so festhalten, oder? Mach ich das gut so? Mach ich das gut? Bewertet mal von 1 bis 10 im Chat, Leute. Jetzt mal ehrlich, mach ich gut? Bin ich Profi? Ja, ja, gut, ja, nee. 10, 10. Unendlich von 10, 10. Minus 10 von 10. Ja, 1000 von 10. Okay, okay, okay. 1 von 10? Warum 1 von 10? Das sieht so aus aus. Was? Das sieht so aus aus. Aus, aus. Fresh. Richtig gut von 10 von 10. Okay, okay. Danke. 0. Minus 10. Oha. Okay. Okay, ich hab mir Mühe gegeben, okay? Melody. Okay. Was bist du? Bist du ein M&M oder so? M&M und doch. Mario Pro? Ja, ne? Finde ich auch. Warum hab ich 4%? Haha, ich hab, ähm, 47. So, Pool gibt's hier noch. Oha. Oha, das sieht dann richtig aus wie so in der Schule, oder? Ja, außer, dass es das nicht gab. Also bei mir nicht. Wir hatten immer nur das hier, nur 10 Mal größer. Und sowas hatten wir gar nicht, so mit diesem Sprungbrett und so. Und dann machen wir ein Blub. Okay. Also. Schwimmen jetzt, äh, 20 lenken. Let's go. Du. Du, hier, ne? Warte, das ist, glaub ich, Aileen, oder? Ist es Aileen? Ich kann's nicht sehen. Auf jeden Fall 10 Mal schwimmen. Hopp, let's go. 10, 10. Wie sagt man das? Lenken, ja? Sagt man das so? Wie, warte. Nein, ich warte. Du sollst schwimmen. Oh. Da ist jemand schon... Ist mich? Nein, auf gar keinen Fall. Okay, okay, okay. Let's go. Profi, Profi, komm, zeig mir deine Profi-Moves. Ja, ja, ja. Let's go. Warte, bisschen hoch. Ja, ja, gut, machst du das? Ja, oh mein Gott, ich kann nicht. Warte, wir gehen nochmal nach oben. Achso, okay, let's go. Let's go, du schaffst das. Du schaffst das. Ja, ja, ja. Ja, stark, Profi. Okay, oha, da kennt sich auf jeden Fall jemand aus. Ups. Let's go. Oha, jetzt machen die ein Wettrennen, glaube ich. M&M's kann nicht schwimmen. Ich glaube auch nicht. Mit dem Heidepark. Oha, viel Spaß. War Freecam nicht deaktiviert? Ja, während dem Oster-Event. Aber das war nur, ich glaube, für die ersten zwei Tage oder so. Okay, 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 okay. Also, Profi, was macht M&M da? Was machst du? Hallo, du sollst schwimmen, ich springen. Hallo. Okay, okay. Es ist okay. Ich folge dir auf Roblox. Ihre Pupskopf. Wie macht man das mit Fliegenkamera? Also, auf Computer mit... Warte, ich zeig's. Warte. Ähm, da. Warte, warte, ich muss mich selbst mal kurz angucken. Warte. Da. Da drücken. Und, äh, warte, P. P, genau. Genau, das ist alles. Und dann klappt das. So. Töner. Nice, das ist Tua. Danke. Guckst du im Turm? Ja, let's go. Zeig mir deine Moves. Oh, jetzt sitz ich da. Ja. Let's go. Du hast gefilmt, oder was? Oh, man. Kannst du Lifts grüßen? Ich grüße Lifts. Lifts, wo bist du? Wir vermissen dich, ja? Okay, let's go. Äh, da noch hier hin oder so, ne? Bei Stage, oder? Ist das mit Stage gemeint? Aha, okay. Da gibt's jetzt solche Dinger, okay. Die Sitze haben sich auf jeden Fall verändert. Warte, was ist hier noch? Nix Neues? Ne. Scheinbar nicht. Oha. Warte, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Hey, warte, warum bin ich jetzt hier? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was machst du? Warte, lass mal City. Also Stadt. Ey, warte doch mal. Warte, City. So, okay, okay, warte, warte, warte. Hä, das ist nicht City. Das ist City, oder? Ist das hier City? Das ist doch nicht City. Oder? Ne, das hier ist City. Okay, okay, okay. Das ist auch nicht City. M&M's Eiergert Mario. Ja, ich werde von M&M's Eiergert, Leute. M&M's, M&M's Eiergert. City? Ey, ohne Witz. Ohne Witz. Warum? Hä? Warte. Du. Okay, ich verstehe gar nichts mehr. Egal, es ist egal. Magic, ja, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Warum bist du jetzt sie? Und sie ist jetzt einfach M&M's. Hä? Ne, warte, warum ist... Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich verstehe einfach gar nichts. Es ist noch verwirrender als vorher. Wie kommt ihr alle hier drauf, vor allem? Okay. Lass uns das mal City machen, ja? Und uns das Ganze angucken hier, ja? Ist das hier City? Das ist Melee. Okay, ich keine Ahnung, wer das ist, aber... Hallo, Melee. Ja, also das hier ist, glaube ich, City. Mhm. Ja. Also, ich hoffe, das ist City, oder? Ja, scheint so. Dann haben wir Grease. Was steht hier? Wird nicht geändert, wenn mehr als eine Person... Oh. Du musst da weggehen. Du musst weggehen. Weggehen. Das geht's nicht. Da steht, das kann nicht geändert werden, wenn mehr als eine Person da drauf ist. Okay, warte, haben wir jetzt Grease gemacht? Was ist denn Grease? Was bedeutet Grease, Leute? Mayorka, bitte die Welt nicht mehr. Ich verstehe gar nichts. Ohne Witz, ich verstehe wirklich gar nichts. Oh, ich verstehe gar nichts. Ich heiße Klara. Klara, was geht ab? Mayorka, ignorier dich nicht. Ich ignorier dich nicht. Was hast du geschrieben? Link. Ich werde auf jeden Fall später nochmal den Link reinschicken, aber noch nicht jetzt sofort. Okay. Ja, das hier ist so... Ich kann es euch nicht mal sagen, Leute. Was soll das sein? Hallo. Hi, was geht ab? Was machst du da? Heute mache ich. Okay. Was hast du für eine Show für uns vorbereitet? Heute mache ich M&M's Song. Oh nein. Oh nein. Nein, du machst M&M's Song für euch extra. So, okay. Ja, auf jeden Fall. Sehr krasser Song, muss ich sagen. Wirklich krass. Ey, ohne Witz, die Lyrics, Leute. Die haben mich berührt. Okay, das war's. Die Show ist, glaube ich, vorbei. Ja, okay. Hier haben wir auch irgendwas. Salon, Bank, irgendein Geschäft. Okay, okay. Warte, warte, warte. Home? Was ist Home? Ah, ich kann das nicht wechseln. Ach so, du bist immer noch nicht fertig. Hallo, es reicht. Es ist vorbei. Kannst du, Janik, grüß dich. Grüß dich, Janik. Ich mache auch M&M's Song. Oh nein, Leute. 1000 von 10, der Song. Wann dein Song? Zwiebel-Song? Bald irgendwann. Wie hat's euch gefallen? Leute, wie hat's euch gefallen? Schreibt beim Chat. Wie war der M&M's Song für euch? Abo und Like, definitiv Abo und Like. Perfekt, mega. Unendlich von 10. M&M's Musikvideo, Beste. Oh, Mann. M&M's ist so cool. M&M's Song. Okay, warte, warte. Kannst du bitte Emma grüßen? Das ist eine Freundin von mir. Das ist ein sehr großer Fan von dir. Hatte vor drei Tagen Geburtstag. Und sie würde sich sehr darüber freuen. Also, ich grüße dich, Emma. Was geht ab? Alles Gute. Das ist deinem Geburtstag nachträglich. Das ist vor drei Tagen Geburtstag. Alles Gute. Sui. Bye, Giu. Was war denn gestern? Keine Ahnung, was war gestern? Na, 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 na. Bald 50.000 Abonnenten. Oh, nein. M&M's hat Community. Och, Mann, Leute. Och, Mann, Leute. Alles klar. Was haben wir noch hier? Warte, ich kann nichts ändern, wenn ihr da seid, glaube ich. Ihr müsst alle mal weggehen da. Leute. Home. Also, Haus. Haus. Warte, habe ich meinen Roblox? Auf Deutsch? Deutsch. Okay. Ich glaube, es hat nichts verändert. Ich dachte, ich habe meinen Roblox auf Deutsch irgendwie. Keine Ahnung. Kannst du... Äh. Was? Bei 50 Grad gibt es Fuß wie wir? Ja, das hoffst du. Hä? Was haben wir jetzt hier? Nein, ich will Haus. Home. Home. Leute, home. Home? Maiho, ich bin Kahin. Kahin? Okay. Hallo, Kahin. Ist das home? Ah, das ist home. Hä? Man kann ja voll in die Serie machen. Also, Leute. Ja. Willkommen zu meiner neuen TV-Show. Richtig krass, ja. Mit dabei ist... Mario-Fan. Mit dem besten Merch aller Zeiten, ja. Dann, äh... Zwiebel-Fan. Mhm. Mit König-Zwiebel-Merch. Äh... Dann, äh... Der originale Mayo. Und das war's. Das war's. Mayo, du stinkst nicht. Danke. Danke. Mhm. Mayo, gestern war Barbecue-Tag. War gestern Barbecue-Tag? Und Barbecue-Tag? Polizei, hier ist eine kleine Mayonnaise und sie sucht ihren Käsefuß. Was? Wer sucht Käsefuß? Kennt ihr ab Käsefuß? Das weiß ich auf jeden Fall. Hallo? Hallo, hallo? Vertrau... Ey, Leute. Ihr macht hier einfach so... Orange! Du bist voll bekannt bei mir jetzt. Letztens schon warst du auch schon da, ne? Orangenkopf. Schau sie, Lisee. Wenn ich nicht mit Ado sehe, ja, da tut es mir ganz weh. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. oh mein gott man dir man kann erst wenn ich den link habe ich habe keine ahnung wo die alle her kommen ich glaube die haben wahrscheinlich den link noch von letztes mal warte ist die show jetzt vorbei ja sehr coole show man keine ahnung kannst du mal da bist du zwei spielen ja wir können danach mehr da bist du zwei spielen okay okay wir können mal da bist du zwei spielen ist okay ist okay wir können das machen ich habe dich befreundet ja du aber warte hier lahm im typ keine ahnung und und hier und und hier dings ein dien auch nicht ja oh mein gott danke was wofür danke das habe ich gemacht was okay ach so wenn du bist du ja okay jetzt wird es verstanden okay lass mal hier was ist also empty stage ist wahrscheinlich lehre lehre stage also das was man kennt okay dann hatten wir alles das hier ist western was ich mich dich mario auf gar keinen fall so empty stage gibt es noch warte und das ist ja das ist normale ok leute ihr habt ihre teller vergessen natürlich aufgegessen oder was eine million okay das war das jetzt alles nee oder das war noch nicht alles vom update oder warte vor ostern steht da noch neun neue props ok also nichts wichtiges mehr wir haben noch neu in neue props aber keine ahnung props sind irgendwie findet ihr props unwichtig oder oder findet das mega krass wichtig oder so bei mir props sind mir voll egal ich habe auch keine ahnung was hier neu sein könnte das hier ach so man kann es jetzt einzeln auswählen warte mal seit wann gibt es sowas hier und ich kann es nicht passieren oder da dann gibt es häuser mehr als so eine million hat sich gelohnt und mega krass wichtig was mir krass wichtig props braucht man eigentlich nicht ja wirklich es ist cool so einige props zu haben wie so bettisch und so keine ahnung aber alles andere ohne willst braucht man nicht ist nice mehr p ja verstehe ich schon ein bisschen unwichtig ja für mich ich finde es auch ziemlich unwichtig eigentlich wie ein rockstar oder emily was ist eine frage das kann ich ja nicht mehr beantworten also ich mag beide beide sind cool und nett und und toll und meine freunde hallo leute hände hoch was ist mit was ist mit m und m passiert was passiert beides manchmal nützes was beides manchmal nützes etwas aber manchmal nicht ja das stimmt die ps5 ist warte wo gibt es denn die noch mal hätte ich habe vergessen wo die ist dings ist mega cool play button play button dass das gibt es cool ich habe leider keine ahnung wo playstation 5 ist m und m wurde geschminkt von chicken nuggets ich glaube auch aber auch oder bapu das ist auch sehr sehr schwer keine ahnung was soll ich sagen also kann ich kann nicht zwischen so freunden entscheiden kennst du haben das gesicht logischerweise schon ja mal dein mund dünner ja dann wird mein bauch halt rund labi war doch am dienstag auch noch hier genau ich glaube ich schön wunderschöne leute ich kann leider nicht mehr sagen als das gestern war donnerstag ja aber am dienstag war hier ja irgendwann dienstag dienstag ganz spät nach dem stream er sollte jetzt zwiebeln bringen ja stimmt du hast ihm ja gesagt er soll mir zwiebeln mitbringen hat mir aber keine mitgebracht ja er hat mir keine mitgebracht stattdessen hat er mich angepupst spaß aber die haare geschnitten also was heißt haare geschnitten nur seiten halt geschnitten aber er hat es geschnitten ja mann mein hals okay meine erste wasserflasche ist leer ich habe aber noch eis themen hat lami wasserrutsche als haare wie wasserrutsche was meint ihr damit hätte glatze machen sollen nein quatsch was passiert es ist m&m verletzt dann bring ins kranken aus schnell geht ins krankenhaus weiter wasser geschrieben mein kind ok 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 leute was habt ihr geschrieben warte ich muss euch das zeigen warte seht ihr das was schreiben die oh mein gott candy du heute heidens sieg wollen wir heute heidens sieg machen was habt ihr lust dass wir heidens sieg spielen candy du noob oder sollen wir erst mal murder mystery und dann später heidens sieg oder erst mal heidens sieg und ich habe keine ahnung was sollen wir machen ich habe lust alles zu spielen leute wir machen heute zehn stunden stream habe ich gehört abenteuer spiel elimination tower was das google mal wasserrutsche wasserrutsche soll aber ich weiß noch was eine wasserrutsche ist du meinst ich soll wasserrutsche frisur googeln oder so frisur ich habe frisur falsch geschrieben wie meinst du weißt du das hier warte das kann ich das zeigen warte 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 okay ich kann es nicht gut zeigen aber das ist das was bei mir rauskommt candy du noob das ist ein tower wo kandidaten gegeneinander antreten und am ende gewinnen das ist richtig lustig also elimination tower heißt das oder was okay warte dann okay da müssen wir so viel aber machen dann elimination tower heißt das warte 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 ich mache das alles hier mal kurz breite alles kurz vor okay warte ihr könnt währenddessen hier ein bisschen unterhalten was cooles machen in der zeit mache ich hier ich bin ein supasta eine gefahr ich komme nicht klar warte ist das hier das hier ist das richtige was geht ja ist richtig okay ich glaube hier den ihr seht den link hier schon wunderschön oder warte ich muss kurz blub alle habe ich alleine gelassen was macht ihr leute okay danke für die unterhaltung let's go ich gehe auf den server können wir jetzt in stream das freut mich zu hören oh mein gott larmi wie oh mein gott larmi warum ist da musik da steht einfach jason warum steht das da habe ich das schon mal gespielt warum steht einfach mein name kratze alles klar ja hast du habe ich echt wo steht das denn früher haben wir das mal gespielt oft gespielt also ich habe null mal gewonnen bin ich ein noob oder was okay leute schaut alle in den chat ich würde sagen ich schicke den link jetzt rein es ist alle in den chat schauen zu zu okay let's go ich schicke den link in den chat let's go ihr könnt es alle drauf gehen nachricht anpinnen ist angepinnt noob ja 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 wir brauchen link ihr habt den link ihr könnt jetzt alle drauf kommen ja die ersten sind da was geht ab man mein hals 100 likes echt haben wir 100 likes krass ey Leute danke für 100 likes ihr seid die heftigsten 101 oha lalalalala lalalala lalalalala lalalala 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 ok ähm ja ihr müsst mir ein bisschen sagen was mache ich hier im spiel einfach hier unten auf joint game drücken oder was das ist dann alles bist du auch krank äh kann sein keine ahnung ich merke mittlerweile bei mir nicht dass ich krank bin aber es kann auch einfach sein dass ich so laut schreie die ganze zeit dass meine stimme einfach kaputt geht Oder dass ich zu wenig trinke Warte, muss ich anfangen? Was müssen wir machen? Achso, noch nichts Okay, warten 90 Sekunden warten Wie cool? Ich kann nicht rein Ja, ich glaube, der Server ist voll, oder? Leider Okay Was müssen wir machen? Das Spiel startet jetzt Ich habe gerade voll gespuckt Oha Wie kommt man den Link? Ja, wenn der Server halt nicht voll ist, kannst du das machen? Kannst du einfach reinkommen, wenn du auf den Link klickst? Okay Ich habe keine Ahnung, was es hier alles gibt Shop Also, alle Runde, keine Ahnung Irgendwas mit Challenge Was ist das denn? Ich habe das noch nie gespielt Habt ihr 14 Wins? Ich habe 0 Also entweder bin ich ein Noob Oder ich habe es halt noch nie gespielt Die Sonne lacht Mir eine Yacht Hat mir alles schon bestellt Süß wie Karamell Mö, 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 mö Lami, Banani Fahr'n im Ferrari Oder im Bugatti Okay, was müssen wir machen? Was? Also Ich sehe Also Ohio? Wobbly Bridge? Okay Okay Wobbly Bridge machen wir jetzt, oder was? Okay Mach Baue einen Turm mit 5 Blöcken Okay Und ich bekomme Blöcke, indem ich da rübergehe Okay Muss ich einfach da rüber springen, oder was? Oh mein Gott Ich bin ein Noob Nein Ah Ah Okay Kann ich auch von den anderen klauen? Oh mein Gott, Leute Ich habe mich so Ich bin so ein Noob Ey, ohne Witz Ohne Witz Ich bin so ein Noob Okay Im Bugatti Ey, Leute Mann Oh Mann Und das müssen wir jetzt 2 Minuten lang machen Ey, Leute Ich habe ja jetzt schon verloren Oh mein Gott Wenn ich runterfalle Dann behalte ich den Klotz nicht Oh mein Gott Fahr'n im Ferrari Oder im Bugatti Ja Oh mein Gott Ja Wie viel habt ihr? Oh mein Gott Ihr seid auch Noobs Ihr seid auch Noobs Ich bin nicht der einzige Noob Ja Warum ist Kera bei dir kein Mod? Äh Ja, das ist eine gute Frage eigentlich Oh ne So, hier rüber Okay Drei Blöcke habe ich Okay Okay, 4 Nein, ich bin immer noch nicht der, der am weitesten ist, oder? Nein, ich bin der Noob Nein Ey Leute, ohne Witz Hallo Ja ne, ich bin voll aktiv Äh, ich glaube hier auf YouTube auf jeden Fall, aber auf Discord nicht, oder? Weiß ich gerade nicht Weil ich bin nicht aktiv Mann Wie kann ich ein Noob sein? Warte Wie ist das? Hallo Wo ist mein Klotz? Die Congratulation Auf welchem Platz bin ich denn? Leila Roblox hat gewonnen Ich habe verloren, oder was? Ich bin auf deinem WhatsApp-Kanal Ohne Witz Ich muss da unbedingt mal mehr posten Habt ihr Lust, dass ich da mehr poste und ein bisschen mehr von Madeira zeige? Oder Mein Fuß lege? Spaß Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit Ah, ich habe, also ich lebe noch, ne? Ich bin noch da Okay, Leila hat sich jetzt dazu entschieden, irgendwie zu nominieren Ja, wer denn? Bitte will doch nicht mich, oder? Achso, ich kann hier irgendwas machen Nee Möchte wer? Oh, oh Oh, oh Wen wählst du aus? Was denn? Was denn? Hein, hein, Mücke Ja, Fuß, Liegen Warum wollen alle, dass ich meinen Fuß, Liege? Einen Witz Warum? Hier, warte Ich mache Foto von meinem Fuß Das ist mein Fuß Sieht man das? Oh mein Gott, Fußleak Okay, was müssen wir machen? Er hat seinen Schuh auf jeden Fall geleakt In meiner WhatsApp-Gruppe habe ich meinen Schuh geleakt Ja Schmetterlinge in meinem Bauch Ja, ich habe auf jeden Fall einen WhatsApp-Kanal Also nicht so lange Erst seit kurzem irgendwann Und ich habe noch nicht viel gepostet Ich habe zwei Nachrichten Nee, drei Irgendwas so Sui, sui Können wir gleich Foto? Können wir machen Können wir machen, ja Sui, sui, sui Äh Sammle die meisten Punkte in einer Minute Was muss ich machen? Wenn du runterfallst, dann wird dein Score resettet Okay Achso, okay Ich verstehe Plus drei Warte, kann ich hier schauen, wer am meisten hat Was es es gibt? Noob? Hä, wieso Noob? Was habe ich denn gemacht? Ich bin doch Profi Okay, Rot gibt nur plus eins Oder was? Sui, sui, sui Na, 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 na Schnell Okay Und Gelb? Gelb ist was? Warte, wie viel bringt Gelb? Oh mein Gott Ey, ich bin so langsam hier gerade Okay Ja, also das hier gewinne ich auf gar keinen Fall Obwohl Ich mach grad voll gut, oder? Und ich bin noch nicht einmal runtergefallen Maja, ich bin Meli Was geht ab, Meli? Jetzt bin ich runtergefallen Aber das zählt nicht, oder? Warte, wer hat gewonnen? Wo bin ich? Da? Ich hab 41 Ich bin Zweiter Oha, ich bin voll gut Aber wir haben hier gerade gewonnen Eileen Sehr gut, danke Dass du den, äh Den, den, den Link zum WhatsApp-Kanal rein schickst Pfleicht Oder pfleicht Bin diesmal nicht drin, weil ich anderen die Shorts gelassen habe Oha, Ehre auf jeden Fall Alles klar Okay, jetzt kann Amira auswählen Aber was bringt dieses Auswählen? Ich hab das noch gar nicht verstanden Ich bin wieder da Was geht ab, Anni? Du hast mich ausgewählt Aber wofür? Oder? Mayo? Was? Äh, wie? Ich verstehe nicht Was, was, was passiert jetzt? Du musst jetzt gegen die andere ein Battle machen Und wenn du verlierst, bist du raus Danke Wirklich Dankeschön Aber ich hab halt keine Ahnung von den Spielen Das heißt, ich werd jetzt verlieren, oder? Gibt's ein neues State House? Äh, State House Ja, gibt's Gibt's Mehr krass Werden danach auf jeden Fall nochmal Denke ich High and Seag da drin spielen, oder? Oder Leute, habt ihr Bock darauf? Schreibt mal eins, wenn ihr Bock habt, dass wir danach High and Seag nochmal in einem neuen Haus spielen Warum antwortest du nicht? Tut mir leid, ja? Ich hab nicht gelesen Was muss ich machen? Ähm Warte, ich muss nach oben kommen? Warte mal Was muss ich machen? Da hoch einfach? Hä? Wie komm ich da hoch? Kann ich da nicht hoch? Oder, oder Achso, ich muss durch die Löcher durch Nee, keine Ahnung Nee, ich komm da nicht durch Keine Ahnung Muss ich irgendwas machen? Hä? Aber da geht's nicht lang Ich kann da nicht lang Hä? Was ist das denn? Warum war das denn unsichtbar? Oh mein Gott Oh mein Gott Hä? Ich konnte da einfach nicht durch Was soll ich sagen? Ventador Let's go Habe ich's geschafft jetzt? Muss ich hier irgendwas machen? Käsefuß Du hast es geschafft? Ich bin der Beste Warum antwortest du nicht? Ja, weil ich halt nicht jede Nachricht lesen kann Ich muss ja auch spielen und so Käsefuß, Sui Und jetzt kommen die nächsten Runden Oha Ey, aber ich war gut, oder? Ich war wirklich gut Okay Oha, ich hab ein achievement bekommen Times up oder so Ein Abzeichen Warte, sieht man das? Nein, man hat sich mehr gesehen Schade Und der Typ ist raus Achso Also der Letzte Der geht immer raus Aber da waren ja vier Leute, oder? Waren es nur drei Vier, oder? Lami hat den schönsten Fuß Naja, musst du ja auch sagen Wenn du Lamis Fuß heißt Rabbit Hole, okay Was wir hier machen Hey Leute, ich muss die Spieler Aber erst entdecken Muss ich jetzt einfach Geradeaus durch Suche Goldene Schüssel Okay Und dann muss ich Irgendwenn befeilen Oder so Aus dem Käfig Hab ich's richtig verstanden? Wenn du gleich gewinnst Darfst du nominieren Oh Ich geh hier lang Hey Leute Folgt mir ja nicht alle, ne? Warum folgt ihr mir alle? Hallo, Sui Meine Traumfrau Du bist meine Sui Baby Vertrau Du musst den Schlüssel finden Dann bei einem Mädchen Äh Das ist ein Labyrinth Okay Gut zu wissen Danke Mayo Glatze Nein Sui Ja, da tut es mir ganz weh Ja, ähm Also ich hab bisher noch Keinen goldenen Schlüssel gefunden Ähm Wie, wie, wie Achso, hier ist nix Okay Ich find das schon Ich find das schon, Leute Keine Sorge Hier ist nichts, oder? Hier ist einfach nichts Wie alle mit mir umdrehen Kannst du Chloe grüßen du Fuß? Ich hab dich doch schon mal gegrüßt Grüß dich Chloe Ich bin die goldene Schlüssel Du bist der goldene Schlüssel Nee, da auch nicht Warum geht's da wieder raus? Deine community oder warblocks? Hä, wie? Natürlich meine community Ihr seid die beste Die besten Ihr seid die beste Ja, ihr seid die beste Leute Nein, ihr seid die besten Natürlich Rechts Dann nochmal rechts Dann nochmal rechts Nee, falsch Falsch Hier ist 100% falsch, ja Ey, Leute Ich find diesen Schlüssel nicht Ich hab ihn gefunden Sweet Oh mein Gott Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Muss ich raus? Oder 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 Bring Cape raus Achso Nein, ich hab's nicht geschafft Okay Und jetzt? War ich letzter? Nee Weil ich hab'n Schlüssel, oder? Bei einem Käfig Ja, aber Hätte ich beides finden müssen Na, na, na Ich muss auf jeden Fall mein Licht anders machen 100% Weil das muss irgendwie Dahin Damit das irgendwie besser ist Was nervt mich hier? Sweet Jetzt kann der Gewinner wieder Leute nominieren Die gegeneinander kämpfen Okay Okay Bitte Du süßer Dino Bitte wickel mich nicht Ich bin ein Noob in ihrem Spiel Oh Mann Fancall? Wie Fancall? Das Spiel ist irgendwie kaputt Ich verstehe das Spiel auch nicht Sui, sui Na, 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 na Wurde ich gewählt? Nee, oder? Bitte auf Ehre mich nicht Oh Mann Jeder schreibt das irgendwie in den Chat Bitte, bitte, bitte Nein Oha Oha War's das? Mayo, das bin auf jeden Fall nicht ich Aber hier heißt einfach Hier heißt einfach auch Mayo Sui Wurde ich jetzt gewählt oder nicht? Fancall, aber kein Hide and Seek Aber ich hab nie Ahnung, was ich sagen soll Ich bin immer mehr aufgeregt als ihr Enten soll Ich liebe dich so doll Mach Umfrage Wir können danach eine Umfrage machen Sag irgendwas Dann wollte ich nichts sagen So Ich hab mir sagen so Ja, hallo Was geht? Für mich ist das noch schlimmer als für euch Ja, ich bin noch aufgeregter als ihr Dann seht ihr, wie ich so rot werde wie die Tomate Guck, jetzt kämpfen die gegeneinander Und ich kann beobachten Ah, ist das entspannt, Leute Ich guck jetzt einfach so, wie andere Leute gegeneinander kämpfen Sag hallo und leg auf Gute Idee Gute Idee Bin auch aufgeregt Nein, 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 nein Ich bin aber viel mehr aufgeregt Du kannst Fragen stellen Und wir beantworten sie Ja, aber ich hab keine Fragen Das heißt, wenn ihr Lust habt Schreibt mir alle Fragen einfach rein später Dann können wir echt vielleicht Fancall machen Okay, was ist das Ziel? Drei Raketenstücke zu bekommen Okay Okay Das heißt, die müssen irgendwie so Sachen finden Warte, kann ich spectaten? Okay Lami, Roblox, hier, Mayo Nee Laila? Warte mal, warum bist du in der Lobby? Oh mein Gott Okay Warte Nicht du Warte, ich will Mayo spectaten Hier, Mayo Mayo, du bist ein Macher Du schaffst das, okay? Okay, let's go Du schaffst das Ich glaube nicht, Mayo Mayo, du bist der Beste Let's go Mayo, du schaffst das Frage, wie heiße ich? Fan, Mayo Dann 1000 Robux Stark Ich möchte unbedingt Heiden Sieg Hat mich so gefreut Ja, ist halt schwer Weil einige Leute schreiben, sie wollen unbedingt Heiden Sieg Und die anderen schreiben, die wollen unbedingt Zui Fancall Und ich habe halt keine Fragen Was soll ich sagen? Wir können danach eine Abstimmung einfach machen Und dann schreibe ich mir einfach ganz viele Fragen auf Zusammen mit euch Und ich werde einfach dann random jedem dann einfach zwei, drei Fragen stellen Mache Umfrage nachher Ja, ich glaube auch Aber noch nicht jetzt Wir sind gerade hier noch am Spielen Und ich glaube Danach spielen wir noch Murder Mystery 2 Und vielleicht Wäre es nicht eigentlich krass, wenn ich Dings spielen würde Ähm Ich habe es vergessen Dors Ganz am Ende Nach den Fancalls Wieder eine kleine Runde Dors Mayo ist raus Nein Mayo Du bist raus Oh Mann Mayo Ich habe an dich geglaubt Aber Nächstes Mal Nächstes Mal wirst du gewinnen Bist du Mayo? Äh, wie bin ich Mayo? Ich bin Mayo, ja Ui Man, auf Handy funktioniert Link nicht Echt? Doch Das funktioniert doch Oder? Auf Handy funktioniert doch Link, Leute, oder? La, la, la Ne, Mayo ist Ketchup Was? Skateboarding? Warte, ich muss das hier wegmachen, oder? Was muss ich machen? Leute, ich weiß es nicht Skate durch alle Dings Okay, warte Muss ich die Reihenfolge machen? Reihenfolge? Okay Da hinten ist eins Habe ich schon gesehen Oh mein Gott Das ist so wie auf Eis Zwei Warte Drei 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 ist da hinten Nein Nein, 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 nein Drei Vier 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 Wo ist vier Wo ist vier? Wo ist vier? Vier Wo bist du? Da hinten Sui Oh mein Gott Ihr seid viel schneller als ich, glaube ich Und da hinten ist fünf Ja, 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 das ist aber gut, was ich gemacht habe Das ist gut Sechs Äh, sieben ist Sui, wo ist sieben? Da ist sieben Acht ist da hinten Okay, 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 Leute, ich gewinne, oder? Acht Wo ist neun? Da hinten ist neun Und da sofort zehn dahinter Okay, let's go Ja, warte Bin zehn Hier ist zehn Elf Zwölf Oh mein Gott Ich bin krass Nein Oh mein Gott Zwölf Dreizehn Vierzehn Sehe ich Okay, 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 okay Let's go Oh nein Vierzehn Fünfzehn Warte Sechzehn 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 Hallo Sechzehn Ja, let's go Ich hab gewonnen Oha Was Warum spämmt ihr hier? Okay, du musst leider Äh, warte Wie kann ich das hier machen nochmal? Äh Timeout Hier, oder? Ah ja, wie lange machen wir? Zehn Minuten Ja, das passt Bist du Bist du Bei Also einfach von mir annehmen, was? Ist Kera weg? Ich weiß nicht Kera, bist du noch da? Hallo Bobby Q Also ich muss jetzt machen Wenn ich nominieren will Dich auf gar keinen Fall, ja Du kannst Du musst jetzt drei Leute wählen Achso, die kämpfen Ähm, okay, dann du Save Ähm Big Fan Ähm Mich nicht Sonst stinkst du Ich stinke nicht Aber, ähm Dino Let's go Du schaffst das Ich glaub an dich Und, ähm Ähm Komm schon Komm doch Ein bisschen, okay? Kleines bisschen Ähm Bitte Was bitte willst du? Ich bin ein Riesenfan Okay, komm Let's go Ihr macht das schon Ich glaub an euch Okay Obwohl, warte Ich hab Amira ausgewählt Leute, ihr seid verloren Was soll ich sagen? Oh, Mann Okay Ähm Nie wieder Warblocks oder Zweier im Knast? Ähm Ja Dann nie wieder Warblocks Obwohl Das ist nicht cool Ja Dann geh ich halt in den Knast Ja, was soll ich sagen? Stunt Show Und ich kann jetzt zuschauen Wie schön Mach jetzt Umfrage Ich mach Umfrage Währenddessen wir dann gleich Möder mit 2 spielen Sassi Tanz Sassi Tanz Warte, ich bin aber nicht da, oder? Achso, okay Ich wollte schon sagen Okay, let's go Ihr macht das Was? Was machen die? Warte, warte, warte Kann ich die irgendwie spectaten? Was geht ab? Was müsst ihr machen? Hallo Okay Hä? Was machst du in der Lobby? Guckst du hier hinten zu? Oha Oh nein, die Arme Was steht da? Ich kann stehen Mayo Seh dich zum ersten Mal Wie du siehst mich zum ersten Mal Naldo Trikot Cooler Live Team Dankeschön, Feli Ich grüße dich, Nina Und ich grüße dich auch, Mara Sie tanz Let's go Okay, machen wir jetzt nächste Challenge Ich dachte, du spielst Rainbow Friends Rainbow Friends? Rainbow Friends? Nein Mit dem Sassi-Tanz Okay Entkommen aus der Pyramide Pyramide? Pyramide? Keine Ahnung Was müssen wir hier machen? Okay Hier werden Fallen sein, glaube ich Okay Das wird wunderschön Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Okay, hier lang Ja, lauf vor Ähm Starla Oh mein Gott Nein Oh oh Hä? Hey Hey, ohne Witz Ich schaff das nicht Ich kann doch nicht springen Oh mein Gott Okay Hier kann mich nix erwischen Hier auch nicht Doch da Ey, Mann Das ist so unfair Ich schaff das nicht Hey, ohne Witz Ich schaff das nicht Ich hab einfach verloren, oder? Oh man Ich hab, glaube ich, einfach verloren Ich hab einfach verloren Kann das sein? Aber Lamy Roblox 6, 8, 1 Hat gewonnen Du schaffst das Ich hab's nicht geschafft Ja Fühlst du dich im Knast? Wunderschön Ja, hast du leider Hab ich echt komplett verloren Hä, nein Ich bin doch noch da, oder? Ich steh da rum Oh mein Gott Aber ich hab nicht ganz verloren Ich hab nicht ganz verloren Oder? Weil ich bin ja noch hier Ich grüße dich, Lea Und Mika, ich grüße dich auch Mara, ich grüße dich auch Nein Einem, ja Aber ich lebe noch Lamy hier Lamy da Nein Ja, Amira, let's go Wie Spaß War toll mit Auto zu fliegen Hä, wie mit Auto zu fliegen Wurde ich ausgewählt? Nee, oder? Nee, okay Sehr gut Dankeschön Kannst du Anfragen von mir annehmen Das Problem ist Ich hab sehr viele Freundchen Und Fragen Keine Ahnung Aber paar 20.000 oder so Und ja Das ist nicht so cool Vision Oh, Wasserpark Das will ich auch spielen Eine Melio Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Und das unter einem Ja Wunderbar Lamy hier Lamy da Okay Der letzte Spieler Der hier irgendwie Dings Okay Eileen Bester Mod Mach dir jetzt irgendwie Ein Wettbewerb Einer hat verlassen Äh, wie Ich hab Hunger Ich hab Hunger Ich hab Hunger Auf ein Döner Mit dein Iron Man Keine, keine Pilzer Nein Ich will auch kein Burger Auf mein Teller Ich grüße Ich grüße Ich grüße Max Ähm, aber Ich wollte vorhin was vorlesen Ich hab's verloren Irgendwie Irgendwas, was weiter oben war Äh, kannst du mir Mia, du Pupsi sagen Mia, du Pupsi Aber Maya wurde eliminiert Ja, ne Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Wie es passiert ist Ich hab ne Schüssel Auf den Kopf Ich bin ein Döner Die Schüssel Du musst sagen Zwiebel Kannst du mich grüßen Äh, ich grüße dich Äh, Leon Leon Love Lamy Wurde noch nie gegrüßt Danke Bitte Immer gerne Ich bin traurig Oha, wieso denn Ich grüße mich mal Ich grüße dich, Lena Hab alle Eier gefunden Echt? Oha Ja, also ich hab jetzt Jetzt hab ich aber wirklich verloren, oder? Bist du im Shirt? Bei mir ist voll kalt Hä? Bei mir Oh, ne Bei mir Regnet es? Regnet es? Ich hab keine Ahnung Hä? Wie? Ich hab nicht verloren Warum hab ich nicht verloren? Hä? Warum bin ich immer noch da? Nein, du konntest nur nicht gewinnen Hä? Wie? Man konnte nicht gewinnen? Bei mir regnet es Döner Lamy hat verloren Warum Amira? Okay Ich erkläre dir das Spiel gleich Wenn du Fan-Calls machst, okay? Da ist es vielleicht schon ein bisschen zu spät, oder nicht? Weil da haben wir schon fertig gespielt Hä? Das ist Das ist aber nicht der Sinn Fahren im Ferrari Oder im Bugatti Im Bugatti Okay, ich muss jetzt wieder nichts machen, ne? So, perfekt Ja, was machen wir jetzt? Also gucken wir jetzt einfach zu, oder was? Wieder Oh man Aber das Spiel ist ein bisschen langweilig, oder? Sehe das nur ich so? Also Vor allem, wenn man die ganze Zeit halt nur zugucken muss In der Zeit Das ist halt langweilig Dann müsste man irgendwas anderes machen Aber was denn? Ich hab nichts zu tun Ihr könnt auf jeden Fall meinen Discord-Server joinen Das könnt ihr machen In der Zeit, wo euch langweilig ist Weil du das Game nicht checkst Ich check's doch Aber Das ist langweilig Also Nicht so mega langweilig Die Spiele sind cool Ja, auf jeden Fall Aber diese Wartezeit die ganze Zeit Ist nicht cool Ich glaub, du stehst, was ich meine Das sind die letzten drei Ja, ich merke Maja, ich hab gestern und vorgestern geweint Oha, wieso? Nicht weinen Das muss ich auch beinen, wenn ihr weint Ja Oh, Finale Aber was muss ich machen? Das sieht aus nach Parcours, oder? Es ist sowas von Parcours Singen sui Machst du vielleicht auch Hayden Sieg? Ich weiß doch nicht Wir können ja Wir machen später auf jeden Fall Also jetzt gleich Wenn wir Murder Miss The 2 spielen Eine Umfrage Was ihr lieber habt Hayden Sieg Oder Fan-Calls Und ja Dann machen wir das Singen sui Schlafen bei Nacht Let's go Ich liebe dich so doll Profi? Profi? Ich bin grad Erster Oh mein Gott Ich hab ganz viel Power of Hell gespielt Was muss ich jetzt hier machen? Schwimmen? Hä? Was muss ich machen? Muss ich da rauf? Achso Let's go Nein Oh oh Einfach runtergefallen Einfach runtergefallen Oh mein Gott Oh mein Gott Also ich finde ich bin der wahre Gewinner Ich bin der wahre Gewinner So soll man reingehen in Discord Auf meinem Discord Habe ich gewonnen? Weil ich der Erste oben war Du hast gewonnen? Ich bin der Beste Erster Win Da Ja Ja Mann Was? Ein neues Spiel beginnt? Nein Nein Danke Ich hab schon gewonnen Das reicht mir Das reicht mir Ich bin fertig Glückwunsch Danke Leute Ich bin jetzt schon so krasser Noob Oder? Oh Mann Ich meine Du machst ja Fan Calls Und in welchen Sprachstelle Soll ich mal reingehen Äh Ja das machen wir später Erstmal Ähm Geben wir den Mörder Misch 2 rein Würde ich sagen Ich schicke euch den Link Und dann machen wir eine Umfrage Ja? Habt ihr Lust? Alle einzigen Chat Wenn ihr Lust habt Na 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 Wii mi mi Wii Ma keine 12 Leute Bei mörder mystery Deansten Ok let's go Ich sende den Chat In den Chat Let's go Äh Den Link In den Chat Gleich Sobald ich drin bin und und alle draufklicken Leute anpinnen let's go ok let's go sind jetzt alle schon da drin oder müssen die noch hier reinkommen ok ich vertraue dir nicht ja gar nicht 0% verschwinde mal hier ich bin mit dem Auto geflogen ich hab immer nicht verstanden da geht man weg von mir warum verfolgt ihr mich alle geht weg nein nein geht weg Leute mich verfolgen einfach alle verschwindet verschwinde oh mein Gott ok wie was passiert oh mein Gott was wer hat wen gemutet was ich hab gar nicht verstanden ich versteh nix oha Dino du hast mich getötet und ich hab vorhin gesagt dein Skin sieht cool aus ja sieht ja nicht und das unter einem jahr ist das alles wahr läuft wunderbar Lami hier Lami da was wollte ich machen ich will eine Umfrage machen warte ich muss kurz den Chat ausblenden also wir machen kurz eine Umfrage genau das wollten wir machen auf was habt ihr wenn wir mit Mörder bis zu die zwei fertig sind mhm ja und ihr wisst du wieso dass ich niemals oft höre nein nein Ich will mehr als nur eine Million Oh 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 so dann machen wir noch fan calls ok let's go die umfrage ist an oder das ist jetzt nicht so schön aus oder kann ich klein machen mario ich beschütze dich okay beschützt mich okay ich vertraue dir vertraue dich du der pupskopf was gewinnt gerade fan calls gewinnt gerade oha hätte ich nicht gedacht aber sehr sehr knapp ja beschützt mich bitte bin ich mörder ne ich bin kein mörder oder ne hallo einfach pizza ja mein hund stimmt mein hund heißt lahmi leute wie geht es meinem hund lahmi ja ich vertraue dir nicht ich vertraue diesem diesem aber auch mädchen nicht oh mein gott meine katze ist gestorben oha mein beileid hey du hast mich nicht beschützt ok halten sieg machen wir immer fan calls fan calls wie cooler aber was soll ich sagen jetzt das ist aber die meisten leute auswählen dass das muss ich halt machen muss ich sagen mich beschuldigen ohne witz du sagst richtig sus aus weil du die ganze zeit zu mir gelatscht bist ja sonst würdest du jetzt würdest du mich nicht töten wollen ich bin übrigens immer noch level warte hier level 1 immer noch einfach mal bewerte unsere skins oha als ob ihr einfach so matching kaskins habt ja 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 sehr interessant ich bin level 100 oha was wurde ein zettel und stift muss gleich die fragen aufschreiben ich habe kein ich habe kein ich habe kein stift ich habe kein zettel ich habe nichts weil ich bin frisch umgezogen ja ich bin glücklich dass ich mein gehirn mitgenommen habe ey der dino wieder ohne witz oh mein gott pin mal die umfrage kann man das machen nein kann man nicht machen ich kann sie nur beenden nichts zu tun hand calls hat gewonnen aber ist ganz ganz knapp gerade wann beenden wir diese umfrage das ist jetzt die frage warte wieder zu ich würde sagen bei 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 50 stimmen oder ja wenn wir noch genug zeit hier wenn wir noch ein bisschen zeit wo wir hier noch mal ein bisschen weiter bis die zwei spielen und das heißt es können sowieso noch mehr leute da bisschen spielen die du mal eine frage hattest du mal haustiere ich habe zwei haustiere eine gatze und ein hamster ich hatte ein hund und ja ein hund und was hatte ich noch ich hatte irgendwann mal hamster aber mittlerweile nicht mehr also es ist wirklich lange her mit dem hamster so vor keine ahnung wie lang ist es ja da war ich voll klein wohnst du nicht mehr in luxemburg weil ich bin umgezogen ich bin sheriff leute let's go aber ich bin ein noob oder das heißt das ist schon mal nicht gut also alle weg von mir oder ich erschieße euch okay leute nein die weg nein geht weg von mir geht weg von mir geht weg war mir oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich bin ein profi hier in ok was dabei was sind deine hobbys ich mache ganz viele youtube videos und so ich bin cool ich beschütze dich was aber ich glaube nicht das ist alles alles zu nein verschwindet bald oh mein gott zui nein geht mal weg ja oder witz alle sind sus hier ist die umfrage nicht wie du sie so hält auch du musst umfrage ich kann nichts machen jeder verfolgt mich die ganze zeit ich muss gucken ich kann nicht mal im lesen oder so nächstes mal geben in der öffentliche runde ja und ein supasta und plötzlich da wunderbar eine gefahr kamen nicht klar ich grüße ich bin ich dann ein foto darf ich als darf ich dann ein foto er wurde wer bist du denn dann kommt zu mir machen foto keine ahnung kann ich bei 50 schließen ja kannst du machen kannst du machen alle heide zieht ist ganz knapp foto hat jetzt foto gemacht ich glaube schon oder ich hoffe einfach mal gabrioli zweite position krass 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 grüß mich heiße matilda ich grüße dich matilda matilda ok matilda ich grüße dich wie geht es was oha ali sassi tanz lalalalalala wie größer zwei oha aho ha nach langer zeit bin ich wieder da da wurde zeit ja ich vermisse alle was du nicht mein döner mann oder was wir haben 48 stimmen gerade 49 oh mein gott das heißt die letzte stimme wird jetzt entscheiden wenn jetzt einer heiden sieg wählt das spiel heiden sieg und wenn es einer fan calls macht dann machen wir fällen calls aber es hängt davon ab wirklich ist eine stimme unterschied eine einzige stimme ich werde mich sofort ausmachen wenn es bei 50 ist also ohne witz glücklich ist mal an warte mal kann ich es zeigen ok das geht nicht kann es nicht zeigen aber doch man sieht das aber ja was soll ich sagen dass die schnell lala 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 es gibt voll schnell ich habe es oh mein gott weil ich habe sich aufgepasst aber wir haben jetzt 55 stimmen ok wir warten bis 60 ok es war irgendwie voll schnell ist irgendwie sieben stimmen auf einmal 57 oha 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 über viele stimmen auf einmal was geht ab bei euch ok ich probiere genau rechtzeitig zu stoppen genau rechtzeitig nehme es in kauf 57 stimmen ich hätte genau bei 60 schließen als ob so viele jetzt auf einmal für heilen sieg bekämen sind ich gehe mich einfach irgendwo verstecken nein von dem dino habe ich angst habe ich schon zweimal getötet 59 ok ok eine stimme fehlt noch ohne witz irgendwer macht da irgendwas warte 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 60 stimmen ok ich musste schließen also heilen sieg hat 46 prozent fans haben 38 und was andere seite 15 prozent sie genau bei 60 stimmen habe ich zugemacht ja was machen wir jetzt das schon ziemlich knapp oder oder im bugatti das money also am ende war richtig schnell irgendwie also wirklich richtig schnell fan call fan call oha schon bestellt wie karamell meh 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 lamii banani das money antem ferrari oder im bugatti call stan heilen sieg ich bin mörder let's go das war es alle alle jeden einzelnen werde ich aufessen ich werde profi sein okay ich zeige es euch let's go Es wird Zeit. Was geht ab? Sweet. Warte, wie schieße ich nochmal ein Messer? Mit E, oder? Nee, mit Q? Hier ist die Waffe. Ja, ja, ja. Warte mal, wie viele leben? Wo kann ich sehen, wie viele noch leben? E? Aha. Okay, danke. Nein. Oh mein Gott. Nein. Nein, ich bin so ein Noob. Ein Noob, 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 Noob. Leider, ich bin so ein Noob, ja? Nicht campen? Wie nicht campen? Ich habe nur bei der Waffe gewa... Ja, okay, ich habe gecampt. Oh mein Gott. Aber das war echt Noob von mir. Das war wirklich Noob. Ohne Witz. Darf ich Foto? Du musst im Spiel zu mir kommen. Und mir dann irgendwie... Keine Ahnung. Wie soll ich wissen? Fahren im Ferrari. Oder im Bugatti. Bebebebebebebe. Du hast mich getötet? Du bist ein Noob, weil du nicht Fancall machst? Hä? Ihr habt doch abgestimmt, nicht ich. Welcher Haferbart Lamy? Äh, pink. Pink mit so weichen Strähnen. Das war komisch. Alle schreiben Fancall, aber es gewinnt Heiden Sieg. Ja. Aber was soll ich sagen? Das ist keine Ahnung. Ich kann jetzt nichts machen. So, Kram. Ich weiß, Baby, du hättest auch. Mein Foto? Ja, komm, wir machen Foto. Sui. haben ist doch ronaldo mit richtig ich weiß was du machen kannst was gar nicht mehr machen das bitte verhandelt man gefühlt jedes mal heiden sieg ja was soll ich jetzt sagen aber es hat doch gewonnen ich habe noch eine abstimmung für euch gemacht was soll ich sagen das einzige was du machen kannst ein fang mal die abstimmung redet ja das ist das was ich halt auch gesagt hätte damis barbecue sui was ein cooler name hallo verschwinde hallo könnt ihr könnt ihr mal töten hier oh mein gott oh mein gott also hallo wo ist sie dahinten sie schießt mit messern rum seht ihr das mach beides wir streamen aber schon zwei stunden und ich werde für heils sieg bestimmt noch nochmals zwei stunden brauchen egal ist in ferien also macht die 100 stunden stream oder warte können wir das kann ich aber nicht machen oder ich hätte gesagt ich könnte zehn stunden stream ja ich glaube auch was soll ich sagen ja 100 stunden stream oh mein gott hey du machst das ich glaube an dich ich glaube an dich du schaffst du schaffst das perfekte oh mein gott hat 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 warte mal jetzt verstehe ich gar nichts mehr wer ist gewonnen ich mir oder die zeit wieder schule oha oha der mörder hat den sheriff getötzt und ich bin was das 99 vom letzten stream erwarte box ich glaube du kannst jetzt noch keine bekommen aber erst in drei vier stunden oder so warte ich guck schnell ich probiere ich bin kein mörder ich bin kein ding ist okay beschützt mich alle ja ich hoffe er beschützt mich warte ich probiere oh 18.000 follower in der gruppe krass 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 leute ich seid die kasten mhm 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 warte geht noch nicht warte seht ihr das geht noch nicht leider du bist noch zu neu das heißt wahrscheinlich denke ich das falsche wahrscheinlich denke ich so in keine ahnung heute abend oder morgen sollte es gehen nj tu d o p e emerging so schnell oh mein gott ok leute was machen wir haben ist ein dünner mit ronaldo zusammen wie cool wäre das ich habe meine idee noch gar nicht erzählt ich habe mir so gedacht so wie cool wäre es eigentlich so mache dass wir fan calls machen ja also machen fan calls und gleichzeitig spielen wir einen zieg wird so ein bisschen naja weiß nicht ob das alles so gut sein wird wahrscheinlich nicht aber ja das einzige was mir einfallen würde ich war schon ziemlich knapp knapp aber meine stimme geht langsam weg leute oha die tomaten märz wie krass let's go oder emily cave die land last fort weil ich mir meine kekse du mir mein kekse man dass sie geklaut von mir ok wollen wir noch eine runde machen eine runde murder mystery mayo kennst du die jindaui die haben ein kind bekommen haben die nicht schon irgendwie zehn kinder oder so jetzt essen ok guten hunger was wir haben zwei kinder echt nur ok ok keine ahnung nein zwei oh also dass alle wüsste wie seid ihr voll profis aber kann auch sein dass halt so viele tics davon waren ok also was für nur ja das kam ja zuvor es hätten die mehrkinder weil weil ich hatte die ganze zeit so tik toks gesehen habe oder shorts ist ja wollte ich beschützen ich lebe ja noch wie mein skin oha krasse skin ja was die coole hose her eigentlich brauche ich auch mal eine lange hose oder aber so eine simple ist die von lami einfach oder was und dann weißes lami cape oha wie krass sieht das aber aus herr leute bald neues gehen ja ich habe einen neuen skin machen toll wir haben verloren leute wir haben verloren oha damian und connor danke für 1 euro 19 dankeschön ehre 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 auf jeden fall ich habe was vergessen hatte irgendjemand hat ganz am anfang bevor der leistung an war mitglieds gekauft warte war der name weiß irgendwer für euch wie der name war irgendwer der hier im chat war ich weiß es leider nicht mehr tobias genau tobias danke auch an dich übrigens danke vielen dank für dein mitglied er auf jeden fall ich bin leider broke oha oha du armer ja bist du mein märz ok was willst du für märz bb bb hat erwartet dass jeder jetzt ich schreibe schaut wie du im weißen nur das shirt oder auch mit hose und alles oha damian und connor danke nochmal für 19 aber du brauchst jetzt nicht mehr zu spenden ok es ist genug ja wie du im schwarzen wie 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 ist egal warte ich gebe dir ganz kurz kaum leute wir sind heute mal nett ja warte 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 wie mache ich das ich muss den namen erst mal rausfinden da genau vertrau andere frau für mich ok ich gebe dir wie viele wollen wir ihm geben damit herr mein märz kaufen kann man mit kostet 5 pro box oder also das billigste richtig ich glaube schon oder ja wahrscheinlich schon bedeutet wir geben ihm 30 50 habe alle sachen vor dir oder wie krass 40 31 10 oha 10 50 20 300 150 1000 30,1 ok leute warte mal wo wirst du noch hier irgendwo oder ist da noch am leben vielleicht keine ahnung ja dass noch am leben du bist am mörder oder du kennst lässt glaube ich dass ich glaube an dich unendlich ja ja übertreibt alle ich gebe ihm ich gebe ihm 30 pro bugs okay da kann er sich mehr mit kaufen hier warte kann ich das zeigen jetzt hier ja alles hier jetzt nach ich muss immer immer bestätigen leute ja ich bin schon wieder verliebt magie hatte ich sowas noch nie schmetterlinge in meinem bauch jetzt aber let's go viel spaß ja das war's jetzt hast du pro buchs was mei ist verliebt habe ich gesagt aber ich habe gesogen so ich bereite jetzt den link auf jeden fall vor heute mal brookhaven erst mal sagt let's go schlafen bei nacht wie das enden soll ich liebe dich so doll die momente wann ist so eine zwiebel haben ich nicht vor kurzem die zwiebel gegessen das könnt ihr dann ja machst du dann nebenbei fan calls ich glaube schon ich glaube schon wir machen einfach beides zusammen so siehst du sie und dann schwarz ja 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 ich habe ja ich habe keine zwiebeln wir sind alles so siehst so siehst so sie kauf welche aber ich brauche keine kann man nicht sein meiner privatserver geht das glaube ich gar nicht ok leute let's go also ich werde euch alle auf dem server jetzt den link schicken einfach dann spielen wir dings so warte ich hier let's go der link ist im chat ihr müsst alle schnell sein leute kommen nicht klar kann ich den link schicken ich habe es aber zu spät gesehen glaube ich als ob so viele leute im discord server drin sind wie krass oh mein gott oh mein gott warte kann ich ey leute was geht ab bei euch was macht ihr da als ob oh mein gott majos käsefuß was machst du da oh mein gott einfach oh mein gott grüße gehen raus an alle die hier im chat schreiben ja oh mein gott ey wenn ich so lange schon sehe dass da so viele leute drin sind dann bin ich ich habe angst ja ok warte wir gehen hier wir gehen hier in live stream chat oder oder ja ich glaube schon wir gehen live stream chat ok oh mein gott oh mein gott ich weiß nur nicht ob man das alles als ob ah already drin ist ja ah ah hä er wurde einfach her gemoved was geht ab hallo hallo hä was geht jetzt ab warum werden alle gemoved oha warte ich muss kurz warum werden alle gemoved niemand soll leute moven nein auf gar keinen fall warte hallo könnt ihr mal aufhören alles zu rufen und ich habe sowieso den ton viel zu langsam eingestellt zu leise eingestellt ich muss den ton gleich mal lauter machen ich nehme mehr essen kauf hatte doch keine lust mit dir zu reden oh ja ich will gleich noch ein bisschen vorlesen was hier so steht ja im chat aber nicht jetzt sofort ja so erst mal hier so let's go was passiert fans short abonniert was machen wir ich bin alle zieg ihr könnt euch alle mal verstecken wenn ihr wollt ich habe sie noch meinen chat alle verstecken sui ich habe verstecken geschrieben let's go ohne schlafsack kennt die regeln so in der zeit muss ich hier noch mal ein paar sachen einstellen ja in der zeit wo ihr euch da wunderschön versteckt warte ich gehe auch mal ein bisschen runter von hier und dann mache ich erstmal den ton lauter damit ist alles höre so let's go da mache ich kurz den ton hier lauter damit ich es alles besser höre so hier so ich hoffe dass jetzt lauter 150 reicht oder ich hoffe es einfach mal wenn ich da müssen wir die musik ein bisschen leiser machen darf man props benutzen stimmt keine props benutzen keine props du dabei mit meinem popo mit deinem popo hüfte hin und her im ronaldo trikot ok so ok let's go ihr könnt euch alle verstecken alle die gerade hier in brocken sind die ms habe ich schon geguckt habe ich das gut hatte ich also ich habe mir nur nicht angeguckt aber ich habe es gesehen warte so wie mache ich das jetzt perfekt sehen kann so dass wir hier in den aufnahme channel gehen so passt es auch schon aufnahme ich meine ich leiste im channel so platz zwei warte schlange ja das ding ist der link der wird so oder so jetzt resettet weil sonst kommen ja die ganze zeit und endlich leute her so ich muss erst mal noch mal das hier machen ups falsch perfekt let's go auch wenn es jetzt ein bisschen gedauert hat ich glaube ich bin jetzt soweit ready da benutzt jemand schlafsack und leiter ok fängt ja schon super gut an also leute die so die schlafsack benutzen oder sonst was ja die haben so oder so schon verloren was soll ich sagen automatisch verlor an und den sassi tanz was muss er leute in muten stark na toll na toll na toll na toll na toll alle liken ja dass alle mal ein like auf dem stream da 141 wie heftig 200 likes bald ja da man sich draußen verstecken ach so ja klar ja ja warte warte hier ja nur auf dem grundstück so ok let's go challenge ohne free cam ich mache immer ohne free cam ich habe noch nie viel rekt ne warte wo muss ich denn wo soll ich reingehen hier kann hier jeder ich glaube hier kann jeder reden ok leute wir haben ganz viele leute die wir hier rufen können glaube ich warte ich muss das nur irgendwo hin machen damit ich das sehe warte ok 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 oh mein gott ich bin aufgeregt ja da was geht hier ab wo mit warum bist du mit nein kein roommate er ist dein sieg du kriegst oh 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 Okay, ich glaube, ich will jetzt anfangen, einfach mal irgendwelche Leute rüber zu move'n. Ah, Ray ist einfach verschwunden. Der meinte einfach, der hat doch keine Lust mehr, mit mir zu reden. Oha. Den Sassi-Tanz. Okay. Ich gucke eh weg jetzt hier. Jawohl, weggucken muss ich ja nicht unbedingt. Warte, ich kann ja so machen. So, perfekt. Okay, wen move'n wir als erstes, Leute. Sag mal ein bisschen die Tasten an für Freecam. Äh, Shift und P. Also, das da. Warte, die Taste hier. Und P. Halt, die P-Taste. P wie Papagei. Okay. Ja, aber das Problem, ich kann nicht die ganze Zeit Leute move'n. Oh mein Gott. So, okay. Ja, mit wem fangen wir an? Äh, ich. Ja, toll. Toll, Leute. Move mich. Lena, soll ich dich move'n? Warte mal, wie heißt du denn hier auf dem Server? Was ich, ich sehe auch nicht alle Namen, 100%. Äh. Und da war Lami, hier, Lami, da, wie ein Workstar. So. Hm. Noch nie. Warte, hat Lena geantwortet? Ah, ah, ist Mod. Ach so. Ah, ah, ist Mod. Okay, okay. Dann müssen wir das ein bisschen mit dir so austesten, ob du laut genug bist. Warte, wie kann ich, ich kann nicht mal move'n? Warte, wie kann ich denn move'n? Hä, wie? Ich kann dich nicht move'n sogar. Warte, ich muss. Es geht einfach nicht. Warum kann ich nicht move'n? Hä? Hä? Ey, Leute, dieses neue Discord-Update, ja? Ganz schlimm. Lami, da, bin ich wie ein Workstar. So. So kann ich move'n, glaube ich. Hä? Ach so. Okay, let's go. Fangen wir an mit dir, Lena. Hallo, Lena, was geht? Hi. Hi. Ich hoffe, du bist laut genug, ja? Hoffe ich auch. Okay, okay. Also, Leute, ihr müsst jetzt schreiben, ob die Leute laut genug sind, weil ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, was geht ab bei dir? Was machst du hier? Ähm, beim Stream schauen. Okay. Nee, also, also, was machst du denn auf Discord hier? Also, warum bist du im Channel? Ähm. Keine Ahnung. Also, warum hast du dir gedacht, du wirst mit mir reden? Ähm, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nee. Okay, okay, okay. Okay, du kannst, warte, warte. Ich muss hier, ähm, erstmal fragen, ob alle, äh, versteckt sind. Ähm. So. Let's go. Okay, okay, okay. Okay, okay, was geht's sonst bei dir? Passt du auch, Ferien? Ja, seit gestern. Seit gestern? Was war gestern für den Tag? War gestern Donnerstag? Ja. Ja, okay. Okay, alles klar. Und was machst du jetzt in den Ferien? Ich weiß noch nicht genau. Du weißt noch nicht genau? Nee. Okay. Ähm, hm. Wirst du mit Freunden so rausgehen und so vielleicht, oder? Ja. Oder alle meine Videos schauen? Das glaube ich perfekt, oder? Mhm. Genau. Äh, Dings, wir haben uns aber auf der Gamescom getroffen, oder? Ja. Okay, okay, okay. Weil ich konnte mich erinnern, dass irgendwas war auf jeden Fall. Mhm. Du hattest, äh, auch ein Video gemacht, oder? Ja. Okay, okay. Ja, ich erinnere mich dran. Ich erinnere mich dran. Krass, 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 krass. Okay. Okay, okay, perfekt. Also willst du noch irgendwas jetzt hier fragen, sagen, machen, keine Ahnung, wissen? Frag mich alles, was du willst. Kann ich noch ein paar Leute grüßen? Natürlich, grüß, grüß. Ja, dann grüße ich Aileen, Array, äh, Suva und Amira. Okay, perfekt. Das, das ist gut so, das ist gut so. Okay, nice. Dann, äh, war schön, mit dir geredet zu haben, ja? Und, äh, ja. Genau, vielleicht hören wir uns ja irgendwann oder sehen uns wieder auf der Gamescom oder so, wer weiß, wer weiß. Hoffe ich. Ja, ja, mal sehen wir dann. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ja? Ja, auch. Danke, tschüss. Ciao. Hey, oha, voll nett, ja? Ihr habt voll viele gegrüßt. Lena hat voll die cute Stimme. Hey, ihr habt alle voll die süßen Stimmen. Ich lese immer, dass so viele Leute von euch irgendwie, keine Ahnung, voll Angst haben zu reden, weil ihre Stimme irgendwie nicht schön genug ist oder so. Und die finden ihre Stimme halt nicht cool. Aber, hey, Leute, was redet ihr? Ihr habt dann so wunderschöne Stimmen und ich bin dann so, so, denke mir so, okay. Okay, okay, alles klar. Warte kurz, so. Muss ich kurz richtig, äh, positionieren hier. So. So, machen wir den Stuhl nochmal ein bisschen hier gerade. Hier ist noch das Ding. Okay, perfekt. So, let's go. Fragt uns die Fragen. Ja, das war jetzt spontan, das war die erste Person, ja. Und, äh, und, äh, vor allem, ich kann nicht so viel gleichzeitig machen. Meine Stimme gerade voll komisch, weil ich krank bin. Ja, okay, das ist aber normal. Das ist normal, wenn man krank ist. Wo ist eigentlich deine Brille? Es kann sein, dass die eventuell nicht mit nach Madeira, also mit auf Madeira genommen hat, nach Madeira. Ihr wisst, was ich meine. Eventuell habe ich die in Luxemburg vergessen. Ups. Das heißt, ich muss mir eine neue Brille kaufen oder bestellen oder so. Keine Ahnung. Aber ich weiß, niemals im Leben kriege ich sowas mit. Also niemals kann ich sowas machen. Okay. Ich würde sagen, äh, wir schreiben, ich, äh, suche. Äh, ich, 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 äh, ich schuhe. Okay. Ja, Leute. Da glänzt einfach jemand hoch. Okay. Let's go. Das heißt, ich fange hier schon mal an zu suchen. Ähm, und ich move jetzt die nächste Person einfach runter. Äh. Ich kaufe die, stimmt, du hast die Brille ja gefunden. Wo hast du die gefunden? Hast du die auch, ähm, ähm, Dings, im Aktionenmarkt Dingsding da gefunden? Äh, ich? Ja, das freut ihr mir jetzt. Eure Namen sind halt auf YouTube anders als auf Discord. Ich habe keine Ahnung. Okay. Wer klingt denn am coolsten? Mayo. Wollen wir einfach mit Mayo reden? Mayo Herz? Okay. Äh, 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 ähm. Hallo? Hallo, Mayo? Hi. Hi. Oh, du bist ganz leise. Oh, warte. Ich muss mich ein bisschen lauter machen. Red mal. Oh, mein Gott. Okay, okay, warte, warte. Hör mal, ich zitter gerade. Oh, mein Gott. Was, du zitterst? Hör auf, du zitterst an. Ja, ich, ich, ich habe noch niemals mit geredet. Okay, aber du zitterst, du zitterst, weil du kaltst, oder? Nein. Ja, egal. Ja, doch, doch, doch. Alter. Was ist genau bei dir? Nichts um dir? Bei mir auch nix. Ich, äh, muss jetzt Leute in Highland Seek finden. Ja, das sehe ich wohl. Komm, du fickst die alle. Was auf, du bist ein Noob. Ja, also, äh, ich habe, äh, oh mein Gott, ich habe gerade zwei Leute gefunden, oder drei, oder, keine Ahnung, wie viele sind hier? Oh mein Gott. Und einen hast du gar abgehauen. Warte, was, was soll das denn? Oh mein Gott, ich werde die wieder finden. Egal, egal, egal. Okay, ja, ich habe, äh, Fragen vorbereitet bekommen, von Amira, ja, also, Moderator von mir, ne? Kennst du Amira? Ja. Ja. Okay, okay, stark, stark. Und, äh, sie haben hier Fragen vorbereitet, soll ich dir mal eine vorlesen? Ja, klar. Okay, sag mal eins oder zwei? Zwei. Zwei, okay, okay, okay. Also, äh, wie lange schaust du eigentlich schon meine Videos? Oh, ich muss gucken, warte. Ich glaube schon seit einem halben Jahr, ich glaube schon gerade. Seit einem halben Jahr? Ja, also, ja, also, aber das wird... Oha, krass, aber. Krass, halbes Jahr ist schon krass. Okay, und welches Video hast du mich so gefunden? Also, wie, ja, keine Ahnung. Ich meine, egal, also, ich meine, alle wäre geil, mal, die man macht was. Alle cool. Alle Videos cool? Ja, alle. Ich mache die besten Videos, oder? Ja. Ja, ja. Okay, okay, okay. Ja. Hast du irgendwas, was du mich fragen möchtest? Oder was du mir sagen möchtest, oder so, sonst irgendwas so? Ähm, also, ich habe eine Frage. Ich muss, also, rate mal meine Stimme, wie alt ich bin. Anhand von der Stimme. Anhand von der Stimme soll ich raten, wie alt du bist? Ja. Okay, kannst du, kannst du, okay, okay, warte, red mal ein bisschen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ähm, ich sag, ähm, 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 äh, 15. Ah, die schreibt 11, okay, 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 ich sag, ich sag, ich sag, ich weiß, ich, du lachst mal dreimal, ich bin 14. Okay. Andere schätzen, ich, ich höre mich an die 11 oder 10, aber ich bin wirklich 14, oder so. Nein, du klingst doch nicht so jung, hä? Aber, sag, sag, viele andere in meiner Schule, aber egal. Äh, wie, wie, wie alt kling ich, wenn ich so rede? Warte mal, ich würde mich überlegen, Alter, ich, boah, ich raten. Soll ich mal mit normaler Stimme reden? Das ist normal in meiner Stimme. Ja, ich, Aline, ich bin, 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 ich bin. Ich bin, 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 ich bin Ich bin 22. Ah, ok. Ja, 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 ja. Ok. Ich hab sofort wirklich gemoven, hab ich sofort Aufsage auf OBS gemacht. Ich hab sofort Aufsage auf OBS gemacht. Ok, dann markierst du mich ja beim Video, dann kann ich mir das angucken. Ja, also warte mal kurz, ich kann nicht mal, warte, 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 ich bin noch in den Channel, kann ich noch was reinschreiben im Channel? Weiß ich nicht. Warte, ich schreib dir mal kurz im Chat mal kurz meinen Youtube-Namen rein, weil dann kannst du mich hier... Ja, mach das, ich schreib mir den auf, warte. Oha. Ich hab reingestellt nicht viel, ja. So, ok, warte. Aber ich, 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 ich hab, ich hab mein Chat reingestellt, aber ich wollte immer bei Lamy versuchen, mal reinzukommen, aber bei Lamy sind ja mehr zu versuchten, so. Ja, da. Bei Lamy ist es unmöglich. Ja. Es ist so. Ja. Es ist ein Chat, also, ja, also, dann hab ich dann gleich hochlauern, oder morgen, also, ich will ich nicht nur auf Prozent markieren. Also, und alle Malungen, ja, alle, der, der will doch die 50k. Ja, Mann, die 50k, Zwiebel-Song und so kommt dann. Vielleicht mach ich echt einen Song, wer weiß, wer weiß. Oh. Schande, Lise. Ja. Aber richtig geil, so, wenn du aufgeschrieben hast, dann... Ich hab auch geschrieben, ja. Ok, perfekt, ja, dann, äh, dann... Also, ich grüße doch alle an die Mods, beste Mods. Mhm. Oder meistens, du bist auch der Beste. Danke, danke. Du auch. Ich sehe auch alle im Chat, also, richtig... Alina, Sveni sind alle richtig aktiv, das ist mächtig voll, ganz gut. Entschuldigung. Ja, ja, das stimmt. Aktive, gute Mods. Ja, find ich auch, find ich auch. Das war's eigentlich, Spur. Perfekt. Dann, danke, dass du hier warst, ich wünsch dir noch einen wunderschönen Abend. Und... Danke, danke. Und, äh, ja, keine Ahnung, viel Spaß bei, was auch immer du noch machst. Ja, okay. Okay, danke, tschüss. Tschüss. Perfekt. Ey, voll der Nette, ja. Der war ja mega nett. Okay, warte, ich hab die Musik nur leiser gemacht, weil ich mir nicht sicher war. Ob, äh, ob, äh, doch der laut genug war oder ob man den gehört hat. Tü 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 tü. Okay, Leute, ich, 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 ich... Es ist schwer für mich, mich auf so viele Sachen zu konzentrieren. Auf jeden Fall, hier ist noch einer drin, einfach. Einfach, da ist noch einer. Okay, Laura, die Maus. Okay, ich muss dich auch jetzt bannen, ja? Sympathisch, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sind immer noch live? Ja, natürlich. Wir sind doch keine Noobs. Bisschen, bisschen Noobs. Eine Million, ja, ja. Eine Million. Okay, nächster Moven. Und die nächste Person. Hier, Aileen, können wir reinmoven. Ich kann Aileen nicht reinmoven. Doch, jetzt. Hallo? Käsefuß? Käsefuß? Ja. Ja, warte, ich muss gucken, ob du laut genug bist. Hallo, hallo, hallo. Ja, hörst du mich? Ja, ich hör dich. Was geht? Was geht ab bei dir? Nix bei dir? Auch nix. Was machst du? Nix. Ich sitze irgendwie auf meinem Bett und höre dir zu. Okay. Bist du krank? Ja. Bisschen. Habe Altschmerzen und schnupfen so. Oh, hack. Gute Besserung aber, ja. Angegesehen. Kein Ding, kein Ding. Oh, ich habe gar eine Person gefunden einfach, ja. Die war im Kamin. Nicht im Kamin. Was ist denn das? Dunsthaube oder so. Hey Leute, schreibt alle einen Noob in den Chat. Was alle in den Chat schreiben? Noob. Noob? Ja. Ja, schreibt alle einen Noob in den Chat, dafür, dass Alina ein Noob ist. Ach, Mann. Ja. Und ihr könnt auch Zwerg reinschreiben, weil Alina ist auch ein Zwerg. Ja, Noob schreibt alle einen Noob größer als Mario. Auf gar keinen Fall. Ja, als ob jetzt echt alle einen Noob schreiben. Ja, okay, es war mir so klar, dass Clara wieder Noob schreibt, ey, ich schwöre, ohne Witz. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Meine Stimme geht auch weg. Mann. Ich habe auch die ganze Zeit geredet, deswegen, ja. Ja, vor allem, ich schrei auch die ganze Zeit. Ich muss eigentlich aufhören zu schreien, ja? Ja, muss wirklich. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, sag mal, was hältst du vom neuen Update da, ne? Was es in Proclaim gibt so? Spielst du Proclaim so in deiner Freundschaft? Ja, manchmal. Also, wenn du immer streamst, dann bin ich immer dabei halt, so. Das, ja, das weiß ich. Ja, generell, es geht, ich mag es irgendwie. Ja, also ich finde das Haus auch cool, auf jeden Fall. Das stimmt, das ist cool. Auch mit dem privaten Helikopterplatz da, zum Landen oder so? Was? Auch mit diesem privaten Platz, wo du Helikopter spawnen kannst, weißt du? Ja. Ich habe ja gefunden. Warte, warte, warte. Das ist bei mir ja speziell, wenn ich jemanden finde, weißt du? Bro, was ist das? Oha, du hast doch beim letzten Mal gewonnen. Ja, diesmal halt nicht. Oh Mann. So. Okay. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, ich habe es vergessen, aber. Na toll. Ein Noob. Du vergisst alles. Du bist ein Noob. Ey, du warst in Luxemburg, ne? Hä, was? Du warst in Luxemburg, ne? Oh, ja, ich glaube, vor drei Monaten, glaube ich. Oha. So lange her? Oh Mann. Ja. Oh Mann, oh Mann. War es cool? Ja, es war mega. Okay, ich mag Luxemburg nicht mehr. Ich bin jetzt auf Madeira. Hier ist es viel cooler. Oh, warte, da ist jemand. Geil. Ja, ich habe Chiara gefunden. Chiara, was geht ab bei dir? Ich habe dich gefunden, du bist ein Noob. Okay. Ansonsten willst du mich noch was fragen, willst du noch was sagen, willst du wen grüßen? Alles kannst du machen gleichzeitig. Let's go. Ich grüße halt alle im Stream und ja, das war es eigentlich. Ja, los. Und A-A-Rain, wenn er da drin ist oder irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube, der mag mich nicht mehr. Er hat es einfach weggegangen. Aber ja. Aber ja. Ich habe Spaß noch. Dankeschön. Dir auch. Und gute Besserung immer noch. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Perfekt. Hey, war auch ein gutes Gespräch hier. Weißt du, wo Lamy heute ist? Er wollte heute live kommen und Handabzeichen sammeln. Heute? Ne, er war doch gestern live, oder? Wo mich ein Call? Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie du hier heißt, ehrlich gesagt. Ich habe null Plan. Äh. Äh. Maios Käsefuß. Hey Leute, diesen Namen. Ich hole Maios Käsefuß rein, ja. Hallo? 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 Maios Käsefuß? Bist du mein Käsefuß? Hallo? Okay. Kenny hat Käsefuß. Das stimmt. Und genau in dem Moment kommt das hier. Okay, stark. Ja, ähm. Maios Käsefuß redet irgendwie nicht, ja? Hallo? Okay, nee. Maios Käsefuß will nicht von mir reden. Was soll ich sagen? Äh. Hol mich ein Call. Ich habe keine Ahnung, wie du heißt. Immer noch nicht. Keine Ahnung. Wie heißt du hier? Käsefuß. Ja, Käsefuß. Einfach Käsefuß. Ich weiß nicht mal, wie du hier heißt. Weil ihr ändert jeden Tag euren Namen. Ich weiß auch nicht, wie du heißt. Hier, ich nehme jetzt Tiki einfach hier rein. Ja, Tiki, komm hier rein. Oh, das geht nicht. Warte. Jetzt? Hey, ohne Witz. Dieses neue Update ist so dumm. Da. Hallo? Tiki? Tiki, Tiki? Hallo? Hallo? Ich höre mich einfach selbst bei dir. Jetzt nicht mehr. Okay. Stark, stark, stark. Ey, was geht bei dir? Nichts bei dir. Auch nichts. Dings, du bist Wanni, ne? Nee, weißt du? Ja, wie soll ich auf deinen Namen kommen? Wie sollst du, Tiki? Oha. Oha. Ja, so ist das halt, ja. Da ist gerade jemand, glaube ich, ins Zimmer gekommen. Warte, wir sollen noch gleichzeitig... Ja, wie heißt du denn? Majo's... Majo's süßer Junge? Okay, warte, ich hole dich auch rein hier. Okay, let's go. Jetzt seid ihr beide hier. Ja, was geht ab? Was geht ab? Ja, alles gut bei dir. Ja, auch alles gut. Ich muss gerade irgendwelche Leute suchen. Ja, ich bin auch versteckt. Also, ich habe so ein krasses Versteck, dass ich es niemals finde. So wie letztes Mal, wo du verloren hast. Klar warst du, ich habe mich verloren. Bis 100 Euro habe ich drüber gelaufen und du standest sogar auch wie mir, aber hast mich nicht gesehen. Ja, weißt du, warum? Weil du schlecht bist. Klar warst du. Ist doch die Wahrheit. Wahrheit. Oh man, oh man, oh man. Okay, okay, okay. Ja, was soll ich jetzt euch sagen, ne? Warum wolltet ihr beides zusammen in den Call? Obwohl ich jetzt noch die Frage machen. Ich verstehe dich ja nicht gut. Mach die Frage. Die Frage. Ja. Ja, aber jetzt nicht frage ich auch. Ich habe gerade eine Frage gestellt. Warum wolltet ihr zusammen in den Call gehen? Äh. Ja, weil wir es können. Ja, weil wir es können, weil wir halt krass sind. Ja. Und warum denkt ihr, dass ihr krass seid? Weil wir es wissen. Und fucken. Leg hier nur Fakten auf den Tisch. Ne, du bist halt ein Noob. Ne, ne. Und manche Leute sagen... Mario ist ein Zwerg. Was? Ein Zelt? Nein, Mario ist mein Lieblingszwerg. Zwerg? Ich bin kein Zwerg. Was für ein Zwerg? Oh, Mann. Okay. Eileen ist größer als Mario. Das stimmt nicht. Ich glaube nicht. Warte mal, warum ist hier oben ein Schlafsack? Was geht ab hier? Das ist schwer gebackt. Ja, frag uns zwar die Fragen, Mario. Was? Fragt was? Ja, die Fragen. Oder soll ich die vorlesen? Ja, legst du die Fragen vor. Genau, stell du mir die Fragen einfach. Ich kann die wahrscheinlich auch selbst nicht mal beantworten. Wie lange mache ich circa YouTube? Ich? Also auf dem YouTube-Kanal oder im Großen und Ganzen? Nein, auf dem YouTube-Kanal. 2021. Oh, nee. 2020. Oder? Ja. Wie viele Abos habt ihr? Elf. Mai. Richtig? Ja, irgendwie sowas. Wie viel? Also dann, äh. Das geht jetzt an Vani. Und zwar, äh, wie alt bin ich? Hat der eben sowas schon nochmal gesagt. 22. Oha. Wann habe ich Geburtstag? Äh, 1. Mai. Okay. Weißt du auch, dass ja? Ja. Nee, ich kann kein Mathe. Okay, sehr gut. Okay, okay. Krass, ja. Ja, war richtig, war richtig, ne? Ja, war richtig. Ist okay. Einmal in deinem... Ja. Ich wusste, dass ich eben gar nicht mehr wie alt du bist. Okay. Ja, das war krass. Äh, move mal irgendwie anders rein, dann stelle ich weiter die Fragen. Du willst die Fragen stellen? Ja, kann ich machen. Hä? Warte mal. Hä? Warte. Warte. Warte, bist du das? Nee. Oder? Nein, nein. Ich bin draußen und ich habe einen weißen Skill. Jetzt habe ich so viel geleakt. Ey, ohne Witz. Warte. Hier läuft jemand rum. Aber ich kann dich nicht anklicken, warum du... Ja, du bist die Ego. Let's go. Warte, ich bin auf Handy? Und das ist ein... Pst. Okay, Vani. Oha, Eileen. Eileen ist ja richtiger Profi. Die weiß ja alles. Die hat alles mitbeantwortet im Chat, ja? Ne. Also, Vani, was ist das Lieblingsvideo von mir? Von dir? Also von Mario? Oh ja, das interessiert mich. Boah. Schwer. Vani, von Lami wissen wir ja schon. Weißt du, was ich dir eben geschickt habe? Ja. Das war elf Monate. Ja, ja, I know, I know. Warum steht hier jetzt, Mario stinkt zu? Hallo. Hm. Ich fand, wie das YouTuber reagiert auf alle Lami und Banani-Soft. Oh, geil. Oh. Und das ist dein Lieblingsvideo von mir? Ja, Mann. Ich habe auch wieder jemanden gefunden. Lami's Barbecue oder so. Danke, Sasso. Ja, ist krass, oder? Ja. Ich finde auch. Okay, ich such dich jetzt, weil du sagst, du bist draußen versteckt und du hast einen weißen Skin. Also suche ich jetzt alles ab, was weißes hier. Das ganze Haus ist weiß. Ja, du hast aber gesagt, du bist draußen. Ja, draußen am Haus. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob du im Haus bist. Nein, am Haus. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Werden wir ja rausfinden. Hä, warum sind denn da Props im Haus drin? Also so, ach, keine Ahnung. Okay. Vani, was war dein Lieblingsvideo? Mein Lieblingslivestream? Mein Lieblingslivestream war der, wo Mario das Staubsaugerspiel mit Saddy gespielt hat. Ey, das ist schon bodenlos. Ich erinnere mich daran ganz genau, weil du hast mich die ganze Zeit getrollt, oder nicht? Warst du irgendwas so? Ja, ja, die ganze Zeit. Und du hast die ganze Zeit Sachen verloren. Und du wolltest mich eigentlich überall bannen, aber Saddy hat dich aufgehalten. Echt? Ja. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist bestimmt wieder in der Treppe, oder? Das wollte ich tatsächlich erst werden. Okay. Also mein Lieblingsvideo ist, Mädchen wird zum Online-Dater im Bookhaven. Äh, ja, ja, okay. Ja, ja. Er erinnert sich selbst nicht mehr dran. Ja, doch, doch. Ich musste nur überlegen, was es nochmal im Video passiert ist alles. Ja, ja, was ist denn im Video passiert alles? Im Video ist passiert, dass ich, äh, ja, ein, mit einem Mädchen durch Bookhaven gelaufen bin und ihr sozusagen ein paar Dates, naja, arrangiert habe, wenn man das so sagen kann, ja? Also, nein, das Mädchen hat noch nie vorher Roblox gespielt. Ja. Doch, doch, doch. Hat sie, hat sie, hat sie, hat sie. Aber nie Bookhaven. Ja, ja. Ja. Krass, oder? Warum liegt hier ein Boot, ein, hey, hier liegt einfach ein Bild von irgendjemandem. Und jetzt steht hier ein Schild. Hallo? Okay. Aber, ey, ihr seid hier viel zu lange drin jetzt, ne? Wir müssen nochmal andere Leute holen, ja? Nein, nein, lass mich drin und ich stelle die Fragen. Da kannst du sie weitermachen. Was soll Fragen stellen? Ja, die ich dir geschrieben habe, was nicht lange dauert. Okay, 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 okay. Ja, okay, okay. Also, Vanni, ne? Vanni, ist Vanni da? Hallo? Ich heiße Tiki. Tiki, ja, hä, du heißt Vanni auf Discord? Tiki, verwandle mich. Okay, okay, Tiki, okay. Tschüss, ja? Willst du noch was sagen und wen grüßen oder irgendwas? Äh, ja, ich grüße Aileen und, äh, 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 ja, ja, keine Ahnung, alle. Ich grüße alle, genau. Okay, schack, einfach alle. Let's go. Dann, äh, ja, danke und tschüss. Tschüss. Oh, Mann. Okay, perfekt. Äh, hier. Kannst du Ali reinholen? Ali unterstrich, äh, schwarze Flagge. Ali, warte. Okay, ja, Ali ist da oder auch nicht mehr. Er ist weggegangen. Ali wollte nicht mehr. Marios PC, lass mal Marios PC holen, ja. Wir holen jetzt Marios PC. Hey, hallo, bist du mein PC? Oh mein Gott. Direktion. Da ist der. Oh, ja, was geht ab? Hallo? Selina? Ja? Was geht? Nichts von dir? Äh, auch nix. Bist du aufgeregt oder was? Ja, ich weiss gerade vor Freude. Was, du, was? Was machst du? Ich weiss gerade vor Freude. Warum? Nein, ich weiss, hör auf. Ich bin viel mehr aufgeregt als du, okay? Nee, ich hatte Geburtstag. Wie, du hast Geburtstag? Ja, ich war die, die du in den Livestream mal gegrüßt hast. Im letzten Livestream? Ja. Ah, ich glaube, ich erinnere mich, ja? Und, was hast du an deinem Geburtstag so gemacht? Mario-Videos geguckt. Oha, als ob? Aber hast du nicht irgendwie eine Geburtstagsparty gefeiert oder so? Nee, wurde verschoben. Oha, wann feierst du jetzt? Morgen. Morgen? Oha, dann würde ich dir viel Spaß auf deiner Party, ne? Mario, ich habe eine Überraschung für dich. Für mich? Ja, auch für dich. Okay, ja, was ist deine Überraschung? Also, ich habe halt schon seit längerem, ähm, wie soll ich anfangen? Ja. Schon seit fünf Wochen, circa. Mhm. Fünf Wochen, okay. Habe ich halt, habe ich halt eine Überraschung für dich geplant. Und die Überraschung lautet, ich habe eine Geschichte für dich geschrieben. Du hast ja die Geschichte geschrieben? Ja. Für mich? Ja, für dich. Stopp, einfach eine Geschichte, hä? Okay. Willst du das jetzt vorlesen? Ja, ich bin so passiert. Wenn du willst. Klar, lies gerne vor. Hä, wie? Oha. Ja, weil... Ich freue mich, ich bin mehr aufgeregt als du wahrscheinlich, ja? Nee, nee. Doch, doch. Nee. 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 Ich telefoniere das allererste Mal mit dir, also... Ich telefoniere auch das allererste Mal mit dir, ja? Was soll ich jetzt sagen? Was erwartest du? Also, ich habe deswegen den Song gesch... Beziehungsweise Fan... Es sollte eigentlich ein Song sein, aber es ist eher... Es ist halt eine Geschichte geworden. Okay, okay, okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Aarei kennt die schon. Den Song, oder? Also, die Geschichte meinst du? Ja. Okay, okay. Okay, let's go. Schürt zu. Endlos rot. Endlos orange. Danke schön, danke schön für die schöne Zeit mit euch. Mario ist unser König und... Und Aarei ist unser Prinz. Wir sind wirklich froh, dass es euch... Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Junge. Alles gut. Ich hab grad keine Zeit zum Telefonieren. Wir sind wirklich froh, dass es euch gibt, weil ohne euch wäre unser Leben nicht so schön wie jetzt. Mario und die Aarei Army halten für immer und ewig zusammen, egal wo, wann und wie es gerade einer Person geht. Wir drei halten für immer und ewig zusammen. Damit meine ich, dass wir vielleicht ab jetzt beste Freunde sind. Und wenn irgendwas ist, dass wir miteinander reden können und diese Person versuchen, wieder aufzumuntern. Und schauen, dass es dieser Person wieder besser geht. Eine wichtige Sache, die was ich dir noch sagen will. Ja? Erstens, bleib so wie du bist. Veränder dich nicht. Okay. Zweitens, bleib gesund und munter. Drittens, hör nicht mit Yusuf auf, sonst höre ich nur mehr die ganze Zeit. Oha! Ich und die ganze Army lieben eure Videos so sehr, überhaupt wie ihr euch gegenseitig Streicher spielt. Das war meine Geschichte. Oha. Also erstmal mega, 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 mega coole Geschichte, mega süße Geschichte, sehr, sehr süße Worte und alles. Ey, ohne Witz zu... Was soll ich sagen? Ey, wie krass. Aber dich hat ein bisschen sprachlos gemacht, hm? Ja, jetzt musst du weiter kommentieren, es kann ich nicht mehr streamen, ja? Alle abonnieren und liken. Ja, alles alle abonnieren, liken. Oha. Also auf jeden Fall im Chat finden alle das süße, also von daher... Also, also du hast auf jeden Fall eine schöne Geschichte da vorgelesen. Ja, ich habe ein Geheimnis hinter A-Array herausgefunden. Okay, willst du das sagen oder nicht? Nee, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber... Okay, okay. Dann wahrscheinlich nicht, aber... Aber ich habe ein Geheimnis hinter dir herausgefunden. Okay, warte, ich kann kurz den Stream muten und du sagst mir das, okay? Ja. 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 Okay, alles klar, so. Also, keine Ahnung. Muss ich ihn auch mal fragen eigentlich, ja? Das interessiert mich jetzt auch. Ja. So. Hey, nein, du bist ein bisschen. Und für A-Array, beziehungsweise Felix, sie habe ich auch einen Song geschrieben. Was ist ein Song für A-Array für dich geschrieben? Ja. Okay. Oha, oha. Kann ich meine kleine Schwester holen, weil die hat es morgen Geburtstag. Oha, ja klar, hol die, hol die. Ja, karte, ich komme euch wieder. Jo. Okay, Leute, hä, wie süß ist das aber. Candy, du, du. Meine Stimme ist kaputt. Ey, Leute, ich finde hier einfach keine Leute mehr. Ohne Witz, ich habe... Keine Ahnung, habe ich irgendwo vergessen nachzugucken? Die ganze Zeit, ja, ne, voll süß, ja, mega süß, ohne Witz. Und dann holt sie jetzt einfach ihre Schwester, bei der sie Geburtstag hat. So, ich bin wieder mal. Was geht ab? Sag mal, das ist wirklich Maya. Hi. Hi. Besöhnlich der echte Maya bin ich. Ich bin nicht Maya, nee. Das ist nur die Mayonnaise. Ja. Mein echter Name ist Selina. Mayonnaise, 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 das ist ein Kuhle. Mayonnaise ist der Beste und macht coole Videos. Danke. Das stimmt. Ja, das stimmt. Oha, danke, das stimmt. Jetzt kannst du mich nicht schübeln. Hast du jetzt irgendwann Geburtstag, hat mir deine Schwester erzählt? Ja. Ja, du musst aber dann gut feiern, ja? So sieht. Oha, da ist auch wieder jemand reinkommen. Ich speichere dich als Selina. Nein, sie heißt doch Selina. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Egal. Was soll ich sagen? Bin ich zu spät? Ein bisschen, ja? Ein bisschen. Hey, ohne Witz. Wie viele Leute habe ich gefunden? Drei? Sorry, das war meine große Schwester. Alles gut, alles gut. Der darfst du dann auch Hallo sagen, ja? Jus. Okay. Perfekt. Willst du sonst irgendwas sagen oder deine Schwester oder sonst was? Deine Schwester oder sonst was? Dann schloss dich. Bitte, ich war einmal, du hast es zu besorgen. Dass ich nicht, was ich machen wußte. Dass ich, was ich machen wußte. alle abonnieren und liken und kommentieren brav wenn ihr das nicht macht danke dass sie hier war danke auch wenn das über die geschichte und alles sie heißt dann wenn sie beim nächsten mal da ist oder so und in den call kommt dann gerne ja danke dass du da warst ja und ich habe ein foto von jetzt gemacht ganz leicht im jahr du kannst ganz leicht im hier speichern wo du dabei bist auf jeden fall also vielen vielen dank dass du auf jeden fall hier diese mir gemacht hast und so und ja ich hoffe wir werden irgendwann noch mal miteinander reden ja hoffe ich auch okay dann wünsche ich noch einen schönen abend und deiner schwester auch ohne witz wie sie es war das ohne witz richtig süß oh mein gott wie krass war das denn ohne witz das ja wirklich krass warte mal links ist ja immer noch drin aber die ganze zeit okay also wir können es noch eine person reinnehmen so aber ich muss hier erstmal noch ein paar leute finden ich weiß auch nicht wie viele leute ich jetzt hier gewandt habe ich auf fünf leute oder so aber ich habe sie nur aus dem haus gewandt leider das heißt ich sehe nicht wie viele leute hier drin sind okay wie viele fehlen noch ich weiß es nicht weil hier hinten stehen drei leute glaube ich 1 2 3 oder so ja drei leute stehen gerade hier und das ist die liste ab ich habe niemanden gebannt leider bin aus dem kämen rausgeflogen wo hab das natürlich nicht so nice tut mir leid für dich leider aber da kann ich auch leider nichts machen okay oder nicht okay weiß nicht okay warst du mitgekommen auf die autofahrt als ich mit dem auto ins wasser musste wieso du stinkst wie was wofür die autofahrt ich verstehe gar nichts mehr wie geliebt echt wieso bist du geliebt ohne witz ich habe keine ahnung wie krass habt ihr euch den versteckt oder wird sich für die einfach gar kein es ist für mich so schnell hier gerade leute zu finden ohne witz ich gucke stream ist so cool ich hab die mal bei discord rein ey was geht ab tagelang wach okay spezi werbung was kam es einfach spezi werbung oder was ich bin gut versteckt ihr seid alle gut versteckt ich meine gerade wieso meinst du hört doch auf zu weinen okay wir müssen auf jeden fall noch eine person hier rein rufen mayos geklauter irgendwas hallo 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 mayos geklauter bürger ja wo ist mein burger ich suche leute in heilen sieg was machst du gerade her außer mein burger clown mich essen ja du du ist mein burger nein doch 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 ähm nein 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 ich schätze doch gar nicht dein burger ich schätze den ayres burger den burger von a-way ja äh mein gott wie will snap bekomme ich oh ha ha ja ey komm wann bist du mal aktiv in snap wann isst du eigentlich mal eine zwiebel äh warte mal wo bin ich aktiv in discord ich habe gerade keine zwiebeln aber vielleicht irgendwann später aber ja ich will die noch sagen kauf mal fünf zwiebeln ist ich nicht was ich glaube ich wirklich nicht na toll na toll danke ja ich habe noch eine aufgabe für dich für nächstes mal online aber ich musste nicht machen eine frage schon das aufgabe gemacht wie ich die gesagt haben wo du anrufen muss und dann sagen musstest du dass du was hab ich noch mal da gesagt ich habe gleich vergessen wie das heißt ich spiel ja ein spiel wo du mir damals gespielt hast aber ich bin wirklich denke lauter burger ich habe einen burger sogar gerade ja du hast ihn gegessen ja und sagt ich bin schwanger ich habe ich rufe dich an und sagt dass du stinkst ja auch dass du meinen bürger zurückgeben sollst du weißt eh nicht wie ich auf snap heiße zum glück oder stimmt ja ich hab dich doch aufs net weiß ich nicht war schon lange nicht mehr auf dem angenommen habe ich ja ich habe glaube ich jeden angenommen ja aber ja aber ich schreibe dich ganz zählt an bist du mich noch anschweibst und solche noch was sagen ich habe eine frage wie kannst du eigentlich wenn du eigentlich gegen wasch sterben bei wem gegen wasch ich weiß es nicht mehr ich kann wo licht flackert ja ich habe keine ahnung machen ich weiß es nicht oh man ok ok ja was los hast du ein snap bekommt muss antworten ja ich bekomme jeden tag snap ja ich ja auch auch ich will snapchat dann löschen ja spaß ich habe meine berater für dich warte gleich hörst du ich weiß gar nicht ob man die hören kann warte kurz ich gehe mal kurz mein gott ich wollte fast mein gesicht liegen sein gesicht liegen nein ich zeige auf keinen fall mein gesicht ok aber warum wolltest du dein gesicht liegen oh ich bin mein gewohnt let's go es wurde der dino hat sich aber jetzt weg teleportiert was bekomme ich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin nicht eingeloggt in meinem snap account oha gerade ja ich bekomme jeden tag snap ja ich auch ich habe in der whatsapp gruppe gefühlt 1000 nachrichten gehabt stark also ich habe jetzt schon mindestens 10 snaps bekommen in der zeit wo ich jetzt hier live streame glaube ich mache ich gerne ich schicke dir gerne snap ich dachte das wäre fake mei aber nee du hattest schon mal blonde haare das weißt du ja ja hatte ich tatsächlich auch und ich glaube diesen 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 bitmoji den ich bei snapchat habe den habe ich nicht gemacht aber der wurde mir von jemandem gemacht und ich habe ihn einfach nachgemacht ja ich brauche jemanden ja das ist dauerlich gefühlt der mona war so gefühlt ok bei mir war gerade irgendwie nächstes mal bist du auch dabei in meinen gefangenen und so und nächstes mal gebe ich dir ein nächstes mal esse ich dich dann darauf mich ja das werde ich als edit machen ja genau dann erwähne mich und dann werde ich dich wahrscheinlich sehen ja ja was würde ich noch mal sagen guck beim tresor werde ich jetzt machen gute idee danke äh tresor hast du das schon geguckt briefe im briefkasten zum glück hast du mich nicht gefunden ok ok ich war doch glaube ich nicht in der küche in der küche warte ach so du warst in der küche warst du im kamin nein nicht aber ich war in der küche aber aber nicht im kamin ich habe aber niemanden in der küche gefunden glaube ich oder doch eine person ja ja doch kann sein und kommt ihr ein bisschen bekannt vor diese texte mitte und warum halt und und wenn ich da mein user ok ich habe mein name mal geändert weil ich sage mal meinen echten discord name ja du willst den echten discord namen zeigen ja das ist mal ich sage mir was ja ja sagen wir was ja ich dachte ich gewinne und mal muss mir noch boobux geben wo dass mir noch wo wuchs wo dann musst du den noch anschreiben 2000 da so Das war seine Entscheidung, wenn ich für ihn immer Merch mache und warum hat dir eigentlich eine Merch von mir nicht entfallen? Welchen Merch? Ich hab dir mal einen Merch gemacht, aber dir hat es nicht gefallen und ich mach voll gute Merch. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht. Du musst mir das doch mal senden dann. Ja, wo denn senden? Ich kann dir gar nicht privat schreiben. Wie hab ich die denn bewertet? Ähm, das hat doch Amira oder Bunny gesendet. Okay, keine Ahnung. Weißt ich wirklich nicht mehr. Ich hab dir mal ein Pamphil gemacht. Wo du sagst, dass du stinkst. Wow, na toll. Ja, mach ich gerne. Ja, und wenn du siehst deine News, dein Name bei Vitamina Server, dann denkst du auch so, wer war das? Also ich kann dir sagen, das war super. Weil da steht Noob. Was? Stricht, ähm, Mayo der Süße. Ja, warte, 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 warte. Was? Wer? Was? Ja, guck, äh, guck mal, ähm, guck mal bei, ähm, ach so kannst du ja nicht. Aber guck mal bei Vitamina Server und guck mal bei deinem Namen. Guck mal, wie jemand dich genannt hat. Noob, Mayo der Süße. Ja, wie bei A-Rate des Süße. Ohne Witz. Das war eigentlich nicht. Ich kann doch gar nicht, ähm, okay, developerrecht habe ich nur, ähm, Rechte in deine, in deine Channel zu schreiben. Das war's. Oh man, oh man, oh man. Okay, okay, okay. Ja. Na, okay, warte, aber ich würde, ich würde aber jetzt mal andere jetzt mit dran nehmen. Ja, okay, dann. Ja, genau, äh, willst du noch was sagen? Oder noch was fragen oder sonst was? Oder grüßen? Äh, ja, ähm, grüßen will ich. Ich will, ähm, alle aus, ähm, Mayo Gang grüßen und, ja, und, ähm, Fragen will ich noch stellen. Ähm, wann, ähm, wann machst du eigentlich Fußbild? Was, wann mach ich was? Wann machst du eigentlich Fußbild dann? Fußbild? Witz? Oh man. Nee, Fußbild dann. Fußbild da? Fuß, Fußbild da, ja, äh, du hast doch mal gesagt, du machst 50k, aber nee. Nein, ich hab das nie gesagt, das ist ne Lüge. Ich hab das als Witz gesagt, ja. Ja, ähm, wenn man, sieht man sogar, das kann man sogar noch sehen, diese Nachricht. Oh man, oh man. Ja. Und, ja, ähm, ich werde gleich noch machen, dass du stinkst, ja. Du stinkst ja. Du wirst machen, dass ich stinke? Ähm, ja, super deutsch. Ich werd so, ich werd so, ich werd euch mal irgendwas, ich werd mal ein Merch erstellen. Die geile Mai. Oh man, oh man. Okay, alles klar. Alles klar. Ja, ja, ja. Ähm, eine Sache noch. Hm? Ähm, du bist, ähm, Eileen ist größer als du. Ei, das ist so nicht wahr. Ja. Ich hab ein Bild, was das Gegenteil beweist. Okay, jedenfalls, danke, dass du da warst. Ja. Wohin? Wann kommst du zu mir? Ich will, ich will, dass du mich zu Gamescom fährst. Ich soll dich zu Gamescom fahren, wie soll ich das denn machen ohne Führerschein? Ja? Ähm. Oh, ups. Egal, ist nicht schlimm. Also auf jeden Fall, du stinkst schon mehr Slime. Was? Mayo? Komm. Ich. Ich hab's nicht gelesen. Benutzt Bobbycar? Safe. Safe, safe, safe. Okay, wen holen wir jetzt nächstes hier in den Dings rein? So, okay, wer ist noch da? Hm. Lara. Holen wir Lara mal hier rein. Hier, die erste da oben. Lara? Wie ein Rockstar. Hallo? Was geht ab? Okay, ich weiß nicht, was bei... Lara? Lara, ab geht's? Keine Ahnung. Hallo? Hallo? Hört man mich? Ja. Okay. Du bist live. Okay. Okay. Kann grad nur bis zum Unerwarteten. Was kannst du? Kann grad nur bis zum Unerwarteten. Ja. Tut mir leid, ja. Was geht ab bei dir? Nix von bei dir. Auch nix. Okay. 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 Oh Mann. Also, ja, ja, also, warum bist du hier? Was, 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 was machst du hier? Keine Ahnung. Ja, hä? Ich soll einfach mal mit dem reden. Okay, was wolltest du mir denn sagen? Eigentlich gar nichts. Nichts? Okay. Stark. Das war's dann, ne? Ciao. Soll ich dir eine Frage stellen? Ja. Okay. Okay. Erstmal natürlich eine wichtige Frage, die ich schon lange nicht mehr gestellt habe. Dings, äh, magst du Döner? Ja. Okay. Und was machst du auf deinen Döner drauf? Alles. Alles? Also komplett alles? Ja. Okay, auch Tomaten? Ja. Ja. Okay, okay. Naja. Warum? Keine Ahnung. Warum Tomaten, hä? Oh Mann. Naja. Naja. Auf jeden Fall Tomaten sind nicht lecker, ja? Du sollst mal Tomaten, äh, nicht essen, ja? Spaß. Okay, äh, soll ich dir noch eine Frage stellen jetzt hier? Irgendwas? Warte mal. Wie lange schaust du eigentlich schon meine Videos? Ich glaub ein Jahr jetzt. Ein Jahr? Ja. Oha. Wie viele Abonnenten hatte ich da? Weißt du das noch? Keine Ahnung. Okay. Nee. Ja, mega krasse. Ein Jahr einfach. Oha. Hä, warte mal. Hier ist einfach jemand unsichtbar. Bei mir. Hä? Warum? Einfach unsichtbar. Okay. Ähm. Ja, ich weiß nicht mehr, ob ich gefragt habe. Was hab ich gerade gefragt? Achso, ja doch, ich weiß wieder. Okay. Ich weiß wieder. Äh, Dings, äh, was ist mein Lieblingsvideo von dir? Äh, von mir? Ja? Ähm. Weiß ich grad nicht. Weiß? Weißt du grad nicht? Nee. Okay, okay. Okay. Ja, sonst fällt mir keine Frage ein. Hast du noch irgendwas, was du mich fragen willst? Ja. Okay. Können wir vielleicht noch eine Person mit in den Call reinholen? Ja. Sag mir nur wen. Okay, warte mal. Ja. Mario, Lami und Emily. Heißt die. Mario unter sich Lami unter sich Emily? Ja. Okay. Warte. Okay. Richtig? Ja. Okay. Hallo Mario. Hallo. Oh mein Gott. Was geht ab? Ähm. Nix. Nix. Ja. Okay. Oh Mann. Oh mein Gott. Bist du aufgeregt jetzt? Ja. Warum? Ja, weil das halt schon voll großer Wunsch ist. Oha. Hör aber, aber ich bin viel, viel, viel mehr aufgeregt. Ja, einfach, oh mein Gott. Ich zitter. Oh Mann, ja ich zitter. Ja. Ja. Hast du, hast du, was du mich fragen willst oder soll ich dich was fragen? Du kannst mich was fragen. Ich soll dich was fragen? Ja. Okay, was willst du denn für eine Frage? Ja. Willst du eine Frage über mich beantworten oder, ähm, also so, so, so ein Quiz, so Quizfrage oder willst du eine Frage beantworten so, keine Ahnung, was anderes halt. nicht, nicht um mich, so, ja. Ach, was um dich? Hä? Eine Frage über dich. Okay, okay, eine Frage über, also bist du jetzt so eine Frage, so eine Quizfrage oder eine normale Frage? Ja. Okay. Ja, eine Quizfrage. Ähm, okay, warte, okay, wie viele Leute, ne, warte, ne, okay, warte, warte, warte. Warte, hast du mein Roblox Match gekauft? Äh, nein, ich hab keine Roblox. Oha, als ob du keine Roblox hast. Wie heißt du? Emma unterstrich Naruto 80. Okay, warte, sag mir das nochmal. Emma. Emma unterstrich Naruto 80. Ja. Okay, okay, heißt du Lami Love? Ja. Okay, warte, da bitteschön. Im Ferrari oder im Bugatti. Hast du jetzt ein paar Bobaks von mir bekommen? Ähm, muss ich mal gucken. Nimm doch Amiras Fragen, das sind Amiras Fragen, oder? Ne, doch, das waren Amiras Fragen. Ne, also, die, 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 ja doch, eigentlich schon. Ich musste nur eine Frage stellen, damit das jetzt Sinn ergibt, weißt du? Ähm, also, meine Roblox hängt gerade, weil ich telefoniere, also halt mit dir. Nicht schlimm, da siehst du das sowieso später. Dann kannst du dir alles kaufen, was du willst, jeden Merch, ja? Ja. Okay. Ähm, ja, stell dir noch eine Frage, okay? Ja. Was ist mein Lieblingsvideo von dir, von mir? Ähm, eigentlich alle. Ja. Eigentlich alle? Hast du kein Video, wo du sagst, so, oh mein Gott, ist das cool? Nein, weil ich eigentlich alle liebe von dir. Okay, okay. Ja, das ist eine gute Antwort, ich akzeptiere das als Antwort, okay? Ja. Okay, perfekt. Willst du sonst noch was sagen oder was fragen oder deine Freundin, Lara, irgendwie? Weißt du, dass ich die Freundin war, die du gegrüßt hast, also Emma, dass ich Geburtstag hatte? Äh, was weiß ich? Also, du hast ja vor uns jemanden gegrüßt, also Emma, dass ich vor drei Tagen Geburtstag, das war ich, also. Ach so, ja, okay, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Oha, wie krass. Aber sag mal du. Ja. Äh, Aileen sagt, du sollst sagen, dass Aileen kleiner ist als ich. Aileen ist kleiner als du. Okay, dankeschön. Okay, sonst, willst du sonst noch was sagen? Äh, ja, also, ähm, ich grüße meinen Bruder, Leo. Mhm. Und, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt auf Discord, aber der würde auch gerne mit rein kommen, der hat so ein Frosch, Profi Wild mit Brille. Ein Frosch? Ja, mit Brille. Äh. Ja. Okay, soll ich den danach reinmufen? Er könnte jetzt auch schon rein. Ja. 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 Okay. War es richtig? Ja. Okay, perfekt. Hallo, hallo? 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 Genau. Äh. Äh. Nichts. Ich soll dich hier reinmufen? Äh. Äh. Ich hab zwei wichtige Fragen. Ja. Zwei wichtige? Ja. Und zwar, warum heißt du nicht Ketchup, sondern Mayo und ähm, was dein Ziel auf YouTube dieses Jahr ist? Äh, das ist vielleicht nicht so gut, aber ich stelle mir keine Ziele irgendwie. Aber Labi meinte auch schon, ich muss nur ein Ziel setzen. Deshalb, was soll ich mir als Ziel setzen? Vielleicht kannst du mir ja helfen dabei. Ja, am besten sind natürlich die 100.000, ne? Für den Playbutton. 100.000 Abonnenten? Soll ich mir als Ziel setzen? Ja, bestimmt. Schaffst du doch, easy. Denkst du? Ja, schon. Okay, dann ist das mein neues Ziel jetzt, okay? Ja, ja, 100.000. Okay, alles klar. Ja, ja. Okay. Und warum soll's Ketchup heißt auch? Also nicht Ketchup heißt auch hier YouTube, sondern Mayo. Ich heiße Mayo, weil mein Lieblingsspiel etwas mit Majora heißt. Und, ja, halt die ersten vier Buchstaben Mayo. Also, ja. Und Ketchup? Ja, Ketchup ist lecker. Ja, das wär ich lecker, ne? Ja, sonst hab ich eigentlich nichts mehr. Okay, war das alles, was du fragen wolltest jetzt noch? Ja, eigentlich schon, ja. Okay, okay. Okay, sind deine anderen Freunde jetzt weg hier? Sie sind aber immer noch da, aber die reden nicht. Oh, Mann. Na gut, okay. Ähm, ja, sonst... Ich hab keine Ahnung, will irgendwer von euch noch was sagen sonst? Ja, ja, ich möchte noch was sagen. Okay. Und zwar, ich grüße meine Schwester, die mich hier reingebucht hat. Dank dir bin ich hier. Du hast mir... Keine Ahnung. Du bist nett. Also, ich grüße auch deine Schwester, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. Aber grüße auch mich. Ich grüße auch dich, klar. Ja, dann ist ja gut, dann ist ja gut, ja. Aber du musst auch Lara grüßen. Und Lara grüße ich sowieso, ja. Lara, ja, hat euch überhaupt hier hingebracht, ja, sozusagen. Ja, ja, danke, danke, Lara. Danke, danke. Okay, perfekt. Und dann grüße ich noch alle im Discord. Ja. Und alle im Stream grüße ich auch, ja. Und alle im Stream. Perfekt. Ich grüße auch. Alle schön rein abonnieren. Genau, alle rein abonnieren. Let's go. Für die 100.000. Ja, genau. Richtig. Okay, dann danke, dass ihr alle hier wart, ne? Tschüss. Danke dir. Bis zum Essen. Tschüss. 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 kurz nachfragen ja weil ich nicht alle gebannt habe ich okay las ist versteckt lami fern ist versteckt von ist versteckt ushiya ist versteckt es ist amira und keine ahnung weil ich nicht aber kann auch sein dass nicht amira ist so viele leute versteckt es so viele leute sind noch versteckt 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 leute sieben leute ist noch versteckt okay wir müssen jetzt mal jemand rein move nehmen wir was das leiden war schon die wollte von glaube ich nicht reden oder so klar weiß ich nicht mehr aber ja erstmal hier klarer ja was genau bei dir was was machst du sitzt im auto ich war im kino was ist denn geschaut chantan chantal im märchenland okay ist das cool ist ich kenne das nicht ja ich könnte auch ein paar outtakes schicken ich habe ein paar outtakes mitgefilmt hier bin ich led bin mein wlan jetzt nicht wieder abgekommt bist du live ich bin live ja ich dachte ich dachte jeder weiß dass der hier im channel ist ja ich habe vergessen du hast vergessen ja okay oh man okay okay alles klar ja ich spielte einen zieg und suche nebenbei leute ja und finde keinen irgendwie sind noch ich dachte ich wäre nur sieben aber es sind wahrscheinlich heute mal sieben wo machst du denn heidenzieg also in welchem gebäude in dem neuen es kam ein neues update vielleicht bei diesem laser da da kann man irgendwie drauf laser welchen laser ja da gibt es so ein laser in irgendeinem raum ein laser ein laser im raum irgendein komisches ding ich weiß es nicht keine ahnung ich habe noch kein laser gesehen hier ganz oben ganz oben ok wenn ich auf jeden fall gucken müsste glaube ich jetzt drin sein die outtakes ohne witz des kannst du dich aber niemanden finde irgendwo muss ja jemand sein ich müsste überlegen vielleicht in diesen servern aber ich glaube sie meinte ein anderes haus hat irgendjemand geschrieben das kann auch sein ja keine ahnung ich weiß auch nicht ach so es gab noch ein neues update das kam jetzt heute ich versuche hier ich muss offline ich okay und danke dass du hier warst ich komme vielleicht nachher noch mal ok tschüss ok alles klappt ja was soll ich sagen ich weiß nicht ob hier jemand ist ja ich sehe ich habe jemand bei meinen füßen ist ja da ist niemand ok keine ahnung weiß ich muss ich habe so krankes versteck aber man ich werde nie ich werde nie mal zurück jemanden finden ok leute ich brauche definitiv tipps warte ich habe eine chat warte mal alle ein tipps ein tipp bitte oder wenn es ist so schwer überhaupt etwas zu finden ich bin einfach gar nichts und gar keinen kannst du mich wieder rein nehmen warte was willst du her was willst du stress was geht ja was los was so zu fragen du hast mir halt keine fragen gestellt so was willst du denn für fragen beantworten bist du quiz fragen beantworten über mich ja ich kenne die antworten gar nicht ich kenne die antworten nicht ja 2020 glaube ich habe ich mein kanal erstellt ach so ach so ja 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 wie heiße ich in echt ist glaube ich nicht schwer jason ja ok wie viele follower habe ich auf tik tok das weiß ich sogar ich weiß das ich weiß es nicht ich weiß ich weiß das irgendwas keine ahnung mit wie viel um 1000 oder mehr also ich habe zwei tik tok accounts ja einer hat 37.000 der andere hat 3100 ungefähr krass krass oder ja ok du kriegst nur eine frage von mir ok warte wie viele leute folgen mir in roblox doch das kannst du wissen nein warte ich gucke nach nein du darfst nicht nachgucken du darfst nicht das ok warte wie teuer war mein alter roblox match ich weiß trotzdem mehr als keine ahnung du weißt mehr als ich über mich selbst ja ok so eine frage kriegst du jetzt noch warte was sind meine ältesten roblox match ich weiß mehr über dich als du ok ich mach dir eine ordentliche frage oha einfach das ist einfach antworten gespawnt danke oh man dann kann ich ja mal prüfen wie viel folge habe ich auf tik tok 3100 ich habe es doch gesagt danke dass du aber dazu geschrieben hast wie ich echt heiße ja ok ja genau ja wohl das weißt du ich kann keine fragen stellen die du weißt ja ich weiß eigentlich nicht alles aber schon viel ohne willst jetzt ich weiß schon einiges ich habe leider keine feine ich dir jetzt noch stellen kann ja ich weiß nicht wie du hast du mich gefunden warte hier ist einfach jemand von mir muss raus mein tablet ist leer darf ich bitte bobux schwirre auf meine die tendo switch haupte mal wieder nicht geschafft was was du willst bockens was im robot schenken du darfst entscheiden ich habe keine frage mehr für dich ich habe keine ahnung was ich fragen soll was war mein erstes youtube video was war mein erstes youtube video das ist doch eine einfache frage das kannst du nachgucken das weißt du selber nicht das kann ich auch nicht fragen das weiß ich nicht mal oder weiß ich doch doch ich glaube schon ach man ja ja was soll ich sagen es gibt keine andere frage mir die fragen sind sind leer mein erstes video war versteckt spiel in brocaven hey nein das war mein erster live stream ich bin krassen sachen merken merken merkt man ja stell mir eine frage dann habe ich mit dir zum ersten mal geredet also gesprochen genau keine ahnung in einem live stream ich sag jetzt mal hast du genau das genau das datum oder was willst du haben ja ist nie sagt man warte bist du ein jahr bis zum tag bis zum monat was willst du von mir was willst du bin ja monat heißt ein monat also ich denke mal dass das letztes jahr war ja wir wollen nein oder doch doch das muss letztes jahr gewesen sein ich sag wie hallo ja letztes jahr 2023 oder ja dann sage ich ja nee nee da war safe nicht keine ahnung was ist ich doch april ja glaube ich auch april keine ahnung du musst es dir selbst wissen damit du sagst oh mein gott ach man eileen du bist ein noob du bist okay warte mal wie groß bist du ich bin 183 eigentlich ok wie groß bin ich aileen 1 92 ok also das sind viel zentimeter unterschied ok also hast du machte aufgepasst ja hätte ich jetzt auch gesagt okay auf jeden fall das war ja dass das war das was ich wenn es andere leute raus und dann also da kannst du hier was du bist ein zwerg tschüss oh man weiß nicht was deine erste playlist auf youtube ist das weiß sie doch nicht weiß doch nicht mal was mein erstes video war ja eileen eileen kein richtiger fan ja was soll ich sagen ist kein richtiger fan ok wir gucken was hier noch abgeht hier haben wir keine ahnung m ich weiß nicht wie der ganze name ist leider sie ist nicht hallo 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 hi ich habe mich selbst ok was klapp bei dir was machst du hier ich bin heute zum ersten mal im call ja ich auch ich habe halt irgendein bild und ich habe keine ahnung was das werden soll ok was mal zu denen kannst du es beschreiben regenbogen regenbogen ja sieht irgendwie nicht so ok warum sieht das nicht aus den regenbogen ich habe viele farben vergessen also hast du rot hast du gelb hast du grün das gehört doch gar nicht in den regenbogen eigentlich oder das gehört nicht zum regenbogen ja das dachte ich mir nämlich auch gerade oh man also ich hatte ein handballcamping was hast du handballcamping ich habe mich hundertmal verletzt hundertmal verletzt ja ich habe einen handball gegen meinen knochen bekommen dann wünsche ich dir gute besserung oder so ich hoffe alles besser wird ok ok ich habe noch neun robux was hast du nur noch neun robux hä wieso was willst du denn kaufen den ganzen shop den ganzen shop kaufen ja ich habe keine ahnung wie mein ganzer shop kostet aber du willst du meinen namen ich gebe dir paar box lana crazy 3 alles zusammengeschrieben ja also lilly crazy official ok ok hier warte hier da bitteschön ich hoffe das reicht ok willst du fragen beantworten du bist schlecht ok 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 warte vielleicht kann ich aber was ich was anderes fragen ok etwas keine quizfrage warte wie lange schaust du schon meine videos bestimmt schon ein jahr ein jahr oha das lange ok durch welches video hast du mich kennengelernt weißt du das noch zufällig durchs video ok also ein genaues video durch welches video du mich kennengelernt hast ok weißt du weißt du was er die gerade macht ich habe lange nicht mehr auf seinen kanal geguckt als ob aber wieso ich habe die ganze zeit nur laser du kann deine videos geguckt ok laser luka macht coole videos ja das kann ich verstehen ja ok naja ich würde aber sagen ja bist du mich vielleicht noch was fragen irgendwas schon immer wissen wollte ist nein ok dann dann habe ich keine ahnung da habe ich keine ahnung okay alles klar dann 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 willst du noch jemanden grüßen ja julie und leonie ok alles klar alles klar dann ja auch grüße an die und ich würde sagen danke dass du hier warst und ja tschüss oha voll cool aber voll cool ich habe neue fragen geschrieben nice nice habe ich gerade noch nicht gesehen rufen mich und stell mir fragen dich muss ich am ende erst rufen bevor ich noch jemand anders move weil das kennt ja jeder schon die antworten weißt du weißt du ich meine wir holen mayos tastatur let's go hallo bist du bist du meine tastatur hallo hallo was geht ab warte mal habe ich habe ich schon mal mit dir geredet ja okay ach so ist der gleiche einfach ja 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 ich habe gelber profil geste ja warum bist du noch mal jetzt hier ja ich habe das video schon hochgeladen ich habe mich markiert also den link reich schicken ich gucke mir das nach dem stream an okay ich habe doch dein namen geschrieben oder ja ich habe ich markieren zum titel in den ja dann sehe ich das sowieso weil ich werde erwähnt ja drei stunden 40 minuten oder so was ich kann mir sagen ja drei stunden achtunddreißig so lange könnte ich nicht einmal live gehen so richtig geil so lange wach geht wie weiter okay dann war das alles was du sagen wolltest also nicht vergessen und ich wollte mal sagen ähm ähm kätze wie ein der eine der dich so aufs näscher angeschrieben hat wo er so also ich habe immer angenommen da war ich im praktikum und da dachte habe ich dir fernherz geschickt okay ich weiß es nicht mehr aber da heißt da da hast du da habe ich dir fernherz geschickt das hat diesen voll gut oder war habe ich doch die verleihung geschickt und du hast gewollt es dir noch erzählen ach dann habe ich denen das geschickt also wahrscheinlich schon okay also wenn ich das gesagt habe dann habe ich denen das geschickt ja geil weil da habe ich die angst war ich dachte ich habe weil ich das so oha okay als was hast du praktikum gemacht das kannst du sagen kassierer kassierer ist aber voll langweilig oder nicht okay ich weiß es nicht also für mich wäre es langweilig glaube ich ja dann freue ich mich und nicht nicht vergessen kannst du dann mal wieder checken ja also kaffee das war ich hier mein video irgendwie hat nur sie muss nicht mehr so einfach ich live geht es mal live ja zeitversetzt richtig zeitversetzt alles gut alles gut ja passt sowieso alles wird da ich werde es auf jeden fall noch sehen und so okay dann hören wir uns und tschüss okay hey das war voll cool wir haben gar nicht mal so viele leute und wir haben noch und wir kurz die rein rufen das war die rein rufen ali also weil ich schon wieder rausgegangen ist oh mein gott und always da warum ist da hey willst du wieder reinkommen um zu gehen nee dieses mal nicht was geht du hast das falsches mikrofon ehrlich ja du hast webcam glaube ich oder so keine ahnung ja okay dann ne ja aber beste qualität für dich du weißt okay dankeschön ja ja natürlich was muss ich eigentlich machen was muss ich muss ich frage stellen oder was geht hier ab du kannst machen was du willst die gute qualität was geht ab was geht ok alles klar ok warte dann nehmen wir jetzt das nächste ist bei der mails käsefuß hat mir glaube ich schon aber du bist immer noch dafür probieren wir mal mails käsefuß wird ja die weiß ich genau hat vorher nicht gedienst fragbar fragen ja dafür warst du spät jetzt hallo und das war es weggegangen er oder sie keine ahnung dann haben wir noch hier haben wir noch ein warte die du nur hallo 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 bist du da hallo was geht was geht ab alles bei mir geht auch alles ab kannst du mir helfen alle leute leiten sieg zu finden nein warum ach so solche links schicken also willst du mir helfen ja ok ok wo schickst du mir den link warte wie soll ich dir nichts schicken warte warte schick meine freundschaftsansfrage wenn du willst gerne hast du geschickt okay warte so da bitteschön ja da kannst du jetzt auf den server rat mal wer ich bin in roblox ja du bist in roblox wahrscheinlich der am spon ist oder also warte da ist noch kein angst von mir ach so ok 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 das heißt du bist also bist leon löw ja ok 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 alles klar ok wo bist du ich bin im sport und spon ich komme jetzt ich warte hier da musst du mir helfen leute zu suchen bist du gut in heils sieg ja ja besser als ich keine ahnung vielleicht doch nicht vielleicht doch schon vielleicht weil ich heute schule habe ja also ja du kannst jetzt hier mir helfen zu suchen warte doch das bist du oder ja ok perfekt dann hilf mir zu suchen also also wie lange schaust du schon meine videos so glaube so ein jahr ein jahr so viele leute schon länger als von lami eh weil ich ihn noch nicht gekannt habe oha ich glaube ich habe zwei jahre oder ich hab mir lassen vergessen einfach labens und weg ist ein barbecue sweet man was hältst du davon dass labi mir die haare geschnitten hat also ganz schön ja danke warum schreibt jetzt jeder ob er mir auch helfen soll hat er wirklich hey ja hat er wirklich hat er ok ja keine ahnung durch das video hast du mich kennengelernt ich habe es bei einfach als ich als uni geguckt habe hast du wen geguckt hast ja ich habe es hätte geguckt und da habe ich dich einfach gesehen ok ok und so habe ich dich kennengelernt ok und guckst du immer noch seddy also er macht ja gerade keine videos er macht nicht mehr so viele videos ok das ok nicht mehr so oft ja das verstehe ich das verstehe ich ist ok ok ja krass also so viele leute mich von seddy noch kennen hätte ich niemals gedacht oh man er hat dich immer einmal angerufen ist logisch einmal der hat mich so oft angerufen schon ja auch irgendwann als ich am schlafen war hat er mich angerufen keine ahnung ja das video habe ich gesehen ja ja ich werde auch nicht so froh was du wärst froh nicht so froh ich werde da nicht froh ja das kann ich verstehen ok so da hast du jemanden gefunden ne ich auch nicht ey ohne witz ich krieg sein weil ich hier nicht werde ich werde niemals noch jemanden finden und ich weiß nicht mal wo ich suchen soll ähm meine art hm secrets suchen secrets ja ich habe aber keine ahnung das haus ist ja neu also ich kenne die secrets nicht gib auf ich werde niemals aufgeben ok warte ok warte ok du kannst jetzt so gut verstecken dieses haus ist nicht so riesig ja dieses haus ist nicht riesig aber es sind ungefähr noch keine ahnung so sechs leute oder sieben leute die sich versteckt haben also noch ultra viele und ich suche schon seit 2 zwei stunden ich habe bisschen länger als zwei stunden drei drei glaube ich schon ach man irgendjemand schreibt du hast eine süße stimme aileen ich habe kurze stimmbänder du hast kurze stimmbänder ja ok ok ohne witz ich kann man niemanden finden ok ok vielleicht was viel was viel leichter beim hotel am letzten stream ja das war auch schwer aber leicht ja auf jeden Fall weil ich dir gesagt habe wo das safe ist echt hast du mir das gesagt ja ups ja dann danke dass du mir das gesagt hast ich war da aber ich war AFK auf einmal auf einmal kam mein Bruder und hat hat irgend bisschen rumgespielt da hast du mich gefunden ähm ok ich weiß nicht mehr wo hast du dich denn versteckt beim königlichen Zimmer hm ok ich weiß nicht mehr genau aber ist ja nicht schlimm siehst du siehst du siehst du oh man ey oh man ey siehst du 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 ich du ja ich glaube ich auch nicht wollen wir noch jemanden um hilfe fragen ja wir wollen wir fragen warte gucken wir alles noch da ist also wir haben lena ali marius käse muss glaube ich nicht da und ali ist glaube ich auch nicht da okay wollen wir fragen marius süßer junge lena ja ja genau oder lena 1 2 oder 3 einfach daran halt 2 das ist lena wollen wir lena fragen ob die uns helfen soll okay okay hallo lena bist du helfen ja okay okay hast du den link schon nehmen nein okay hätte sein können dass du drin und glaubst du ich bin ein noob oder glaubst du das ist einfach schwer beides beides okay danke danke wirklich danke bei mir hat ich gemacht ach so du bist ali ne ja ja dann wir werden ich werde versuchen danach noch mal mit dir zu reden sogar nicht mal in der treppe ist hier jemand ohne wiss keine ahnung wo seid ihr alle da haben wir beim letzten mal beim hotel ja habe ich schon versucht aber irgendwie war es nicht so aus bei der treppe konnte man nicht durch die hat mein schlafsack benutzt die hat ein skin geändert ja du musst zur estate kommen nord ist glaube ich ja ja alle leute da in fünf minuten gefetzt das redest du da lena du sollst sagen dass aileen stinkt und dass sie ein zwerg ist aileen stinkt nicht ohne das nicht aileen stinkt nicht aber mayo stinkt nach zwiebeln oha oha als ob ja aber ihr könnt aber wenig sagen dass aileen ein zwerg ist ne das stimmt ja aber ha 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 ho hoi kann ich machen kannst du Smileia anrufen und sagen dass er sich zeigen soll ja kann ich machen aber was wird also da wird glaube ich auflegen ich habe keine ahnung ich werde niemals jemanden finden ja ich habe auch keine ahnung und wir suchen gar nicht so ein haus so gut versteckt ohne witz und ich suche schon seit ewigkeiten seit 80 stunden nicht ganz aber fast hier ist einfach niemand jetzt bin ich auch in einer wand danke okay was passiert hier okay hol mich doch ich amira noch dazu holt okay warte wie heißt du noch mal auf discord hier muss ja okay amira was geht ab hilf mal 99 was geht okay also war zuerst musst du mein versteck bewerten okay du bist auch noch versteckt das gehört nein nein es geliebt okay und dann war so nach links zu diesem pool zum polen meinst du ja also da hinten okay ja 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 nicht dein ernst ich lag hier und man hat mich null gesehen so ich die ganze zeit mit dem einkaufstern und ich hab dich die ganze zeit nicht bekommen ja ich auch einfach mario wollen wir waren hier auch noch holen so auf süß auf süß nein mein rekord war fünf stunden stream wartet wie lange sind wir jetzt schon dann müssen wir eigentlich jetzt die sechs stunden machen aber es wird wahrscheinlich die sechs stunden oder oder wenn es die verstecke sind aber krass wieder wie gemein du bist ach war nie kommen her so was geht ab ja war nie jeder kommt einfach her jeder ja dann musst du auch jedem den link schicken damit sie mit suchen können hast du hast du hast den link aber du kannst oder so er ja genau passt er fehlt ja wenn es ich schon dabei ist was soll man sagen aber alle hier rein so ja let's go ich glaube ich war dass du hast du mein gott okay ja mir ist halt ein monster manchmal ist aber okay doch manchmal ein bisschen gewinner wo box ja hängt davon ab wie viele leute ich finde aber wahrscheinlich schon ja was redest du dich hätte ich als erstes gefunden da versteckt war gar nicht mal so gut ich glaube mindestens das ist 100 mal war ja hast du jemand gefunden oder was ich glaube nicht dabei ja und du wer läuft hier seit drei stunden seit zwei ja ja nicht macht es nicht gerade besser doch viel besser ich habe einfach angefangen und jetzt ist einfach komplett dunkel okay und jetzt suche ich habe vergessen zu lachen okay ich lache später weißt du suchst und weiß was laberst du sie labert das was sie labert ja das merke ich ja ja was soll ich sagen rufen und sagt hilf mir zu suchen sie gerne anrufen was willst du anrufen lami aber lami ist gerade auch live glaube ich verstehst du mal ein bisschen sein live was er wird sich freuen was wird sich freuen was wie sein live stream stürmen 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 was sollen wir dann machen du rufst ihn an wenn er an nimmt schreit so wie im wilder ich ruf ihn an dann mach ich so ah aber er wird nicht annehmen wenn er live ist leider sonst würde ich das machen da habe ich es auch live oh man ich warte 30 minuten wo ist hier draußen draußen überall ja jetzt ist der weg wo bist du draußen wo ist mein weißt du den skin weiß ausgehen da gehen wir ihn weg weißt du es gehen ja toll da drin ne ach mein gott das war's vorbei warte 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 unterstrich fern ja das muss lami unterstrich fern gewesen sein weil als du gefragt hast wo wer ist meinte die person draußen das ist ja draußen weißt du ach so ich hab die tipps gar nicht angeschaut eigentlich ja fällt mir grad auf perfekt ja okay also das ist dann äh lami unterstrich fern fern sollte das dann gewesen sein oh man oh mein gott also bisschen gottlos wenn man sich weg teleportiert ne ja kann man aber nichts machen hey gib mir jetzt mal roommate sonst kann ich das hier nicht anklicken was kannst du nicht anklicken ja gib mir einfach da bist du bist du das hier naja ne komm mal raus und ich zeige ohne entband draußen bin was kann dir wen zeigen entband draußen was ich hab's nicht verstanden okay egal das ist okay damit das versteht ich war ps5 discord anruft auf ps5 bei discord ja ich hab's ja wie war dreimal gemufft über oder zweimal genau was ist ich aber hat nicht funktioniert bei dir naja ich werde ich danach nochmal rufen dann ja ja äh die person die das war die hat dieses schild geplatziert und dann werden wir das sobald das weg geht haben wir dann die person gebannt die da weg gerannt ist welches schild hat die platziert das hier ja wann ist nachher halt danach keine ahnung was ist echt wann hängt davon ab wie schnell wir leute finden warte wie viele leute ist eigentlich noch da warte ich lass mir kurz fragen warte wie ne warte wer ist noch versteckt kann ich mir schreiben gerade ok let's go weißt auch wo willst du wissen wo es ist hast du mitgespielt oder was ich kann ja mithelfen ja da muss ali auch mithelfen oder was oh man ey ja hast du jemanden gefunden noch ja hab ich tatsächlich schon ja ja also 1 2 3 4 5 ja ich hab den ich hab den mario ich hab salami 2558 ja ja ist er weg weiß ich nicht er ist ja weg gelaufen ja ich hab gekickt ja sieht richtig aus glaube ich ja perfekt weiß wo noch wer ist ja ne passt schon ähm ok also im chat haben aber warte wie viele leute haben da geschrieben 1 2 3 4 5 5 leute haben geschrieben dass sie noch da sind jetzt sind es nur noch 4 ja also vier leute sind noch versteckt scheinbar ne ne die sanoba die hat geschrieben war spaß was war spaß weiß ich also er hat ja darunter ich geschrieben wahrscheinlich war das spaß ja ach so dann sind es drei noch ja bann doch mal die die da draußen stehen das ist voll irritierend ja das war das schlimmste was jemals gemacht habe die nicht ey das ist aber so nervig dass man sich so bannen muss ok bruh was das ich sag dir ich kann dir ihren namen sagen bruh das ist bruh was das was ja 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 du musst auf jeden Fall noch bobergs von mir bekommen wegen letztemalai kuckoo ok was wir noch finden ich weiß nicht wen ichahan es noch finden muss so ja ja mario draußen das muss dieser lami unterstrich fern gewesen sein der weg gerannt ist weil der ist noch drin und hier an das in haben halt als tipp komplett etwas anderes geschrieben heißt das muss die person sein die wir gerannt ist wir haben extra draußen gewartet worauf denn ich habe keine ahnung ach so manche wollten bilder mit ihr machen ja ja und du meintest extra dass wir nächstes mal vorm anfang ja aber da muss man mich daran erinnern ich vergesse das doch nach einer woche man die salami unterstrich fan sagt er war es nicht wo ist eigentlich der helikopter ich glaube dann habe ich benutzen oder die map gemacht glaube ich nochmals worden ganz zurück im call oh mein gott warte dies ist weg einfach warte du musst in einem tag gehen dann kann ich dich moven wenn du bist oder im bugatti ich kann dir auch herausfinden wer das war warte wer ist versteckt lami unterstrich ich habe nicht mitbekommen dass du weg gegangen bist wer ist las der coole 16 9 was der coole 16 was ja der ist hier im game ist der hat geschrieben dass er noch versteckt ist aber oben hat er irgendwie hinweis gegeben wo jemand sein sollte also dass beim helikopter einer wie beim helikopter ja aber dann meinte er dass er noch selbst versteckt ist ich bin lami fan cool hat jemand geschrieben in den chat also das ist auf jeden fall also ich sage jetzt nicht was das feiner ist weil also ich weiß das jetzt so circa aber wenn ich jetzt sage ändern die skin weißt du ja da ist gut alles gut ja wegen foto machen vorhin die die gewartet haben ja was soll ich da machen soll ich danach noch mal den kreis schicken nur für foto du kannst auch in dieses 700 player den gehen und dann hat da reingehen und dann können da halt alle reihe nach ein foto machen ja das stützt meistens ab ja ja weil da 700 leute rein können ja egal wir machen das noch wir machen das warum ist immer noch der link drin ja stimmt die kann ich wirklich machen ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube dieser lars coole der hatte gar keinen tipp geschrieben also er hat erst helikopter geschrieben danach hat er geschrieben helikopter ist einer ja und danach hat er halt nur wieder irgendwie weil wir erst noch versteckt ich geschrieben das war's ich kann das nichts überprüfen das ist halt um so keine ahnung in den chat gucken und hochspielen ja aber das bringt ja nix aber warum denn er versteckt ist sagt er dass irgendjemand anders woanders versteckt ist warum verrät er habe ich auch nicht gecheckt ne erst noch okay alles klar ja was soll ich sagen jetzt ahnung ich weiß auch nicht wo ich jetzt noch weiter suchen soll das ist das schwierigste heiligen sieg was ich jemals hatte war nie und die anderen such mal unten weil unten müssten auf jeden fall noch welche sein wenn die nicht gelogen haben beim tipp wo unten ja im haus unten das zählt ja nur als unten oder nicht draußen muss man dann ja draußen unten schreiben oder so ja wenn du in das zimmer reingehst wo ich gerade schon war du hast mich wirst du die baby pferd raum ok warte ich gehe danach warte ist oben noch wer versteckt weiß ich nicht weil Weil der eine hatte einfach nur geschrieben, äh, ah, warte, ich hab was, glaube ich, gleich, irgendwann, also ich weiß, wo jetzt vielleicht noch einer ist, suche ich gerade. Wie, wie, wie. Also irgendwo draußen ist noch wer und die anderen, wenn die nicht gelogen haben, sind die drin. Okay. Also es sind ja jetzt nur noch zwei Leute, oder? Gehen wir von aus, weil der eine hat geschrieben, ich, und dann, nee, war Spaß. Nee, dann müsste es ja drei sein, oder haben wir noch einen, warte, haben wir noch einen gefunden? Also ich hatte ja eben noch diesen, ich hatte ja eben noch diesen Eindau. Wen? Weißt du den Namen? Diesen, äh, wie ist der, keine Ahnung. Salmi? Diese Salmi, ja. Ah, der hat nichts geschrieben. Ja, der, den hast du ja gebannt. Ja, ja, das heißt, eigentlich müssen noch, 1, 2, 3, 4, warte, 1, 2, 3, 4, 5, minus der da, 4. Wann doch jetzt mal alle anderen, wann mal diese, ja, ja, wie soll ich der Mann? Leon, was wen? Korrupt Leon, weil der ist raus. Nee, der ist nicht raus, oder? Nee, der hat doch ich geschrieben. Hat der? Ja. Der heißt nur, hart for irgendwas. Ja. Dann, ich glaube, ich habe alle gewandt. Im Chat. Der hat nicht, nein, nobody, lami, unterstrich, fan, last, der, der hat mir das privat geschrieben, irgendwie. Ach so, ja, das können wir nicht sehen, Privatnachrichten sind nicht ohne Grund, also die heißen nicht ohne Grund Privatnachrichten. Ja, es ist nicht, also keine Ahnung, das steht auf jeden Fall privat, aber keine Ahnung. Ja, dann hat der nur dir das geschrieben, das heißt dann, dass alle anderen das nicht lesen können. Ja, dann hat er mir das geschrieben, aber das ist auf jeden Fall richtig. Okay, warte, wen haben wir denn? Aileen ist hier drin. Er hat jetzt aber auch noch gefragt, ob er mithelfen kann. Also, er will helfen, aber das ist ja unlogisch. Ja, weil wir müssen eigentlich, eigentlich müssen wir nur noch eine Person finden und die restlichen sind dann Top 3, oder? Dann kriegt einfach jeder Bobax. Mhm, 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 mhm. Also, eigentlich ist das voll unnötig, dass ihr gerade alle oben lang lauft, weil die zwei sollten unten sein. Und eine Person sollte draußen sein, das weiß ich von den Tipps noch, ja. Ja, ich bin draußen. Also, der Tipp war draußen in einer Ecke, also ja. In einer Ecke? Ja. Ich verstehe es selbst nicht so ganz, aber es wird schon passen. Okay. Ah, ich habe jemanden. Du hast jemanden? Ja, ich habe den draußen. Achso, wo? Wie heißt der? Drücken drauf. Komm mal mit. Mai, komm mal mit. Ich bin hier. Nein, die bringt. Also, hinweg. Komm mit. Ja, was, wenn der jetzt weggelaufen ist? Komm mal. Guck mal, da in der Ecke ist blauer. Das zählt doch nicht mehr als Grundstück. Hm, ja, weiß ich nicht, zählt das? Das zählt nicht. Nein. Zählt nicht. Das ist komplett weg. Das zählt nicht. Guck mal, hier ist der Zaun. Guck mal, der geht hier durch den Berg. Siehst du das? Mhm. Das ist hinter dem Zaun. Der lag hier hinterm Zaun. Ja, okay. Da hätte niemand. Stimmt eigentlich, ja. Niemand hätte da gesucht. Da hätte auch niemand gesucht, weil man halt einfach nicht davon ausgeht, dass das noch Grundstück ist. Ja, ja, ja. Hä, warte mal, dieser Korrupt, Leon ist auch jetzt hier? Ja, dann ist, ja, hä, dann sind ja jetzt zwei raus. Ja. Und einer von diesen zwei, mit der die Person gewesen sind, die weggelaufen war. Okay, warte, Korrupt, Leon, und wer noch? Wer noch? Wen war der andere? Äh, 11, 9, 8, 5. Achso, E-I-G. E-L-G. Ja, E-L-G. Ach, E-L-G. E-L-G. E-L-G, 9, 8, 5. Okay. Ja. Okay, wer ist jetzt noch alles da? Dann Lars, der Kuhle. Ja, warte, warte, wer jetzt noch, warte, ja, eigentlich habe ich ja alle gebannt, oder? Ja, also die anderen zwei können jetzt gerne mal rauskommen. Also Lamy und Emily Maus, Lars, der Kuhle, Best, ja. Ja, genau, die beiden, oder? Ja, also, ja. Ja, nur die beiden, Lamy, Fan und Lars, der Kuhle. Ja, die können jetzt mal rauskommen und uns die Verstecke zeigen. Ja, warte mal. Na? Vielleicht soll ich das in den Chat schreiben, oder? Mario, 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 Mario. Hm? Hm. Ja, also. Ach, da sind die. Oh, ups. Ja, stark. Hm. Also, den hatte auch die Person, die weggelaufen ist, nur so nebenbei. Den da? Ja, den da. Und bist du sicher, dass wir die Person noch nicht rausgeworfen haben, warum das hatte? Äh, ja, 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 die hat, ja, bin ich sicher. Das heißt, Lamy und Emily Maus. Also, die, warte, 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 warte. Die Person hatte halt, äh, kein Core-Blocks und dieser Kuhleon hat Core-Blocks. Ach so, ja, okay, okay. Aber das ist dumm oder auffällig, dass der einen Frauen-Skin hat, obwohl, guck mal seinen normalen Avatar an, wie der aussieht. Hm. Ja, ich weiß nicht. Ja, kann man jetzt aber nichts machen. Was soll ich denn sagen jetzt? Okay, warte, zeig mal Verstecke. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Einfach mal Verstecke zeigen. Warte. Okay. Immer diese Leute, die nur Robux wollen. Zeig dein Versteck. Ja, der läuft zu seinem Versteck. Wer? Wo? Der eine Typ hier. Ja, wo ist er? Hier, hier. Wo ist hier? Ach, äh, nee. Keine Ahnung. Nee, das ergibt gar keinen Sinn. Warum sagst du dich da hin? Okay. Ich komme halt da mit, wo der war. Das interessiert mich nämlich ein bisschen mehr. Ja, warum fährt der im Kreis? Das weiß ich nicht. Beide laufen die ungefähr gleiche Stelle. Das kann nicht sein, weil die haben beide unterschiedliche Sachen als Tipp geschrieben. Hä? Da habe ich 100% mit dem Einkaufswagen 20 Mal geguckt. Das kann nicht sein. Da habe ich auch geguckt. Ja. Ich auch. Ich habe da sogar so. Und er war wo? Ich habe mich da auch drauf gesetzt. Ja, das kann auch nicht sein. Da habe ich auch geguckt. Das kann nicht sein. Ich habe hier mit dem Einkaufswagen und ich habe mit meiner Cam da hingeguckt. So. Das kann auch nicht sein. Nee. Ey, er macht dir irgendwas mit Schlafsack? Also... So oder so. Also Schlafsack ist aber verboten, ne? Schlafsack ist komplett verboten. Ja, und jetzt noch ein paar Jahre. Also, das hier kann komplett nicht sein, weil hier habe ich irgendwie dreimal, viermal oder so geguckt. Ja, aber ich habe hier 20 Mal geguckt. Also, das geht auch nicht. Ich habe den ganzen drei Mal geguckt. Du bist ja direkt raus. Du darfst dich ja da nicht reinglitschen. Ja. Ja, was haben wir jetzt? Wer hat denn jetzt gewonnen? Äh, Ene Mene Meste. Es rappelt in der Kiste. Ene Mene Mek. Und ihr seid beide weg. Niemand. Ich wäre dafür, dass wir alle anderen gewonnen haben. Ihr habt nicht gesagt, das habe ich ganz am Anfang des Streams gesagt. Ich habe auch gesagt, keine Props, aber jeder benutzt immer Props. Also, ich war... Du warst irgendwo hier. Ja, das ergibt keinen Sinn. Irgendwo hier hat keinen Sinn. Du wirst ja ein festes Versteck gehabt haben. Und ich verstehe auch nicht. Du hattest nämlich eben... Habt ihr da alle drauf geachtet? Er hatte eben einen schwarzen Skin. Die hatten eben beide einen schwarzen Skin. Und er war hier. Hier ist es mehr als nur weiß. Ja. Haben die nicht gesagt, die Tipps sind unten? Also, dass die unten sind? Ja, die Tipps von beiden waren unten. Digga, ihr wart beide oben. Also... Äh, so oder so. Beide einfach Cap, ja. Also, keine Ahnung, was soll ich sagen. Aber beide einfach komplett. Also, komplett verkackt. Ja, was soll ich sagen? Wer hat jetzt gewonnen? Also, ich weiß nicht, dass wir das nicht gewonnen haben. Niemand. Also, einfach niemand hat gewonnen. Also, ich habe jetzt einfach gesagt, dass die Helfer haben gewonnen. Ja, finde ich auch so. Ja. Okay, ja, die Helfer haben gewonnen. Machen wir so. Ja, bin ich so. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist, ich werde nochmal... Ich werde den Link auf jeden Fall jetzt nochmal reinsenden in den Chat. Ja. Ja, warte, warte. Bann davor alle oder kick alle oder keine Ahnung. Ja, ja. Dass der da lief, weil die... Ich gönne denen keinen Screenshot. Oh, erste Person, oder? Wie heißt die andere Person? Kannst du das mal kurz nachgucken? Der andere heißt Lars, der Pule 16. Äh, kannst du nicht rein, Arian. Was? So. Was ist? Ja, Mario, warte. Mario, ich habe eh mal eine Idee. Wir haben ja mitgeholfen. Und gleich wird es hier total chaotisch. Es wäre dafür, dass wir Helfer jetzt eben Bilder machen können. Ganz ratzfass. Ja. Dann lieben wir alle und kommen gleich auch nicht mehr rein. Und dann können halt mehr neue rein Screenshots machen. Okay, mach Screenshots. Ich habe den Link aber schon geschickt, also mach schnell. Alle weg, den alle weg. Mach dein Haus zu, sperr das so ab. Kann ich das von hier machen, warte. Oh mein Gott, warte. Ich habe es auf jeden Fall abgesperrt, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber da kann man ja trotzdem drüber, oder? Weiß ich nicht. Also eigentlich sollte da jetzt so ein Schloss vor deinem Haus sein. Hast du sicher, dass du nicht nur Garage auf und zu gemacht hast? Bald ein neues Stream-Weekord, sechs Stunden? Äh, nee. Warn, 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 warn. Ja? Komm rein. Komm, 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 Foto, Foto, Foto. Oh mein Gott. Mann, geh weg! Er ist sogar weggegangen. Oha. Okay, hast du, Warni? Ich habe auch. Okay, okay, okay. Äh, ich stelle dir der Typ da, der Typ, der... Warte, wenn wir das nächste jetzt Foto von euch? Dieser Typ da, der weiß, Leon. Ja. Ja, komm her, warte. Ein schlimmster Fall, ich zeig ja auch nochmal alle... Ich zeig ja auch alles im Livestream so. Bedeutet, ihr könnt einfach Screenshots aus den Streams nehmen. Also, das geht ja auch. Ah, ich bin Lami-Fan und ich habe gewonnen. Wütender Emoji. Wer ist Lami-Fan? Dieser Lamis-Pupskopf hat das im Chat geschrieben. Ja. Ich bin Lami-Fan und ich habe gewonnen. Wütender Emoji. Ansage. Ansage, Ansage. Ja, also so oder so, beide ja komplett falsch. Lina macht ihr fünftes Bild für heute. Achso. Ja, wer noch? Ich, ich mache noch ein Bild. Wani, ich habe so eine gute Idee. Komm mal mit, Mayo? Wohin? Keine Ahnung. Mhm. Hier so hin und jetzt machen wir ein Gruppenbild, okay? Alle zusammen. Ein Gruppenbild? Dass eigentlich niemand reingekommen ist oder so? Äh, ja, weil ich die Hälfte ja gebannt habe. Also, deshalb kommen die ja nicht mehr hier rein. Achso, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ja, sind doch nur noch 36 Leute im Stream, okay. Ja, aber irgendwie die ganze Zeit, die Hälfte ist, glaube ich, eingeschlafen. Wann diesen Typ da mal, der nervt. Wer denn? Der macht das ganze Bild kaputt. Der im Auto. Das ganze Bild jetzt kaputt. Als ob das jetzt so ultra schlimm ist. Ich kann es nicht mal anklicken. Leute, lasst Bild ohne Mayo machen, das ist eh viel schöner. Ja. Ja. Guck mal. Ja. Ja, okay, ich bin da. Ja, hopp. Okay. Los geht's. Okay, 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 was? Dieses Mädchen muss da noch mit hin. Wer ist er? So. Okay. Der auch noch? Okay, okay, okay. Okay, ich hab... Nein, ich hab doch nicht. Ich hab auch. Ich hab auch. Okay. Oh. Aber ich hab eine Person rausgeschnitten, weil die da voll Koba stand. Stell dich doch nicht vor mich, Mädchen. Kann ich mal jemand bann? Ja, bann. Wer soll ich bann? Salami-Fan 11625. Okay, perfekt. Das ist tolles Bild. Sehr toll. Perfekt. Ey, Mario, geh mal auf Skateboard. Wieso auf Skateboard? Geh einfach. Ne, ich werd jetzt erstmal Server Reset, glaub ich. Weil wegen... Geh auf ein Skateboard. Hä? Was? Geh auf ein Skateboard. Geh auf ein Skateboard. Nein, nein, nein. Passt schon. Geh doch einfach auf ein Skateboard. Warni. Guck mal, Kura, so einfach ist es, auf ein Skateboard zu gehen. Ja, jetzt musst du eben... Nur, nur, nur Warni, niemand anders. Mein Gott. So. Wir alle liefen. Alle in Marius' 9-Server rein. Und überall Kura produzieren. Überall. So weit wie das auch reicht. Okay, warte. Ich steu gerade wieder auf den Server. Dies Mädchen ist so böse. Ja, stimmt. Ich nehm dir zu, ja. Hä? Bin ich gar nicht. Doch, bist du. Bist immer böse. Nein, ist sie nicht. Doch. Ja, hier, guck, guck, guck. Tschüss. So, perfekt. Ja, das heißt, schick jetzt nochmal den Link da rein. So, let's go. Hopp, 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 hopp. bitteschön allein ich jetzt wir können so nachmachen wie du willst generell ich jetzt da ist eine leute die kein foto bekommen haben sie können es hier nicht und das einfach so kam ich war das unmöglich zu machen es ist eine neue show warte wer wollte ein foto machen was da war das der foto machen wollte ich habe keine ahnung alle foto machen stell dich irgendwo hin und was die allein noch ein bild machen oder sagt erst mal dass sie sich in einer reihe aufstellen soll und alles in einer reihe stehen werden gebannt und dann können die nacheinander herkommen sein bild machen und zum ende dann könnt ihr nochmal ein gruppe machen easy aber guckt ob das funktioniert ja ja einfach sagen in eine reihe aufstellen also dies nicht machen werden gewandt aber niemand macht okay da musst du jetzt an leider waren ja muss ich alle waren nein hier guck sie stellt sich in eine reihe mit mir auf lamys barbecue stellt sich in eine reihe mit mir auf und korrupt leon auch doch nicht mehr hier guckt jetzt stellt sich in eine reihe auf so ein bisschen jetzt ja 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 ok let's go warte mal was was hier mit den beiden ok also erste person die kann dann herkommen oder ja mach ich einfach so ja muss sagen von wo ist die erst die hier die erste person halt von links hast du nicht auch schon ein bild kannst du sagen dass sie leise sein soll ich sag mal leise ja ich wollte eben ein foto machen komisch das jetzt nicht kommt warte was ist mit dir warum ist hier jemand ein baby warte mal was mit dem warum ist er hier nike 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 ja das sehe ich auch wollen die fotos zusammen machen oder muss ich das verstehen ich glaube nicht oder ich bin nicht im game weil ich wollte den anderen links fotogen die alle sich ins vordrängeln ich stelle man durch bild machen das sieht voll lustig aus ich komme ins game ich habe mich ich habe mich eben reingebaut guck mal jetzt bin ich hier das funktioniert gar nicht mit diesen fotos ja sagt dass die sich in einer reihe aufstellen ja das funktioniert nicht alle laufen einfach hierher dann ja das geht nicht das ist unmöglich ich kann euch alle bauen das ist doch unmöglich doch nein nein doch dann kann das sind 20 leute die gerade her gelaufen sind nein nein ich habe mir sagt gewonnen ja da bist du kein screenshot das ist richtig richtig oder es funktioniert guck mal du bist jetzt da und jetzt guck mal ich kann mich jetzt einfach hierhin teleportieren und sich mit mir perfekt ich würde erst mal hier ein bisschen muten so mit ali reden muss ich auch noch machen ali ich habe dich vergessen abu huu perfekt let's go was mit dir du schießt einfach auch nicht in der reihe aber nix person hat du kannst komm her komm aber warte ich muss hier dings machen so mal halt oder pflicht was machst du hier warum haben das ist einfach jemand im weg wie ich muss generell alle einfach bann nike 98 989 ok hatte so war das richtig nee irgendwas falsch 989 achso unterstrich warte 98 989 jetzt ja let's go so und du stehst sowieso liam roblox ok warte hier so warst du richtig ja so fertig let's go das heißt du kannst jetzt mal weggehen das heißt nix person du machst auch nicht warte gero fisch ohne haar warte gero fisch ohne haar so perfekt ja alle die halt nicht hören was soll ich sagen muss ich einfach jeden bann hier aber gut was soll ich sagen was soll ich sagen ok so dann perfekt ok ja nächste person hier let's go oh soll ich mich hier hinstellen hä wer fährt denn da am auto oha das sind alle leute die einfach schon fertig sind oder was war wohl ich rausgeschmissen weil du wahrscheinlich dich nicht an einer Reihe aufgestellt hast warte ey oh der wird zwar kann das einfach nicht dingsen warte wer ist das x was hallo ey ich seh das nicht ich kann's nicht lesen guck einfach hier ey man reicht jetzt so kriegen die helfer bobox ja safe so was machst du hier mit mit dings äh ich hab den namen vergessen warte nami unterschied roblox s681 681 okay warte okay ich hoffe das passt jetzt so eileen du bist fertig das passt schon so du kannst jetzt herkommen achso wir wollen zusammen kannst du wieder wenn ich das mache wenn ich das mache dann mache ich das irgendwann anders aber das war wir haben jetzt viel gemacht die bis lange du musst halt vorstellen ich stream jetzt schon fast fünf stunden also fast so so warum bist du hier warte mal du bist doch fertig xx hello boys okay wo ist so passt perfekt habt ihr das foto gemacht ich hoffe schon okay nix person let's go du kannst herkommen hallo komm her mach dich sechs stunden wenn es so weiter geht schon so the candy du noob so ich bin mayos käsefuß achso du hast die ganze endlich gelabert okay alles klar ja ja das ist fertig du kannst jetzt vorbeikommen komm her let's go so ist es schon viel besser ich grüßen heiße Len ich grüße dich Len sagt er soll sich zeigen okay ich werde ihm das sagen aber er wird sich wahrscheinlich nicht zeigen können wir gleich einen Sieg spielen auf gar keinen Fall okay du bist fertig du bist fertig nächste person let's go komm kannst du sagen Amira und Wanny sind die süßten Amira und Wanny sind die süßten passt doch schon okay perfekt danke let's go der rosa eine Vitamine komm her sag mal Lena du bist toll okay let's go warte was ist jetzt los du da let's go warte mal war die schon achso oha wollt ihr alle zusammen ein Bild machen was geht jetzt ab kannst du mich grüßen ich bin Ali ich grüße dich Ali da wurde jemand einfach abgeholt vom Auto ja ist jetzt fertig wie lange macht ihr denn hier stark ja passt oder ist fertig hoffe ich schon ich kann dich nicht hören weil du live musst mir schreiben okay komm her hoffe der er checkt das schon von alleine oh oh ähm ich fahr kurz zu ihm warte komm her wo ist er achso er hat sich wahrscheinlich resettet oder ach er ist da okay komm her let's go ja was soll ich sagen ja alle du bist hier okay let's go komm her kann ich mit aufs Foto nur wenn er ja sagt ja perfekt ey das funktioniert gar nicht so gut sorry für die Verspätung schreibst du nach warte fast 5 Stunden ey warum ist Ali jetzt immer noch hier das war doch gar nicht Ali warum halt den Sieg wie warum halt den Sieg hä was wir spielen doch gerne halt den Sieg gerade ist einfach unmöglich hier Dings zu machen ich weiß jetzt gar nicht wer du du musst auf jeden Fall noch Foto haben genau ja da hinten kommt wieder das Auto na toll komm her schnell oh oh perfekt okay ja dann nächste hä war der überhaupt die nächste Person ach ich hab keine Ahnung hä was passiert jetzt was macht ihr jetzt waren alle fertig warte mal ich muss kurz nachfragen haben warte haben alle Foto Fragezeichen so let's go nein okay dann komm du her ab du kannst komm her aber wir machen ein Foto hier du kannst dich nicht immer auf jedes Foto schmuggeln warte mal perfekt hey was geht hier ab okay haben jetzt alle Foto warte es hat nur eine Person nein geschrieben oder haben alle Fotos nee warte nein okay du hast drei Leute Aileen Aileen willst du noch mal ein Foto warum komm her warte Aileen komm warte ich weiß ja nicht wer noch hat es stehen da 100 Leute warte ja perfekt jetzt muss ich nur ganz kurz wieder zurückkommen warte weißt du Ostern mit deiner Familie oder alleine diesmal alleine ja wer noch ich noch du dann komm ey nicht Gruppenbild warte Dings soll herkommen warte wie heißen der jetzt warte dass der hier Korrupt Leon okay komm her warte okay soll es herkommen ach man ach so okay dachte ich schon bis da jemand bann schon wieder sind noch drei Leute im Call nachher ist gut ey oh der Witz salmi 2558 warte hattest du einen Unterstrich nee so fertig okay jetzt haben wir alle perfekt ich glaube alle haben jetzt ein Bild so let's go wurde Zeit jetzt werde ich noch Bow Bugs vergeben ich werde euch auf jeden Fall noch Bow Bugs geben ne ok genau ähm dafür dass ihr mitgeholfen habt so ich brauch nur euren Namen ok ich schreibe es mal ab ja könnt ihr mir privatscheiben ja habe ich auch vor Gott habe ich auch ok ok warte ok so perfekt wie viele Bow Bugs wollt ihr sag mal was 100 soll ich geben ok ich mach einfach so mhm so waren nur vier Leute da die geholfen haben ja und ja und Wani sind irgendwie weg keine Ahnung ok naja passt dann dann warte ich gebe euch alle 100 Bow Bugs hier let's go danke so ihr habt sie bekommen perfekt let's go danke ok ich werde euch jetzt wieder moven ich werde jetzt noch mal letztes Mal mit Dings reden äh ich werde jetzt noch mal mit Ali reden also ok wenn Ali noch da ist also warte ist er noch da äh ja ich glaube schon perfekt ok dann danke dass ihr hier wart ne kein Problem ich helfe gerne ok danke tschüss tschüss Ali ok jetzt bist du aber da ja jetzt bin ich da ok was geht ab nichts bei dir auch nix du wolltest noch mit mir reden ja ok perfekt was wolltest du denn willst du irgendwas bis jetzt sagen fragen oder sonst was ich will dass du mir Fragen stellst soll ich dir Fragen stellen ok was soll ich dir für Fragen stellen Quizfragen eher oder einfach nur so Fragen Fragen ok warte ok ähm ja also wie lange wie lange schaust du mich schon ungefähr ja ich glaube seit 2000 ähm Mitte 2022 oder keine Ahnung Ende 2022 2022 weil wo ich dann einfach Alarm geschaut hab hab ich mal deinen YouTube-Kanal äh gefunden mhm und dann hab ich halt angefangen auch deine Videos anzuschauen wie krass aber aber schon vor lange dann mhm krass 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 ok haben wir schon mal miteinander geredet äh ja einmal glaub ich wo ok ähm du nochmal so einen Fancall gemacht hast aber ich glaube das war zu 2023 ich weiß nicht ganz genau wann glaube ich ok alles klar ok gut zu wissen Juli oder Juni Juli ok ist aber schon lange her jetzt schon wieder ja ich fasse ein Jahr her ok aber ähm wenn du willst ich stelle dir jetzt noch mal ein paar Fragen ne also ja Fragen die noch niemand bekommen hat hier äh aber keine Ahnung ob du das alles beantworten kannst ist aber auch nicht schlimm wenn nicht ich auch ähm auch keine Ahnung ja als du mich gefunden hast wie viele Abonnenten hatte ich denn da keine Ahnung wollte ich sagen hm ok ja hätte ja sein können dass du das weißt ok was denkst du wie viele Abonnenten hatte ich vor zwei Jahren äh ok warte hm warte was war das erste Video was du mir geguckt hast weißt du das noch zufällig lass mich überlegen nein leider nicht nein ne ok schade schade aber ist nicht schlimm ok ähm ja guckst du regelmäßig meine Videos gerade oder nicht ja ich hab wieder angefangen wieder anzuschauen weil ich war ja lange Zeit weg so ein zwei Monate glaub ich da hab ich halt nicht zu YouTube geschaut da war ich nur auf TikTok online auf TikTok oha ja gut ok ok alles klar ähm ja keine Ahnung was soll ich dir sonst hast du hast du was ist dein Lieblingsmerch von mir in Roblox ähm eigentlich Standardmerch ach so ja ja die ist halt die ist halt nice ne ja die ist nice nice ja ich glaub das ist auch das meistverkaufteste in meinem Shop die Hose ok ach man ja kein Wunder ja ist halt cool ok äh keine Ahnung sonst hab ich halt keine Frage mehr so an sich willst du eine Quizfrage Frage beantworten ja stimmt ok wo wohne ich gerade wo ja du wohnst ja in welchem Land Deutschland ne Deutschland nein nicht ne Österreich nein Luxemburg da hab ich gewohnt aber ich bin jetzt umgezogen Madeira vielleicht ja ich bin nach Madeira gezogen richtig ok äh ja das war das letzte wann äh vor vor zehn Tagen wow also wohnst du jetzt alleine halt nicht mehr mit deiner Familie oder ja richtig ja so ist das ja so perfekt ja ansonsten willst du mich vielleicht noch was fragen was ich beantworten soll ok 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 gib mir Robux soll ich die Robux geben ja ok was willst du hm keine Ahnung dann freie mich aus ok wie ist dein Name äh warte ich schreib dir mal kurz im Chat ja kannst du machen also dings in du weißt schon im Chat ganz normal oder soll ich im Call du kannst im normalen Chat einfach schreiben ist nicht schlimm ja also auf Discord hab ich geschrieben jetzt ja ok da bitteschön so zack ok also ja dann war's das oder äh ja dann war's aber ich will noch was sagen ja wer abonniert kriegt von mir persönlich ein Jahr lang gratis Döner gratis Döner ich will auch gratis Döner kann ich mich auch abonnieren ja kannst du machen ok mach ich ok dann danke dir dass du hier warst ne ja dann ciao jo tschüss ciao ok perfekt ja was wollen wir jetzt noch machen nochmal als Abschluss Stream musst du mich in die Call nehmen dann sagen wir zusammen tschüss ok als Abschluss wir machen auf jeden Fall noch die 5 Stunden voll das heißt noch 10 Minuten wenn wir streamen ja du wolltest mir eine Frage stellen ja das wollte ich jetzt machen tatsächlich ich muss dich suchen so let's go also du denkst du bist prof ja 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 ohne nachzuschauen denkst du schaffst das alle Fragen also alle Fragen beantworten einfach ich muss irgendwie so viel schlusschalten also alle die ich dir geschrieben habe ja richtig denkst du die kennst du alle aufwendig ohne nachzuschauen ok egal dann probiere so viele wie du kannst ok ja wird schon ja ok wie lange mache ich youtube seit 2020 ok wie heißt ich in echt ja wo bin ich hingezogen Madeira wo habe ich davor gewohnt Luxemburg wie alt bin ich 23 1.5.2001 ok wie viel Forderung habe ich auf TikTok auf beiden Accounts 3103 ok und auf dem anderen 52.000 ne 37.000 achso egal wie viele Abos habe ich auf YouTube gerade 46.000 ok wie viele Leute sind in meiner Roblox Gruppe 28.000 hat Warni mir vorhin gesagt ok krass ja wer hat bei Elimination Tower gewonnen du klar weil ich einfach der Boss bin wie viele Leute folgen mir in Roblox 8.000 um 300 bisschen mehr krass 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 ja genau was sind meine ältesten Roblox Merches die war Sadie habe ich auch alle krass welche Farben gibt es da äh es gibt pink grün rot lila lila ne ich glaube lila gibt es nicht oder natürlich gibt es lila ja natürlich müsste ich jetzt nachgucken äh also es gibt da noch so also türkis also lila ist das eher so pink also pink weißt du aber du hast ja auch noch so die anderen also da gibt es auch ein lila ne aber von den alten da ja 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 ok ich verstehe du hast auch noch dieses ganz ganz alt also so da hattest du noch das ist auch so im grün mit so deinem Kopf drauf ja 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 genau 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 ok ja äh ok let's go warte ja wie teuer waren meine alten äh warbox matches 10 warbox ja richtig oh meine 9 äh 5 und die Hosen auch wann kam mein erster community post äh weiß ich nicht mal äh vor 2 jahren und da stand drin hab jetzt auch diese coole Funktion und dann noch irgendwas also krass als ob du das weißt keine ahnung wusste ich jetzt nicht mal ok äh ja und äh wie viele Abonnenten hatte ich vor 2 jahren äh 1000 ja das stand da auch drin und zwar da stand drin gab jetzt auch diese coole Funktion und bald kommt noch irgendwas äh nee und danke für die 1000 Abonnenten oder so ha krass ja stimmt diese Funktion hat man damals nur bekommen bei 1000 Abonnenten ja ja genau richtig ja passt würde ich sagen ja merkste perfekt ja das war eigentlich alles dann war es das würde ich sagen ich muss jetzt irgendwie noch 6 Minuten hier umbekommen so ne keine Ahnung hast du irgendwelche Fragen die ich beantworten kann ja also wie lang wie lang kenne ich dich jetzt schon ey ey keine Ahnung eineinhalb Jahre ein Jahr ein Jahr vier Monate nein ein Jahr sechs Monate und 14 Tage und das war am 15. September 2022 tut mir leid ja was soll ich sagen keine Ahnung was weiß ich was okay dann äh okay ja weiter wie lange ist waren jetzt schon äh Polizei also circa so von Monaten her vier Monate fünf Monate nein nein ein Monat echt ein Monat bisschen länger ja okay ja ah nee aber warte Babypolizei auch ne ja ich hab aber nach Polizei gefragt okay aber ich aber okay aber Babypolizei war die auch einen Monat lang oder ja glaub wohl irgendwie so okay ja okay ja und wann kriegen wir endlich mal eine neue Babypolizei Mario ja das war es dann auch schon mit den Fragen die du mir stellen kannst ich würde sagen äh tschüss okay ich würde sagen wir nehmen jetzt noch ein Lied rein weil die noch mit dabei sein wollte wenn tschüss ist ne ups ups hey was geht ab so was geht ab hallo 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 Aileen ja ja was geht ab du wolltest dabei sein wenn ich tschüss also vorbei mache ja ja okay ja das dinge ist wir müssen jetzt aber noch vier Minuten warten damit wir damit wir fünf Stunden voll haben ja warte ich weiß nicht warte deine Rekord war warte warte ich guck mal davon nach ja der war fünf Stunden irgendwas glaube ich mein Rekord fünf Stunden 40 oder so kann das sein ja glaub schon irgendwann mache ich zehn Stunden stream irgendwann irgendwann dauert noch das war ähm fünf Stunden und acht Minuten oder so fünf Stunden und acht Minuten jetzt wirklich ja ach man ey fünf Stunden acht Minuten einfach schaffst du noch soll ich das noch soll ich das noch toppen ja schaffst du nimm noch Leute rein und rede so okay ich glaube das mache ich echt warte ich guck noch mal nach ums sicher zu sein ja fünf Stunden acht oder ja fünf Stunden acht einfach und sieben Sekunden okay ich würde sagen du kannst jetzt die Leute kurz halten weil ich muss kurz auf Klo mal gucken was was geht Leute warte ich kann ich Leute rein nehmen Amira ich brauche Hilfe ach nee das geht nicht ach nee das geht nicht ich kann plan was ich sagen soll schreib alle mal und steck in den Kommentaren und steck in den Kommentaren hallo Mario hallo Mario ich okay also ihr lieben wir haben jetzt das System gedribbelt wir haben euch einfach zu uns geholt was was ich bin wieder da hallo 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 du hast nichts verpasst yippie was passiert nichts alles alles noch beim alten hä wir haben uns hier teleportiert hallo hallo warum ist der ganze Chat jetzt voll mit Mario stinkt hallo hallo wir haben gar nichts gemacht wir haben auch gar nichts gesagt wir doch nicht ok alles klar alles klar was soll ich sagen ja wir müssen jetzt irgendwie noch 10 minuten live streamen damit wir meinen längsten live stream toppen haben wir machen einfach so Leute schreibt alle mal geschafft das ja ich werde das schaffen oder ok wir machen jetzt mal kein calls ja ich kann ich kann jetzt noch die letzten minuten so zwei leute noch reinmoven oder aber hol welche die noch nicht da waren ich habe keine ahnung wer da war nein ich nein nein er war noch nicht da und 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 sie war noch nicht er er war auch noch nicht da hey du hast jetzt einfach Leute gewufft ja zwei stück und zwar beide waren noch nicht da ey die sind beide toll ja irgendwer hat Musik an gemacht ja ich weiß auch nicht wer warum wir nicht in den Channel warte ich move die eh alle selbst so warte also gehen wir kurz hier rüber ja in den privaten Channel ich muss hier eh alles ein bisschen einstellen noch hier so ok let's go wen move'n wir rein komm wir move'n Kite rein Kite du warst auch die ganze Zeit im Chat ne ups ich hab den falsch gemoved da hallo hallo Kite als Reis hallo 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 was geht ab bei dir oh halt das erste mal das erste mal bist du hier ich zitter übelst warum denn ich hab Angst wovor von mir ja ja aber warum bin ich böse vielleicht vielleicht ok alles klar ok warum wolltest du mit mir reden hab ich das hab ich das gesagt hab ich das gesagt was also ne keine Ahnung hab ich nicht dann hab ich nicht zugehört sag nochmal hallo 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 ja warum bist du jetzt hier mit mir reden ich wollte dich was fragen auf was wolltest du mich fragen ja dann frag gerne ja die frage ist ja die frage ist was wollte ich jetzt wollte ich fragen ich hab zu essen das ist eine gute frage die frage nach dem was du mich fragen wolltest kann ich die leider nicht beantworten aber ich hoffe du würdest noch drauf kommen ja meine sui baby fairtraum feierst du dennis ostern alleine oder mit deiner familie war ich gerade alleine also dies jahr das erste mal ja Felix ist der beste ja jetzt war nicht meine Idee Felix ist der beste Felix ist der beste oha ok so let's go hä was war es jetzt ich glaube das war es echt es ist vorbei Leute es ist vorbei okay wir müssen jetzt so noch sechs minuten warten ungefähr kann jemand den whatsapp link schicken wenn aileen da ist dann aileen aber ansonsten kannst du auf meinem kanal vorbeischauen und dann im community tab das sollte funktionieren bitte zieh wieder nach luxemburg hä wie wie soll wieder nach luxemburg ziehen ich bin gerade frisch ausgezogen ich kann doch nicht hier also also ne lass Chiara ihn schicken ja Chiara kann ihn auch schicken Chiara ich mach nicht mal Mod hier auf YouTube auf YouTube kannst du safe Mod sein warte äh ja passt schon hier auf YouTube kannst du safe Mod haben auf Discord bist du zu inaktiv für Mod ja aber hier kannst du safe ja bist ja eh immer da also von daher passt ja auf jeden Fall danke aileen dass du den link reingeschickt hast was mit mir ich dachte du bist gar nicht erst da ich dachte du bist weg Mario nehme ich am Ende rein können wir machen das machen wir aber dann in vier Minuten Leute vier Minuten wir brechen gerade den Rekord von meinem längsten Livestream was geht da ab ich hätte auch niemals gedacht dass wir so lange streamen werden eigentlich wollte ich ja noch eine Runde durchspielen du bist nicht gebannt sollen wir einfach sollen wir einfach Lami nachjoinen nein das machen wir nicht das machen wir nicht okay wir machen das nicht wir machen das nicht ähm was soll ich machen achso ich weiß schon mach noch eine Stunde live auf gar keinen Fall meine Stimme die fängt an komplett kaputt zu gehen mein ganzer Hals tut weh und vor allem mir wurde warte warte ich kann ich kurz zeigen warte ich hab einfach Essen bekommen aber ich war einfach nicht da ich kann nicht essen ja was soll ich sagen bedeutet ich hab einfach Essen kann nicht essen weil ich noch streamer und das Essen das steht ja da schon ein bisschen ja habt ihr Lust dass wir nochmal eine Runde durchspielen bevor ich offline gehe so eine ganz schnelle Runde let's go nur eine ganz schnelle Runde ja weil wir müssen eh noch drei Minuten warten bis wir es geschafft haben ja ja als nur eine Million das hat sich gelohnt okay let's go wir machen keine Items und ich werde oh 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 warte ja ich kann da noch kurz rein gehen so perfekt jooo i mean was geht jetzt bist du wieder da am Ende des streams bei der letzten Runde DOS. Achso, ich muss den Ton abmachen, ne? So, warte, ich hoffe, das funktioniert überhaupt. Warte, hier. Hallo? Oha, Eileen redet einfach nicht mehr. Warte, regnet das? Kann sein, dass es gerade regnet, ich weiß es nicht. Okay, let's go. Machen wir schnell. Kann ich was sagen? Wie was sagen? Du kannst gerne was schreiben, ja? Wann bist du wieder live? Ich bin wahrscheinlich jeden Freitag live und wenn ich Freitag nicht live bin, dann gehe ich Samstag live. Ja. Ich rede, bei mir hast du nicht geredet vorhin. Ungesund. Döner. Achso, ich habe nicht aufgepasst. Warte, was? Döner. Okay. Döner. Döner. Döner, ja. Döner, ja. ja jetzt höre ich dich alles gut okay oh mein gott ok let's go für acht was habe ich habe ich schon geschafft ja genau jetzt genau jetzt habe ich geschafft mein nächster stream leute einfach fünf stunden und acht minuten und zwei sekunden gerade oha wie krass krass ja ja mein hals tut total wie aber es nicht schlecht ich höre ich hoffe ich bin nur noch eine runde doors ganz schnell durchwaschen so herzlichen glückwunsch danke ist schon voll spät es ist 22 uhr einfach oh mein gott hat mich erschreckt weil ich genug war was du gesagt ich weiß nicht mehr kann ich gerade nicht sagen perfekt ich sehe gar nichts mehr fast 200 likes mario echt krass so arm ja voll krass ne krass 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 community ja warte wo ist der schlüssel habe ich fast das übersehen warte ich brauche einen schlüssel aber ich habe keinen ach so der liegt da auf dem tisch oh mein gott mich ein noob meine augen was mit deinen augen okay okay ah da perfekt let's go 219 let's go ich sehe gar nichts ich sehe einfach nicht ist einfach schwarze schwarzer bildschirm ach jetzt ok da heißt jemand luka und meint dass sich denkt links was dinge das da heißt jemand luka und meint dass du stinkst wow ist stark ja ne finde ich auch welchen server bin du per wie welchen server du nur war was 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 candy du nur ein pflaster oha als ob ja manchmal kann ich diese diese dinger nicht öffnen diesen diese schränke da es geht einfach manchmal nicht nö 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 Äh, das was ich vorgelesen habe, oder was? Achso, okay. Ich habe verstanden. Es ist okay. Ey, ohne Wins, wo ist dieser Schlüssel? Eine Gefahr. Ey, da war doch gerade ein... Egal. Ich habe Hunger, ja? Hast du nichts zum Essen? Ja, doch. Aber ich werde das gleich essen. So, wenn es dem fertig ist, ja? Hm. Du bist so blind, hä, wieso? Habe ich den Schlüssel übersehen? Hä, was? Ich verstehe es immer noch nicht. Ah, der wird hier drin sein, ja. Hm, 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 hm. Ja? Was, ja? Habe ich die Schlüssel echt übersehen? Ich sehe wieder gar nichts. Perfekt. Alles ist aber dunkel wieder bei mir. Okay. Ey, wie soll ich so denn die Tür finden? Ach da, nee, das ist eine kaputte Tür. Okay. Ey, ohne Wins, wo bin ich? Okay. Ich bin schon einmal richtig gelaufen. Wie findest du Madeira und vermisst du Luxemburg? Ja, keine Ahnung. Ich vermisse halt meine Familie, so meine Eltern und so, meine Geschwister. Aber sonst ist Madeira voll schön eigentlich, ja? Und du, Eileen, wirst du auch irgendwann mal auswandern? Ähm, ja. Wohin wanderst du aus? Ja, keine Ahnung. Nach Luxemburg? Ich hatte irgendwie nach Marokko oder nach Spanien. Spanien? Okay. Ja, warum nicht? Ja. Ja. Okay, let's go. Oh, oh. Warte, bin ich bei Tür? Wie viel bin ich bei 30? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin ein Noob. Was mache ich? Okay. Muss ich kurz konzentrieren? Okay. War recht lang? Okay, okay, okay. Let's go. Ach, der war so langsam, der Typ. Nach Sardinien auswandern wäre geil. Was ist denn Sardinien? Ja, habe ich auch nicht gehört. Was ist das? Noch nie gehört. Hä? Was wollte ich denn jetzt nochmal machen? 37? 38? Oh, oh. Oh, oh. Ja, das ist jetzt nicht gut. Welche Tür ist die richtige? Was ist das denn? Hast du denn mal eine Nachricht gelesen? Äh, welche Nachricht? Ich glaube nicht. Das war so knapp. Hä? Die hier, meine Schwester ist, äh, dich verliebt. Sie heißt auch Emma und das wollte ich so sagen. Oha. Das ist eine Insel von Italien. Also, ich habe davon auf jeden Fall noch nie gehört. Ich sehe aber gar nichts wieder. Alles komplett dunkel. 42? Let's go. Oh mein Gott. Du bist auch ein Noob? Ja, danke schön, ja. Candy ist so ein Noob? Ja. Ja. Ey, das kann nicht sein. Warte, ich war 42, 43, 44. Sei es da oben jetzt. Hoffe ich. Ja, es war richtig. Okay. Ey, jetzt kann ich sein. Achso, ich habe ein Feuerzeug. Ich kann mir Licht machen. Okay. Warum ist da, äh, die Schrift abgefallen? Aber wir sind eh bei 45 jetzt. Ey, wir sind gleich nochmal bei 50. Einmal kurz durch, äh, durchspielen hier, Dorst. Wo muss das hin? Das hier muss da hin. Das hier muss ich wegnehmen. Das kommt da hin. Perfekt. So, perfekt. Let's go. Nur noch ein Like, dann haben wir 200 Likes. Was? Nur noch ein Like, dann haben wir 200 Likes. Noch ein Like. Oha, oha. Ein Like, Leute. Ein Like noch, dann haben wir 200. Aber noch einen Like da lassen. Genau, einen Like da lassen. Hey, ich bin ja voll weit. Ich bin jetzt über die 50, ne? Hä, wirklich? Ja? Nochmal ganz kurz Dorst durchspielen, ja? Oh. Äh. Eins. Zwei. Okay. Noch eins? Nee, oder? Hier ist irgendwo noch eins. Ja. Okay, vier Bücher. Haben wir 200? Oha, krass. Wir haben sogar 200 Likes. Wir haben sogar 200 Likes. 200 was? Drei? Nee, ein. Ein. Oha, krass. Ja, let's go. Ich weiß nicht, ob ich... Ich weiß nicht, ob ich... Hab's sogar auch geliked. Das ist gelogen. Ja, immer wenn sowas von Keara kommt, ist das immer gelogen, ja? Oh, oh. Oha. Schaut Discord, was soll ich Discord schauen? Oha. Warte. Ja. Okay. Lami? Warum schreibst du Lami rein? Hä? Oh, die Lami. Ich hab geliked. Sehr gut, sehr gut. Dankeschön. Ehre, Ehre. Ja. Okay. Oh, oh. Okay, weiteres Buch. Ich weiß nicht mehr, wie viele Zeichen man da brauchte. Wie viele Bücher brauchte man nochmal? Ähm, acht waren das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, oh. Hier ist auf jeden Fall noch ein siebtes. Okay, hier muss jetzt das achte sein. Ja, okay, let's go. Ich glaube, ach, okay, perfekt. Ja, ja. Äh, ja, ich hab das Blatt nicht geholt, glaube ich. Okay, kommt der jetzt hier hoch? Okay. Wie lange streamst du heute? Ja, ähm, weiß ich noch nicht ganz. Wenn ich hier gestorben bin, dann ist es vorbei. Nach fünf Stunden. Cam. Mayo? Ja? Wollen wir sechs Stunden machen? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Was? Das wäre aber auch krass, ne? Ja, aber so haben wir dann wenigstens ein Ziel für ein anderes, für einen anderen Stream, weißt du? Stimmt. Siehst du, siehst du? Ach, ich hab gar nicht geguckt. Warte. Okay, was ist der Code? Ähm, also Kreis ist 8, 8, 9, 8, 9, noch mal 9. Hä? Okay, 8, 9, 9, 6, 1. Okay. 8, warte, warte, 8, 9, 9. Oh, oh, was war das andere nochmal? 8, 9, 9, was? Äh, 8, 9, 9, bla, 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 1. 8, 9, 9, 6, 1. Oder? Oder? Ja. Let's go. Kommt der noch her? Da macht der gar keine Geräusche mehr. Wir sind Zwillinge. 8, 9, 6, 1. Perfekt, dankeschön, dankeschön. Dankeschön, dass ihr aber so mit drauf aufpasst. Wenigstens besser als ich. Okay, muss ich hier irgendwas kaufen? Dann eben nur diese Dinger, damit wir schneller uns fortbewegen können. Oh, warte, kann ich noch das hier holen? Ja, nochmal kurz auffüllen. Okay, let's go. Ich sehe wieder gar nichts. Toll. Okay. Ui, sui, sui. Warte, was war das nochmal für eine Zahl? Oh, oh. Warte, konnte man sich nicht auch unter dem Bett verstecken? Ja. Habe ich nämlich schon fast gedacht, dass es auch funktioniert. 6 Stunden streamen ist sowieso bald. Och, Mann, ey. Welche Tür. Wo ist der Schlüssel? Den werde ich doch niemals jetzt finden, wo es dunkel ist. Oh mein Gott. OP. Okay, ein Pflaster. Dann sollte ich eventuell nicht direkt sterben. Hey, ohne Witz, ich glaube, es war 57, aber. Wo wir weiter müssen. Ach, hier ist der Schlüssel irgendwo. Ja, perfekt da. Ey. Auf dem Schlüssel steht es auch nicht drauf, einfach. Es war nicht 57. Es war 56. Mach BBB an. Ich weiß, Baby, du hältst es auch. Warte. Ja. B, B, B. Ja. Okay. Let's go. Dann müssen wir hier noch unten diesen Schalter finden. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir weiter, glaube ich. Merkt man eigentlich in der Kamera, dass es dunkler geworden ist? Dunkler. Dunkler geworden ist. Oder merkt man das gar nicht? Weil ich habe halt hier dieses Licht. Aber ich kann auch ausmachen, aber dann sieht man gar nichts mehr. Sieht man das echt? Hätte ich nicht gedacht, dass man das sieht. Weil ich habe jetzt Vorhänge halt. Was ist das hier für ein Raum? Okay, sowas habe ich noch nie gesehen. Sieht man sehr. Okay, krass. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich finde, es ist gerade auf Madeira. Warte. 21.14 Uhr. Also eine Stunde früher als bei euch. Ich sehe gar nichts. Ich muss kurz... Achso. Baby Fairtraum. Die Vorhänge hat man vorher noch gesehen. Okay. Ich glaube, weil Licht von der anderen Seite da zu mir kommt. Vielleicht nur deswegen. Aber das war es auch schon. Hä? Wo bin ich gerade? Was mache ich hier? Ey, das ist unfair. Achso. Ey, ohne Witz. Mach Pink Fluffy Unicorn an. Wir können... Ja, mach mal. Ne, ich glaube, das darf ich nicht anmachen. Ich weiß es aber nicht. Achso. Ey, ohne Witz, ich finde diesen Schalter nicht. Oh, mein Licht ist aus. Ja, jetzt ist es vorbei. Ja, das war es eigentlich jetzt. Na, toll. Vermisst du eigentlich Luxemburg? Hä? Habe ich das nicht schon beantwortet? Ich vermisse Luxemburg selbst wahrscheinlich nicht. Nur halt meine Freunde in Luxemburg und meine Familie. Aber sonst? Da ist der Schalter. Warte, wie komme ich denn da hin? Hä? Wie komme ich da hin? Welche Freunde? Haha, lustig. Danke, Chiara. Danke, danke wirklich. Ja, danke. Dann bleibe ich alleine. Hä? Jetzt hoffe ich wieder zurück, oder? Oh mein Gott. Ich kann leider nicht jede Musik anmachen, sonst würde ich auch mal ab und zu andere Musik anmachen. Problem ist, dass Lami, ein Kollege von mir, also das Freund von mir, bedeutet, ich kann Lami-Musik ruhig anmachen, aber halt nicht von anderen YouTubern. Also was andere YouTubern, von anderen Leuten halt. Oh oh. Ich habe einen Edit für dich in A-Away gemacht, da markiere ich mich da drauf. Dann gucke ich mir das noch an. Du machst noch die sechs Stunden voll. Ich hoffe nicht. Nein, nein, mach ich nicht, mach ich nicht, mach ich nicht. Und wenn doch, ist doch krass. Krass, hast du einen Freund? Oh mein Gott. Ich habe sogar zwei Freunde, ja. Emily ist auch mit mir befreundet. Und A-Away auch. Das sind drei. Und Sadie auch. Das sind vier. Und wen habe ich noch? Das war's, Leute. Wie krass, ja. Ja, krass, ne? Ähm. Oh mein Gott. Oh, ich habe mich... Oh, Alter. Ich habe mich so erschreckt. Ey. Ohne Witz. Ich habe ungefähr 300. Das ist gar keine Freunde, ja. Ich habe auf Roblox 20.000 Freundschaftsanfragen. Habt ihr sich darauf markiert? Okay, perfekt. Das schaue ich mir für in der Nacht dann an, wenn ich daran denke. Wenn nicht, dann erst morgen oder so. Du hast 46.100 Freunde. Das stimmt, ja. Das stimmt. Was sagst du jetzt, Chiara, hä? Was sagst du jetzt? Okay, ein Pflaster. Ey, wo ist der Schlüssel? Ah, da. Okay, da war ich noch nicht, okay. Oh nein. Das sind zwei Türen. Nein, nein. Wir waren bei 69, glaube ich. Nicht bei 70. Nein, nein, nein. Oder? Oder? Okay, entweder das jetzt. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich glaube, ich kann mich auch nicht mehr... Doch, ich kann mich reviven. Soll ich mich noch reviven? Leute, schnell antworten. Soll ich mich reviven? Ich sag ja. Mach das. Ja, ja, ja. Okay. Ja, nein. Nein, bleib hier, bitte. Oha. Ihr seid so nett, Leute. Ihr seid so nett. Warte, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ja, welche Tür? Bei 70, ne? War ich. Wie, nee, nee. Stream schon fünf Stunden. Ja, fünf Stunden, 31 Minuten und 17 Sekunden. Warte, gib mir mal hier ein Dings. Ja? Unten. Was, unten? Ja, nee, fast sechs Stunden. Ja, fast, ja. Was schaust du noch? Sechs Stunden, denkst du, ich schaffe das noch? Klar. Okay, denkst du, ich werde das, werde das, denkst du, ich werde das machen? Ja. 100 Prozent. Glaub nicht. Hä? Hat sich geblinkt? Okay. Oh nein. Okay. Hier muss ich mich konzentrieren. Okay, 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 let's go, let's go, let's go. Nein, nein, nicht drehen. Ja, jetzt, komm. Oh mein Gott, hab ich mich jetzt gedreht? Ja, nein. Mach doch gleich zwölf Stunden streamen, auf gar keinen Fall. Okay, ich hab's geschafft. Let's go. Oh mein Gott, alter. Was ist da? Okay. Ich hab keinen Schlüssel dafür. Ja, toll. Über diese Augen. Okay. Kommt jetzt nochmal Dings, wo man laufen muss? Hab, du hast bis zu... 502 geschafft, als ob. Aber das ist halt dieses Dings, Dors, ne? Also dieses... Wie nennt man das nochmal? Endless oder so? Gibt ja die spezielle Dors da. Ich mag das gar nicht. Aber da musst du irgendwie wissen, ab da kann der kommen und so. Bei 50.000... Abonnent machst du sowieso Dings schon einen Stream. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nicht so früh. Nein, 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 nein. Oh nein. Ey, ohne Witz. Hoppe, du schaffst dich 50k, 100%. Hast du gesagt, Beweise? Nein, 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 nein. Ich hab gesagt, ich mach das, aber nicht bei 50.000 Abonnenten. Und sowieso muss ich das irgendwann machen, geplant, wenn wir Ferien haben oder so. Also wenn ihr Ferien habt und so. Ja. 84, 85. Oh, oh. Wie knapp war das? Meine Traumfrau. Du bist meine Sui, Baby, Vertrau. Spiel mal Notruf Hamburg. Hab ich schon mal gespielt. Aber ich hab eh schon mal Lust, nochmal was hier zu testen. Hier, Notruf Hamburg. Wo bin ich hier? Okay. Oha, Leute. Wir haben jetzt Ferien, was sagst du? Ja, jetzt haben wir Ferien, aber ich hab noch nicht die 50.000, ja? Okay. Leute. Es ist soweit. Ja, das Schlimmste beginnt jetzt erst. Ich mag das gar nicht hier. Schaffst du, schaffst du. Ich hab halt kein Licht. Warte, kommt da was? Ich muss kurz die Musik ausmachen. Ja, wo ist die Tür? Oh, oh. Ah. Das war so klar. Ich seh gar nichts. Ein Schrank? Hallo? Okay. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kommt. Hey, ohne Witz. Da kommt nix. Oh mein Gott. Wo bin ich? Ich hab mich verlaufen. Hä? Welche Richtung war die richtige? Oh mein Gott. Von da komm ich. Okay. Das heißt geradeaus. Hä? Das ist nicht geradeaus. Wo muss ich hin? Die Tür ist aufgegangen. Aber hier ist ein Schrank. Ich warte lieber. Okay. Hier war irgendwo ne Tür. 5.90. Bitte. Hier ist ein Schrank. Hier ist 96. Und ich bin... Oh nein, oh nein. Okay. 97. 98. Okay. Einfach ganz schnell durch. 99. Okay, okay. Jetzt kommt Tür 100. Ich hab leider keine Ahnung mehr, wie Tür 100 funktioniert. Okay. Ich bin bei Tür 100. Leute. Komm, Maya, du schaffst das. Ich hoff's. Okay. Wie war das nochmal? Also ich komm da noch gar nicht durch, ne? Okay. Was geht, als ob Sandy da ist von den Toten auferstanden oder was passiert? Als ob. Ich bin einfach gerade seit fast 6 Stunden live. Okay. Nein, hier brauch ich... Ich brauch einen Schlüssel dafür? Ach so. Ja. Ja, das gibt Sinn. Ich hab leider keine Ahnung. Ich hab vergessen, wie do's geht. Ich hab wirklich vergessen. Und ich bin bei Tür 100. Und ich hab halt kein... Nix, keine Taschenlampe, gar nix. Ja, sehe ich. Was docks in doors? Ich bin am doors-Dingsen. Doors. Und ich hab einfach kein Licht. Gar nix. Ist noch eins? Hier irgendwo. Oder auch nicht. Hier. Oh mein Gott. Mein Bildschirm ist zu dunkel. Ich bin bald wieder da. War nur sehr beschäftigt. Die letzte Zeit. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wurde auf jeden Fall ein paar Mal noch die gefragt hier in meinem Stream. Ja. Ein paar Mal ist noch... ...untertrieben, würde ich sagen. Okay. Ich muss ein bisschen auf den anderen Bildschirm gucken. Ist hier einer? Scheiße, Cedric. Hä? Schaffst du? Ich hoffe. Zwei Stück noch. Warte. Nee. Okay, die Frage, die ich mir jetzt schelle, ist, wo? Ist, äh... Wie heißt dieses Dings wieder, was hier irgendwo rumgeistert? Wie heißt das? Es ist neben mir irgendwo. Es ist da. Oder? Es hängt da fest. Kann das sein? Okay. Ich warte hier, bis der weg ist, damit ich dahin kann. Wir können erst mal wieder Heid & Sieg spielen. Ja, safe. Du musst... Was muss ich? Ich muss alles hier durchziehen. Deine Videobeschreibung ändern und den Link zur WhatsApp-Karte. Muss ich 100% machen. Mache ich irgendwann. Jetzt noch mal die Tage. Oder sogar vielleicht nach dem Stream. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nein. Ey, wo ist das letzte Stück? Das letzte. Oh, Mann. Ey, das kann ich nicht sagen. Das ist das letzte Dings, das ich finde. Es ist hier links von mir. Aber da ist der Dings. Und wenn du irgendwann sagst, heißt das bei dir nie. Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Okay. Ich dachte immer, Cedric ist 25. Was? Cedric ist doch viel jünger aus als ich. Warte. Jetzt habe ich noch alle von diesen Teilen, oder? Warte, was mache ich jetzt nochmal mit diesen Dingern? Hey, warte. Habe ich jetzt alle gefunden? Oh, oh. Okay. Ja, ich habe es doch... Ich habe es aufgehoben. Okay, Leute. Ich habe ein Problem. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Cedric weiß, wie alt ich bin. Muss ich hier nach unten? Ich glaube schon, oder? Doch, da muss ich hin. Eigentlich 100%. Hä, ich kenne das gar nicht. Was ist das hier? Ach, du kannst hier ein Item ja irgendwie reinlegen oder so. Oder? Hey, ohne Witz. Ja, fertig. Hey, nein. Wo muss ich hin? Sorry für die Wärmung, Jay. Alles gut. Alles gut. Du darfst, ja. Aber kann mir jetzt mal jemand helfen? Wo muss ich hin, wenn ich alle diese Dinger gesammelt habe? Du brauchst einen Schlüssel, um da reinzukommen. Der Schlüssel ist... Was? Das ist oben der Schlüssel. Hä, wo oben? Da oben einfach. Ich gehe noch langsam wieder. Viel Spaß auch noch. Dankeschön. Ich werde nur noch das hier fertig spielen. Das ist fertig. Aber ey, ich habe den Rekord für meinen längsten Stream geknackt. Wenn du das hier noch hören solltest. Aber ja, danke dir für auch noch viel Spaß. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ja, habe ich gehört als Congrats. Danke, danke, danke. Wir treffen uns eh noch die Tage irgendwann. So. Ähm. Okay. Ich habe vergessen, wie das hier funktioniert. Okay. Wie geht das nochmal? Fünf. Zwei aus. Zehn aus. Sieben aus. Das war alles. Hallo. Ach so, okay. Dachte schon. Ja? Perfekt. Okay. Ich bin krass, oder? Oh, oh. Hä? Was? Fragezeichen. Hey, unmöglich. Unmöglich zu sehen. Okay, warte nochmal. Machen wir nochmal alles aus, okay? Acht. Sechs. Vier, glaube ich auch. Bin ich... Ja, warte ich nochmal. Okay. Vier, acht, sieben. Zehn auch. Ja, sechs auch. Das haben wir schon. Okay. Vier, eins, sieben, acht. Okay. Eins fehlt noch. Vier, sieben, eins, acht, sechs, vier. Vier habe ich noch nicht. Okay, let's go. Das waren alle, oder? Mach zehn Tage Stream auf Ehre. Okay. Leute. Go's. Ich habe es geschafft. Let's go. Als ob. Oha, das war wirklich krass, Mario. Das ist krass, ja. Das ist krass. Wirklich krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt müsste ich jetzt noch 13 Minuten streamen, dann haben wir... Also nicht ganz 13 Minuten, 12 Minuten. Und dann haben wir sechs Stunden. Schaffen wir noch. Das schaffen wir noch, oder, Leute? Boah, es ist laut. Okay, so. Was soll ich sagen? War wunderschön, oder? Was sagt ihr? Let's go. Ja, soll ich mich selbst spectaten, wie ich Storch's gewonnen habe, schon wieder, weil ich so ein Profi bin? Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Ich esse jetzt Dings. Kennt man das? Warte, sieht man das überhaupt? Keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Das hier. So nüsse einfach. Ey, ohne Witz. Meister, bis sechs Stunden. Richtig. Ich überlege gerade, ob ich einfach jetzt mit euch anfangen soll zu essen. Ich habe keine Ahnung, was überhaupt zu essen da ist. Dings. Dings. Was ist das alles? Einfach ein Hamburger. Okay, perfekt. Und Pommes? Einfach so? Dann esse ich jetzt Pommes. Wäre das nicht, ist cool. Ich bin cool. Was, ich kann ja nochmal. Was ist aus? Der Chat. Warum ist der Chat aus? Wann habe ich den ausgemacht? Oh mein Gott. Ich habe jetzt Hunger, Mann. Warte. Ich helfe dir ein bisschen. Das ist gemein, wenn ich das jetzt mache, oder? Das ist einfach ein Burger. Sieht man das? Achso, man sieht das. Ja. Und hier sind... Warte. Pommes. Meine ganze Hand voll. Schmeckt? Ja, schmeckt gut. Ich habe den Burger nicht probiert, aber die Pommes, ja? Sie sind lecker. Ich habe jetzt auch Hunger, Mario. Danke. Kein Problem. Heute ist Karfreitag. Der Karfreitag. Stimmt, du hast recht. Aber was ändert das? Ist ja Pommes. Ist doch gut. Können wir Elimination Turm spielen? Was haben wir ganz am Anfang des Teams gespielt? Wir können noch Taurof Hell spielen oder so. Taurof Hell? Aber für neun Minuten? Ja. Man darf heute kein Fleisch essen. Ich weiß. Das ist Karfreitag. Also. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt noch machen könnte. Sei froh, habt heute nichts getrunken. Ist das schlecht oder schlecht? Hä? Trinkt was! Hier. Gib dir ein bisschen Eischteam. Oder Wasser. Ich habe genau das gleiche zum Abendbrot gegessen, als ob. Auf Videos reagieren? Aber auf was denn? Ich kann auf Dings reagieren. Soll ich auf Candy reagieren? Nein, auf was soll ich reagieren? Ähm, du kannst auch auf Fanarts irgendwie reagieren. Aber da muss ich ja die ganze Zeit was machen. Ich wollte jetzt einfach so essen. Auf was könnte man reagieren? Ja, auf Video. Ja, auf Video. Auf welches Video? Auf welches Video? Auf welches Video? Auf welches Video? Ich habe einfach früher als Lamy angefangen und höre nach. Lamy auf. Burger Pommes auf D1. Ach, Mann, ey. Nein, danke. Bist du Veganer? Nein. Neues von Emily. Ja, geh auf dein erstes Video, was du privat gestellt hast. Ich habe auf meinem Mayo-Kanal kein Video auf privat. Ich kann nachgucken, aber ich glaube nicht. Hm. Warte. Privat? Ne. Ich habe nichts auf privat. Warte, nicht gelistet? Ne. Ein Stream vielleicht? Privat? Oha, habe ich sogar wirklich. Achso, aber das... Ah, ja. Das ist der eine Stream, der bei mir gelaggt hat. Wo ich nicht streamen konnte und dann über Handy gestreamt habe. Der ist privat. ein paar Streams hast du wegen Legs runtergenommen. Genau. Ich glaube, es waren zwei Stück. Ah. Stimmt. Und ein Stream von Lami. Da hat Lami einfach auf meinem Kanal gestreamt. Außerdem. Warte. Warte. Da. Man hört Lami einfach zweimal. Lala 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 L warte 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 ja warte warte moment wer wer dann merkt was funktioniert ich oh mein gott ja was ich sagen das war ja weil du bei labens warst bei ihm gestreamt hast ja genau richtig und der wollte am tag danach glaube ich stream und alles war noch falsch eingestellt oha einfach nur drei minuten gurkuh oder tomate ich mag keine tomaten gibt es noch so kleines video was man reagieren könnte du kannst du von zwei minuten oder so buch oder film film oder prozent außer bei harry potter da buch edits ja okay das aber er ist jetzt für zwei minuten das bringt es jetzt nicht und ich mache jetzt mal links warte warte timer timer zwei minuten warte noch nicht ok da machen wir genau teilen einfach ok warte kann ich es da machen warte so war man sieht es einfach nicht da ja perfekt das ist der timer ja in einer minute 40 haben die sechs stunden erreicht und denn jetzt schon mal im voraus sagen danke an alle die bisher geguckt hat haben und die ganze dabei waren ich krass neujahr countdown ja joden oder was warum nicht zehn stunden stream weil es jetzt noch vier stunden sind und nein danke ich grüße dich so sie war ganz ganzen stream dabei richtig heftig das freut mich dankeschön wirklich danke alle auf meinem discord server würde mich mega freuen und ja aha wie krass danke was du mir alles gedings geschrieben hat geschrieben hast oh mein ey jahre danke als erinnerung ey man noch 20 sekunden 18 17 hä wie krass wie krass wie krass ok noch fünf 5 4 3 2 1 1 let's go und es macht sogar geräusche ey wir haben einfach sechs stunden gestreamt was geht ab ey richtig krass mega krass mega krass ok aber ich werde jetzt zu mir erstmal beenden hier ne zui glückwunsch danke auch an euch alle danke dass ihr bisher geschaut hat auch an alle die auch wenn ihr nicht die ganze zeit dabei wart ich meine es waren sechs stunden ich kann das nicht von euch erwarten danke auf jeden fall für alles und ja ich würde sagen ich hoffe wir sehen uns dann im nächsten stream der wahrscheinlich dann freitag oder samstag ist nächste woche ähm und ja genau hab ich sonst irgendwas vergessen ne oder Aileen ne glaub nicht glaub nicht genau join auf meinem discord server äh ja abonnet den kanal und und ansonsten äh whatsapp gruppe könnt ihr noch join aber dafür hab ich keinen link aber gut ist nicht schlimm discord server ist wichtiger da poste ich vielleicht dann den whatsapp link und ich würde sagen das war's den stream und ja tschüssi tschüssi